Hallo und herzlich willkommen zu PeteCast. Heute ist Montag, der 3.10.2016. Ich sitze hier im Phonodrom in Berlin. Diesmal auch nicht ganz alleine, sondern ich habe einen interessanten Gast da mal und das ist der Herr Samuel. Wie nennt man dich eigentlich? Samuel. Hallo Samuel, grüß dich. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Das ist schön. Samuel, ich bin auf dich gestoßen, weil ich mal mit meinen Mitbewohnern im schlesischen Tor war zu Rap am Mittwoch. Und ich fand es ganz interessant, obwohl ich jetzt keine Ahnung von Rap-Musik habe. Ich bin eher so der, ja, gitarrenlastiger Musikgenießer. Und dementsprechend fand ich es aber ganz interessant, was da so passiert und was da so geboten wird. Gerade diese Battle-Rap-Szene in Deutschland, wo ich vorher voller Vorurteile war. Für mich war das so irgendwie Bushido-Style, alles unter die Gürtellinie so, ich fick deine Mutter den ganzen Tag und alles, was man eigentlich so nicht hören möchte. Und war relativ überrascht, dass es Battle-Rap wirklich ein relativ hohes Niveau hat, was irgendwie, ich mir relativ schwierig vorstelle, weil du irgendwie da vier Zeilen oder vier Takte Text auf den anderen loslässt. Der andere muss zuhören und ja kontern. Und das fand ich ganz interessant und hab das so ein bisschen verfolgt und hab dann auch deine Personen da gesehen, dass du das auch machst und du das vielleicht ein bisschen anders machst als alle anderen. Und hab gesehen, dass du nicht nur Battle-Rap machst, sondern auch Comedy. Und das war für mich Grund genug, dich eigentlich anzuschreiben, zu sagen, hey, hast du mal Bock mit mir zu podcasten? Und freue mich unheimlich gerne, unheimlich, dass du heute hier bist. Die ersten drei Fragen, die ich eigentlich jeden stelle, ist so, woher kommst du? Wie siehst du aus? Und wie schmeckst du? Du kannst beantworten, wie du möchtest. Ja, also ich komme aus Düsseldorf, bin in Düsseldorf geboren. Okay. Ähm, sehe aus wie ein Exot, wie ein Mischling. Okay, was? Ähm, Mutter Deutsch, Vater Sierra Leone, das heißt, ähm, braun, wunderschöne Locken und, äh, schlank und, äh, ja, hab eine Brille, einen Bart, ein wunderschönes Lächeln und ich schmecke nach, ähm, ich glaube nach Lotion, weil ich, äh, übertrieben auf so, ähm, Deo und Cremes und so abfahre, deswegen, also müsste, der Geschmack müsste so Duff, Duff Lotion sein. Duff Lotion. Von Düsseldorf nach Berlin, das musst du mir mal erklären. Ja, super, also ist ja jetzt nicht so, nach Berlin ziehen ja super viele Leute. Ja. Und, äh, Düsseldorf ist wirklich die schönste, also ich bin quasi wirklich einfach von der, von der schönsten Stadt in die coolste gezogen, so. Okay. Und, äh, wollte halt, äh, hab halt, war ab in Düsseldorf, halt gelebt, äh, hab drei Jahre auf Mallorca gearbeitet, äh, hab da Gastro gemacht und hab mir dann auf Mallorca den Entschluss gefasst, okay, eventuell Comedy zu probieren, hab dann halt gegoogelt, okay, Quatsch, Comedy Club Berlin, mich da beworben, eine Zusage bekommen für einen Auftritt und bin dann einfach hier hingezogen. Okay. Ja. Das ist jetzt auch so, wo man sagt, das klingt, ähm, relativ kurzentschlossen das Ganze, ist jetzt nicht irgendwie große Lebensplanung und ich mach das Ganze. Nee. Wie bist du dazu gekommen dann, also, wie kommt, wie kommst du aus der Gastro-Geschichte zum Battle-Rap und Comedy? Das ist jetzt nicht unbedingt, äh. Nee, aber jeder hat ja Hobbys, wie du deine, ähm, keine Ahnung, du machst ja eine Podcast, du, du hörst, äh, Akustik, äh, Musik, Anplak, Mucke, du spielst, du zockst ein bisschen. Jeder hat ja seine Hobbys und mein Hobby, meine Hobbys sind halt, sind halt Stand-Up-Comedy und Battle-Rap. Ich hab immer, äh, Comedy-Serien geguckt, Battle-Rap suchte ich schon seit bestimmt locker zehn, elf Jahren oder so, aber dann war es in Deutschland ein bisschen tot, dann hab ich halt nur Ami-Battles geguckt, aber auch wie ein Verrückter. Mhm. Wusste dann auch gar nicht, dass es hier in Deutschland auch so eine Szene, so Rap am Mittwoch gibt, weil ich nur Ami-Battles geguckt hatte und Stand-Up-Comedy schon ewig und bin dann, äh, auf Mallorca, wo ich halt gearbeitet hab, dann 30 geworden. Okay. Und dachte mir so, okay, äh, bevor du jetzt, äh, machst du jetzt das, was, was du studiert hast, machst du jetzt das, wo du die Ausbildung gemacht hast, was machst du, oder wo würdest du dich ärgern, wenn du es nicht probiert hättest? War halt Stand-Up-Comedy, hab die angeschrieben, bin dann hier hingezogen. Okay, ähm, bleiben wir bei dem Thema mal, ähm, Stand-Up-Comedy, folg mal vielleicht mal damit an. Ähm, du hast, du sagtest schon immer Stand-Up-Comedy geschaut, also, was war so die, der Punkt, wo du gesagt hast, dass Stand-Up-Comedy ist was Geiles für mich? Ähm, ich hab, ähm, also ich bin humorvoller Mensch, ich lache, schwer zum Lachen zu bringen, aber ich lache gerne eigentlich und hab auch Comedy immer, glaub ich, anders geguckt als, äh, als der normale Rezipient so, sondern hab mir immer, hab mir gedacht, geil, das war lustig, aber warum war das lustig? So. Und, äh, ja, über Sitcoms früher in den 90ern und dann halt die ersten, äh, wo ich dann halt irgendwie jugendlich war, kam halt auch der Comedy-Durchbruch in Deutschland mit Quatsch-Comedy-Club in Mittermeier und, äh, Stefan Hermanns und Atze Schröder und wie sie alle irgendwo abhielt, da kam eine krasse Welle, die jetzt alles, äh, Superstars sind, so. Und da war ich halt mittendrin und hab dann halt dieses Stand-Up-Comedy-Ding gesehen, ich weiß noch genau, diese erste Folge vom, vom Quatsch-Comedy-Club und war sofort geflasht vom, vom, der Stand-Up-Comedy halt. Okay. Ähm, was ist für dich Stand-Up-Comedy? Ist für dich Stand-Up-Comedy eine Form von, von Comedy oder ist es für dich spontaner? Wie, wie? Ne, Stand-Up-Comedy ist so, also würde ich sagen, ist das Schwierigste, was man machen kann. Also das ist eine Person, ein Mikrofon und muss halt mit, äh, Sachen, die sich selber ausdenkt, Leute unterhalten, zum Lachen bringen. Das ist ein Unterschied zu Kabarett, das ist ein bisschen anspruchsvoller, da geht's ja auch manchmal in die politische Richtung, das ist, äh, wie gesagt, schon ein bisschen anspruchsvoller, aber Comedy ist halt wirklich, es gibt ja auch Blödel, Leute, die rumblödeln, Hauptsache du bringst dich irgendwie zum Lachen. Ja, und da hat halt jeder nochmal seinen Anspruch, da gibt's ja auch Improvisations, äh, Stand-Up-Comedy und so, aber, ähm, das ist für mich, für mich ist das so die reinste Form der Lustigkeit. Der, der Unterhaltung. Ja. Ähm, hast du in der Schule irgendwas in der Richtung gemacht? Nie irgendwas gemacht, also ich hab, äh, das Einzige, was ich immer gemacht hab, war, ähm, war schnell oder spontan Gedichte schreiben für, für, für Geburtstage, für Abschiede, für Willkommenspartys oder irgendwas, äh, aber sonst, äh, nie, nie, nie was geschrieben, nie was vorgetragen, ja. Und, ähm, wie kam dann diese Geschichte dann drauf zu, du sagst, ey, ich bewerb mich jetzt beim Quatsch-Comedy-Club, wie ist denn dieses, dieses Prozedere überhaupt? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du jetzt da, äh, an die Tür da geklopft hast am Friedrichspalast, in diesen Seitenraum, hast du gesagt, hallo, hier ist Zinnik, ähm, lass dich mal bitte mal rein, wir haben ein paar cooles Zeug gemacht. Ja, und Zinnik gab's ja noch nicht mehr. Ach so, okay. Ähm, ähm, aber nee, ich hab, saß dann wirklich da und hab gedacht, okay, was machst du, weil ich bin auch so, ich bin halt Einzelkind und ich will auch, äh, frage ungern Leute nach irgendwas und hab dann einfach geguckt, für mich, okay, äh, Quatsch-Comedy-Club, äh, E-Mail-Adresse rausgesucht, angeschrieben, hab ich eine Antwort bekommen, da hab ich nochmal geschrieben, was muss man machen, um euch aufzutreten, da haben die mir halt geschrieben, was ich machen muss, hab ich das erfüllt, hab ich das da hingeschickt, da hat er gesagt, okay, das und das ist ein bisschen zu krass, aber es ist schon ganz gut, äh, wir würden dich halt einladen für März und das ist auch irgendwie fünf Monate her hingewiesen noch und bin dann einfach so im Oktober dann nach Berlin gezogen, für quasi für einen fünf Minuten Auftritt im März. Okay, jetzt, das ging jetzt alles unheimlich schnell, das heißt, du hast dir jetzt angeschrieben, was für eine Antwort kam von dir als erstes Mal? Ich hab geschrieben, äh, was muss man machen, um euch aufzutreten. Also so ganz mit diesem Einsatz, hast du gesagt, sehr gerne, ich würde gerne, äh, ich würde gerne Stand-Up-Comedy machen, was muss man erfüllen, um bei euch aufzutreten. Okay. Er hat damit zurückgeschrieben, man braucht, äh, schick mir ein Video von einem fünf Minuten Auftritt von dir. Da hab ich ihm geschrieben, ich hab keinen, äh, Auftritt. Er meinte, ja, dann film dich selber. Da hab ich mir so eine Sony Cybershot geholt, eine kleine Kamera auf den Fernseher gestellt, mich selber aufgenommen, äh, mich selber auch verflucht, weil ich mich halt das erste Mal hab reden, hören und sehen, so, ne? Das ist was ganz anderes. Hab dann, äh, super viele Anläufe gebraucht, Material war nicht so das Problem, hab dann auch da erst angefangen, Sachen zu schreiben. Okay, was war denn, also jetzt, als du jetzt angefangen hast, diese Kamera da drauf zu stellen, wo warst du gerade, was hast du dann für ein Konzept dahinter gehabt, weil ich denke, die Leute vom Quatsch-Kanädie-Club dachten so, ey, da ist jetzt einer, der bewirbt sich, der macht schon seit 200 Jahren Stand-Up-Comedy und macht, schneidet so sein Best-of zusammen und schickt es dann dahin. Ja. Und jetzt kamst du quasi mit nichts und... Aber ich hab, ich hab ja auch so angefangen, ich hab ja gesagt, ich hab kein, hab noch keinen Auftritt. Achso, das hast du denn auch explizit geschrieben? Hab ich so geschrieben und da hab ich gesagt, ja, dann film dich einfach selber bei irgendwas bei dem, was du geschrieben hast. Okay. Da hab ich das halt gemacht, vor so einem ganz hässlichen Vorhang und, äh, mit, hier, Klimaanlage hat geblasen und alles. Ganz schlimmes Video, aber trotzdem fanden die das wohl irgendwie vom Material her gut genug, dass die mich halt eingeladen haben zu dieser Talentschmiede dann. Was hast du da, was hast du da aufgenommen, was ging's da inhaltlich? Ja, um was ging's denn da? Ein Ding ist so ein Sängerstreit, heißt das Bit, da geht's um, dass Frauen nicht immun sind gegen schöne Stimmen und schöne Texte, das heißt, eine Frau macht dem Sänger übel zu Vorwürfe und er argumentiert halt mit Singparts, so bis sie am Ende halt sagt, okay, gut, ich geb auf. Wie muss ich mir das vorstellen, hast du beide Personen gespielt? Ja, ja. Und dich verkleidet? Nee, nee, überhaupt nicht. Ich guck einmal nach links, einmal nach rechts, Mimikgestik halt ändern, Stimmlage ändern und dann geht das. Also funktioniert super auf der Bühne. Und wie bist du auf die Idee gekommen, genau das aufzuschreiben und das zu machen und hätte auch was anderes sein können, irgendwas rummördeln? Nee, ich hab mir, also ich bin Xavier Naidoo-Fan, hab ihn dann halt, hab ihn dann halt, hab mein Lieblingslied von ihm halt genommen für diesen Sketch. Weitere ist das? Fühl mich ans Licht. Okay. Genau. Ich hab lange in Mannheim gewohnt, darum bin ich da mit so in Mannheim. Ja, dann weißt du ja Bescheid. Genau. Ja, und dann, ja, dann haben wir, fand ich, ich weiß, also genau den Prozess kann ich dir auch nicht sagen, also ich, ich fand's halt schön, hab halt irgendwann den Gedanken gehabt, okay, ey, wenn ne Sänger, genau, jetzt weiß ich wieder, Justin Timberlake hat einen Auftritt gehabt bei der Victoria's Secret Show. Kenn ich, ja. Hat er gesungen, ne? Ja. Und da denkst du ja so, ey, der ist doch umgeben von Models und die ganze Welt liebt den und da dachte ich mir so, weißt du was, ey, Sänger, Sänger müssen nicht diskutieren. So, das war der erste Grundgedanke, Sänger müssen sich mit niemandem streiten, weil wenn du so ne schöne Stimme hast, kannst du machen, was du willst. Und da wollte ich erstmal, hab ich das erstmal so gehabt, dass Justin das ist, dann hab ich's auch Calvin Naido gemacht, weil die Leute das Lied kennen und deutsch ist und so kam dann das Bit zustande. Okay, wie lange, also der Clip ging dann fünf Minuten? Das ist nur eine Minute, das ist eine Minute ein Stück gewesen von fünf, sechs Minuten. Okay, das heißt, das war so quasi ein Part, was du gemacht hast? Genau, ein Bit. Ein Bit, okay. Okay, und dann hast du die, was waren die anderen Geschichten? Die anderen, das war ein ganz dreckiger Witz, so ein, den, wo die auch meinten, nee, das ist, für den Einstieg ist das ein bisschen zu... Zu derb? Zu derb. Was war denn der Witz? Das ist doch kein echtiger Witz, das ist halt so, dass dumme Fragen mich aufhängen und letztens kommt eine Freundin zu mir und sagt so, soll ich nicht einfach so sprechen, wie ich ihn auf der Bühne spreche? Ja klar, natürlich. Okay, also da kommt eine Freundin zu mir und, ähm, apropos dumme Fragen, da kam eine Freundin zu mir und sagt so, du Samuel, ich hab mal eine Frage, ja? Ich sag so, ja, ja, alles gut. Aber die ist so ein bisschen sexuell, so ein bisschen ekelhaft, sexuell. Sag so, ja, komm, hau rein. Also wenn ein Mann bei der Frau zwischen Anus und Vagina leckt, stimmt das, dass das so ein bisschen schmecken soll wie Lachssuppe? Und ich guck die so an und denk mir, das ist ja unverschämt halt, wie kommt die dazu, mich sowas zu fragen? Ich hab mein ganzes Leben noch kein einziges Mal Lachssuppe gegessen. Das ist dann halt die Pointe. Okay. Deswegen, man muss die dann noch ein bisschen rauszögern, das ist übrigens jetzt anders als auf der Bühne, aber das war halt das Ding und da meinten die so, ne, wenn du mit dem Ding anfängst, ist es ein bisschen, äh, ein bisschen, äh, Gürtellinie. Aber dann mittlerweile hab ich die dann auch schon da gebracht und der kam auch super, halt nur halt nicht am Anfang, sondern am Ende. Am Ende, okay, zur Steigerung. Und die anderen Sachen war so, ein, ein Ding heißt Kanackenstreit, das war auch noch so ein, äh, das, ähm, halt, äh, junge Ausländer sich, äh, um ganz laut und ganz krass um Sachen streiten, die eigentlich voll uninteressant sind, so. Zum Beispiel, was war das? Hab das dann aufgebaut, ähm, halt so, dass die sich gegenüberstehen und übelst beschimpfen, beschimpfen, beschimpfen und, äh, ähm, am Ende sagt er, stehen die halt vor dem McDonald's, vor der Kasse, machen ein übelst Palabra und der ganze Laden rasselt aus und, äh, dann geht halt die Stimmung runter und sagt so, äh, bei dem McChicken-Menü ist das jetzt eine mittlere Pommes oder eine kleine, so. Aber davor ist halt, das Lustige ist halt, wie die beiden Kanacken sich halt wirklich gegenseitig. Okay, beschimpfen und, äh, darunter machen, okay. Genau. Und dann quasi aus diesem Trubel einfach so eine ganze... Genau, du baust es auf, baust es auf, bis mit allem, der Blitz trifft mich, wir sind Familie, scheiß mal auf Familie, wenn das jetzt gelogen ist, bam, 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 bam. Äh, kurze Frage, wenn jetzt, und dann kommt halt dieses, der Abfall ist halt dieses, dieses Lustige. Okay, okay. Was war das Vierte? Was war denn das Vierte? Ähm, boah, das ist schon so lange her. Gut, ich kann nur, was war denn das jetzt? Also, war ein bisschen nach Berlin gezogen? Ähm, das Ding, die Dinger hab ich, das waren ja die ersten Sachen, die ich jemals geschrieben hab, das war im Sommer 2013. Okay, das sind jetzt drei Jahre. Ja. Und davon benutze ich ja nicht mehr alles, davon hab ich ja nur noch zwei Sachen, davon benutze ich ja noch. Das andere war, glaub ich, so eine Alltagskonferenz, da hab ich so eine Bundesliga-Konferenz auf halt den Alltag übertragen. Okay. Mit halt so Stadienwechsel und, keine Ahnung, hier, Tomatensuppe wird im Real gekauft und wir müssen das live da hinschalten, so, irgendwie sowas. Okay. Aber auch verworfen. Auch verworfen. Ja. Und dann, was war es dann das fünfte, was du noch gemacht hast, auf dieser fünfte Take sozusagen? Ne, das waren, glaub ich, nur vier Dinger. Es geht ja nicht immer, alles eine Minute. Okay. Meines ist eine Minute, manchmal ist anderthalb, meines ist zweieinhalb. Deswegen, also insgesamt waren es dann fünf, sechs Minuten, das hat, glaub ich, vier Bits waren das. Okay. Was hast du denn eingeschickt und dann hatten sie gesagt, dieses eine ist ein bisschen krass, also brauchst du mit. Genau. Damit darfst du nicht anfangen, aber wir finden das gut genug und wir würden dich dann gerne zur Quatsch-Comedy-Club-Talentschmiede einladen. Dieses Jahr sind wir schon zu, aber so Februar, März müsste klappen. Was ist denn diese Talentschmiede? Das ist genau das, wie das Wort auch sagt. Das sind Comedians, die noch keinen Durchbruch geschafft haben oder wirklich gerade anfangen. Aber wie gesagt, man kann nicht jeder auf die Bühne, sondern du musst halt vorher dein Material da einschicken. Dann sind halt zehn Leute, ist immer einmal im Monat, am ersten Freitag, glaube ich, sind dann halt zehn Talente da. Die Zuschauer wählen per Klatschen halt die ersten drei weiter. Wenn du dreimal weiter bist, bist du halt im Jahresfinale. Okay. Also so eine Art Castingshow. Ja, ist halt ohne, nee, du wirst nicht richtig gecastet, weil es ist ohne Fernsehen und am Ende winkt jetzt nicht irgendwie ein Vertrag oder so. Ist einfach nur so ein Turnier, ein Wettbewerb halt. Okay, ein Wettbewerb. Und als du da zu dieser Show eingeladen warst, wie gesagt, warst du mit neun anderen da. Was waren das für Typen? Waren die alle im gleichen Alter? Nee, das ist ja das Geile bei Comedy. Also du hast 60-jährige Vögel, dann hast du 18-jährige Newcomer, dann hast du eine 40-jährige dreifache Mutter, dann hast du einen 28-jährigen Student. Du hast halt wirklich so den Querschnitt von der normalen Bevölkerung, den hast du halt auch als Comedian. Okay, und als du da hinkamst, wie muss man das vorstellen, da wird es eben gesagt, du musst ja um 18 Uhr da sein. Genau, nee, du musst erst mal, genau, das krass ist ja, ich hab ja noch nie, also, nee, da war ich schon bei Rapper Mittwoch, stimmt. Nee, aber auf jeden Fall, ich hab noch nie einen Soundcheck gehabt. Und da hast du halt vorher einen Soundcheck. Und da bin ich halt hingegangen und hab mich hingesetzt und weiß noch ganz genau, da hat er halt gefragt, wer geht als erster Soundcheck machen? Hab mich so versteckt, weil ich wollte erst mal gucken, wie du das Mikrofon aus diesem Ständer rausziehen. Weil ich hab ja noch nie so einen Mikrofonständer vorher in der Hand gehabt. Okay. Und da haben die anderen das vorher erklärt, hier musst du drücken, da musst du ziehen, weil das ist nicht ganz so easy. Und dann hab ich da meinen Soundcheck gemacht, war todesnervös und hatte da aber auch so ein, hab dann ein Ding vorgetragen, so ein Gedicht mit so einem Turning Point halt. Es startet als Liebesgedicht und endet darum, was der Mann für die Frau schreibt und endet aber so, dass der die halt übelst beleidigt. Und das war denen, das hab ich denen zu krass gespielt, die meinten so, äh, das ist krass geschrieben, meinten die so, aber das kannst du nicht bringen, weil das, da checkt keiner den, äh, das finden die nicht lustig, weil das ist zu, du spielst das zu ernst. Okay. So, da hab ich das halt rausgelassen, das war halt mein erster Soundcheck, dann kommst du halt abends nochmal dahin, halt schick angezogen und, ähm, sitzt dann da Backstage mit neun zitternden Newcomern. Okay. Und, äh. Wie viele Leute sind deinem Publikum? Oh, das sind viele, ey, das sind, das ist so die schönste Location, ich glaub, 200 oder so, 150, 200, also richtig schön unten mit den Tischen, richtig schön, wie bei Stand-Up Comedy, halt klassischen Tisch, einzeln, alles mit schönen Stühlen, oben, äh, wie heißt die nochmal hier, Empore. Ja. Genau, also richtig schön. Und dann, du, äh, mit den anderen, also du hast den, den Soundtrack, wie lang, also der Soundtrack ging das, bist du dann geblieben, wie alle durchgegriffen haben? Nee, 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 weil ich, äh, die meisten kamen ja nicht aus Berlin, also die meisten mussten da bleiben oder sind irgendwie in der Stadt rumgelaufen und ich hab immer das Glück, aber ich war jetzt mittlerweile fünfmal da, ich kann halt immer zwischen dem Soundcheck, äh, nochmal nach Hause fahren, mich nochmal konzentrieren, nochmal durchgehen und dann wieder dahin, abends. Das ist sozusagen die große, ähm, Runde, schick angezogen, also warst du dann wirklich dann suit up mit Kawatte? Ja, volle Kanne, ja. Das ist auch so dein normales Arbeitsoutfit, also ist es so dein Outfit, in dem du dich wohlfühlst? Also das ist mein, äh, ja, am Anfang war es extremer als jetzt, jetzt geh ich auch schon mal mit Pulli auf die Bühne, aber ich will immer vernünftig aussehen auf jeden Fall. Da hab ich jetzt wirklich mit, ähm, Weste und Sakko und, äh, Fliege und Schlips und hast nicht gesehen, weil ich wollte halt so auch, äh, ich wollte einfach gut aussehen und da fühle ich mich auch sicherer. Okay. Also wenn ich demnächst auch, ich mach das so je nach Auftritt halt. Wenn es ein großer Auftritt, ein wichtiger Auftritt ist, dann ziehe ich mich auch schick an auf jeden Fall. So nach dem Motto, relaxed, you're dressed. Genau, genau. Kann nichts passieren. Alles easy. Okay. Okay. Ähm, okay, dann warst du also da jetzt Backstage gesessen mit den anderen neun Jungs, ähm, wer war zu dem Zeitpunkt noch da? Also sind von den neun Leuten, die zu dem Zeitpunkt da waren, auch andere Leute weitergekommen? Also hast du mit denen noch, also gibt es da noch Leute, die noch dabei sind? Ja, natürlich. Also was heißt noch dabei sind, ist, also mein Jahrgang war der Jahrgang mit, äh, kennst du jetzt wahrscheinlich nicht, aber die sind in der Comedy-Szene, also die sind schon, die sind jetzt fertige Comedians, die gehen auf Tour. Okay. Der eine ist, äh, keine Ahnung, also Salim Samattu heißt der eine. Salim Samattu. Ich schreib das mal auf, dann die Show-Notes auch. Genau. Salatou, ja. Und der andere ist halt Vincent Fefflin. Vincent Fefflin, okay. Und wir waren so in einem Jahrgang, waren dann auch so, sind dann auch bis ins Finale alle durchgerutscht und haben da immer so unser Ding gemacht, das haben uns gut verstanden und so und die Jungs haben halt richtig durchgezogen und die sind jetzt, also der Vincent hat dann den RTL Comedy Grand Prix im Fernsehen gewonnen. Der ist jetzt, der ist, keine Ahnung, schon seit einem Jahr oder so auf Tour und, äh, richtig geil und der Salim ist sogar so, dass der halt ein bisschen auf Englisch macht und auch die unfassbarsten Connections halt bis in die USA hat. Okay. Also der auch die großen Comedians und so alle klang kennengelernt hat und das ist krass und ab und zu sieht man sich mal, den Vincent hab ich jetzt am Wochenende gesehen, wo der bei einem von meinen Dingern war und den Salim hab ich, mit dem bin ich auch aufgetreten vor zwei Monaten irgendwie, das ist alles so ein kleiner Kreis, also wir drei von diesem Jahrgang war schon so und die beiden sind halt schon, wir sind jetzt, die leben davon. Okay. Ja, richtig geil. Und okay, dann war das jetzt der große Auftritt, du gehst ja auf die Bühne und was hast du dann gebracht, also dieses Gedicht? Ja, das Gedicht hab ich ja, dann durfte ich ja dann nicht. Achso, durfst du nicht. Ja, genau. Also was hast du dann gebracht, was war das dann? Ich hab die, ich hab das, dieses mit der Lachssuppe hab ich gemacht, aber am Ende halt erst, ähm, genau, ich hatte, ähm, ein Ding heißt das, Michael Jackson in der Bäckerei, heißt das und dann hab ich halt so gesagt, wie das wäre, wenn, äh, wenn Michael Jackson halt zum Bäckereien, hab so die Moves nachgemacht und gucken, wie der so die Sachen bestellt und sich dabei dreht und so, dann Moonwalk machen und das war ein Ding und diesen Sängerstreit, der hatte ich dann direkt auch, den Karnackenstreit und halt am Ende dieses Ding, Lachssuppe. Okay. Und das war dein erster Auftritt, großes Publikum, alle klatschen, alle fanden es geil, du erst mal, puh, alles entspannt hinter die Bühne und dann, wie ging's? Genau, und am Ende ist dann, ähm, dann, ich muss doch, ich muss doch noch anfangen. Okay. Weil die, äh, die Penner haben sich, glaub ich, gedacht, dass, mittlerweile weiß ich, dass es ein gutes Zeichen ist, ne, weil die sich beim Soundcheck gedacht haben, okay, das ist Entertainment, der, 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 mit dem können wir die Show anfangen, das ist gut. Ja. Und da hab ich dann, ich glaub, von fünf Mal hab ich, glaub ich, bestimmt drei, vier Mal oder so angefangen. Und, äh, hab angefangen, das heißt, du bist dann schon mal easy going, mein bester Freund war aus Düsseldorf da, der hat mir so, schnell so ein Weizen in, in unsere Sektion da gebracht, dass ich das mal chillen konnte. Dann sind andere neun Leute aufgetreten, am Ende müssen alle auf die Bühne. Ja. Und dann macht Applaus für den, macht Applaus für den. Und dann haben die so ein, ähm, zwei Messgeräte, wo die den, die Dezibel messen, genau. Ja, ja, ja. Und am Ende wird dann halt verkündet, wer weiter ist, ja. Okay, und dann warst du mit dabei? Ja, genau. Also wie viel fallen dann beim ersten Mal noch? Sieben, also es kommen drei weiter. Drei weiter, okay. Du, Vincent und Salim waren dann praktisch die... Wir waren, äh, ich glaub, das ist ja so, wenn du einmal dritter bist, kommst du noch ein zweites Mal, noch ein drittes Mal und dann bist du fürs Jahresfinale safe. Okay. Aber wir sind nicht alle zum, wir haben uns nicht alle beim ersten Mal da getroffen. Also der Vincent war, wo ich das erste Mal da war, schon zum zweiten Mal da. Okay. Genau. Und der Salim kam, glaub ich, eine Show später oder so. Okay. Aber vorm Jahresfinale halt, die drei sind halt. Und wie ging's dann weiter? Also dann wusstest du erstmal, okay, bist gar nicht so scheiße. Die Leute wollen dich. Und wie geht's dann weiter mit der Talentschmiede? Kommen die auf dich zu? Nö, das ist dann wirklich so einfach, ihr seid jetzt weiter und dann selber hast du dann nächsten Monat nochmal. Und dann bin ich wieder weitergekommen, da bin ich dann, glaub ich... Wann ist das ganz langsam? Ja. Du bist auch immer ganz schnell. Also das heißt, die fragen nicht, ob du das nächste Mal wieder kommen möchtest? Nö, das ist von vornherein klar. Wenn du unter den ersten drei bist, musst du nächstes Jahr, musst du nächsten Monat wieder am ersten Freitag da wieder auftreten. Okay, aber mit neuen Sachen? Natürlich. Also nee, die haben gesagt, ihr könnt auch die alten Sachen machen, die euch am sichersten seid, aber ich hab immer neue Sachen geschrieben. Okay, was hast du dann dir überlegt? Du willst ja dich auch irgendwie als Community definieren. Ja, genau. Das heißt, da beginnt ja schon diese Definitionsphase. Was machst du? Welche Lücke willst du da rein? Was war so der Gemeinschaft? Nee, es ist gar keine Lücke. Es ist einfach, also ich würde sagen, das ist einfach mein Humor. Okay. Also was ich lustig finde, finden zum Glück auch die meisten anderen Leute lustig, wenn ich das vernünftig erzähle. Und man kann es auf jeden Fall nicht beschreiben. Man kann, wenn du jetzt meine Sachen gesehen hast, du kannst nicht sagen, das ist hier nur das, das ist das, der macht das. Sondern wenn du so eine Show gesehen hast, musst du halt anfangen zu beschreiben. Du musst sagen, was soll ich dir sagen, der hat gedichtet, gesungen, der hat Schwule nachgemacht, der hat Kanaken nachgemacht, der hat sich selber abgezogen, der hat was gegen Dicke gesagt, der hat so zwischenmenschliche Kleinigkeiten rausgebracht, der hat so ein Ding gehabt, wo es nur um so ein Atmen ging. Das kann ich dir nicht erklären, musst du sehen, aber war geil. So, das hoffe ich halt so. Und dann hast du dann angefangen, einfach wieder Gags zu schreiben. Genau. Und was war so deine Inspiration, wo sagst du, okay, warum machst du genau diesen Gag? Wie kam das? Das sind Sachen, die ich feiere. Also wenn ich zum Beispiel, also die kommen meist, du setzt dich ja nicht hin und denkst dir so, okay, jetzt muss was Lustiges kommen. Sondern du machst dir so Notizen im Handy oder denkst dir so, das war lustig und dann kann man das irgendwie. Oder du hast generell, man ist ja, also die meisten Covidians, glaube ich, sind krasse Kopfmenschen. Das heißt, ich laufe zum Beispiel nur denkend durch die Gegend. Also, aber auch so, aber wirklich schon, ist schon nicht mehr gesund, glaube ich. Also Kopf abschalten geht nicht. Man macht sich über jede, man guckt alles, man beobachtet alles, man achtet auf jede Kleinigkeit. So fahre ich aber vorher auch schon, aber hatte halt kein Ventil, das irgendwie aufzuschreiben und irgendwie schön weiterzugeben, zu erzählen halt. Und jetzt schreibst du ja auf, keine Ahnung, mach mal ein Beispiel. Du läufst jetzt irgendwie über der Ampel und siehst da eine Situation, die passiert oder? Lass mich überlegen, genau. Zum Beispiel. Beschreib mir den Weg, als du hierher gekommen bist. Was ist da dir durch den Kopf gegangen? Also ich bin hier hingekommen, ich bin in die Bahn eingestiegen, da kam direkt einer in der U-Bahn, meinte er, ey Cynic, können wir ein Foto machen? Ach so. Pass auf, super geil, super geil. Das ist eine Frage, stimmt, das hätte ich uns vergessen. Da kam er halt, meinte ich so, weil ich hasse Selfies, ich mach keine Selfies, ne? Das sieht behindert aus. Und dann meinte ich so, ich mach aber keine Selfies, jemand anderes muss machen. Da kam so ein Typ runter, meinte er so, kannst du von uns ein Foto machen? Meinte er, ja, ja. Hat er so geklickt, meinte er so, ist schwarz, hat er die Kappe nicht runtergebracht, ne? Da wollte er die Kappe hoch, meinte er so, ist ihm das Handy hingefallen. Von dem Fremden quasi, von dem der mit mir das Foto machen wollte, ne? Lag da der Akku auf dem Boden und alles und so, Handy war ein Riss drin und meine Bahn kam gerade. Das heißt, er hat kein Foto bekommen, steht einfach mit einem kaputten Handy da und muss dann wieder die Rollstabber hochfahren. Okay. Scheiße, dann saß ich in der U-Bahn und mittlerweile ist ja wirklich, man guckt halt immer so, man guckt immer Leute an und wenn ich merke, die gucken mich auch an, mittlerweile weiß man halt, okay, wie sehen die Leute aus, die dich von YouTube halt kennen, von diesem Battle-Rap. Ach so, echt, ja? Ja, ja. Okay. Und genau, dann bin ich hier umgestiegen, was hab ich denn noch gesehen? Ich hab noch einen ganz gepflegten, schwulen, halbschwarzen gesehen, der so voll übertrieben mit so einem Headset-mäßig ganz laut telefoniert hat auf der Straße. Ja, dann bin ich die Straße lang gelaufen, hab noch so ein Pärchen gesehen, was im Restaurant saß, obwohl es eigentlich voll die sich draußen war, aber die haben sich, glaube ich, so ein bisschen gestritten. Dann war ich auch schon bei deiner Hausnummer, was übrigens super lang gedauert hat, weil ich glaube, es gibt einfach 18 Mal die Hausnummer 70, Alter, von A bis H durch, ne? Was ist das? Okay, du bist also, von welcher Seite bist du gekommen? Von der Schönhauser? Okay, ist mir nie aufgefallen, ganz ehrlich gesagt. Ja, es gibt 70 A, B, C, du denkst, das kann aber nicht wahr sein. Es fängt mit 74 an und du brauchst dann einfach nochmal so zwei Blöcke, bis du bei 64 bist. Okay. Ja, dann bin ich hier in den Hauseingang reingekommen, hab das Schild erstmal gesehen, sah aus wie so ein, was steht da nochmal drauf, Leicht und? Leicht und Faust. Leicht und Faust, sieht aus wie so ein Anwaltskanzlei. Genau. Genau. Und dann, ja, schöner Innenhof, dann hab ich dich da gesehen, ja, und dann hast du mir eine Führung gegeben und jetzt sitzen wir hier. Okay, und das sind jetzt so diese Sachen, die da im Kopf sind, daraus kann vielleicht immer mal Geschichte entstehen oder ein Gag? Nee, aber zum Beispiel du, ich bin ja, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich kenn dich nicht und ich mach das sowieso bei jedem, den ich kenne oder so, immer einmal von Kopf bis Fuß checken oder was hat der für ein Habitus oder so, wie redet der, was hat der für eine Gestik, für eine Mimik und da kann ich von den Sachen, so wie du dich bewegst und wie du redest, kann man auf jeden Fall so zwei, drei Sachen, es wird nicht um dich gehen, aber wenn man so andere Leute nachmacht, du sagst, da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die könnte man da mit in so eine Parodie mit einbauen. Okay, jetzt raus in der Sprache, was ist das Zeug, was bei mir jetzt so dir signifikant aufgefallen ist? Ja, du bewegst dich super viel, also dieses hier, dieses Arme verschränken, da muss man so, dieses, das zum Beispiel kann man so, wenn du jetzt zum Beispiel eine Person nachmachst, die so ein bisschen hektisch ist oder dir irgendwas ganz Wichtiges erklären will, kann man diese Bewegung geil mit einbauen auf jeden Fall. solche Kleinigkeiten. Okay, cool. Ja, ich bin so ein bisschen, das stimmt schon, das werden dir auch Leute bestätigen, die mir einfach zusammentun, ich bin einfach ein sehr aktiver Mensch und ich bin auch, wenn ich Leuten was erkläre oder wenn ich was präsentiere, das macht mein Chef jedes Mal, weil ich bin ein Typ, ich mache drei Kringel auf eine Folie und daran mache ich meine Präsentation. Dann kann ich ein Thema drei Stunden erzählen oder in dreieinhalb Minuten. Bei mir auf den Folien ist kein Content, also wenig Content, sage ich immer so. Ich bin nicht der Präsentator, der sagt, ich lese jede Zeile von der Folie ab, sondern ich bin, die Präsentation bin immer ich und nicht die Slides. Und kommt auch vielleicht daher, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, ich habe so ein bisschen vielleicht einen gemeinsamen Weg mit dir. Ich habe auch früher Theater gespielt, ganz viel Theater gespielt. und ich habe auch in der Schule Theater gespielt, das hat mich interessiert und all die Jahre und dann bin ich irgendwann mit so einem Jugendtheater am Nationaltheater Mannheim gekommen und habe da was gemacht und dann hat mir das aber nicht so gefallen, dann war ich jetzt auch so im kleinen Spatentheater, das nennt sich TX7 in Mannheim, ist auch ein Quadrat, T7, Mannheim kennst du von der Stadt her? Ja, ich kenne Mannheim, aber ich war noch nie da. Okay, Mannheim ist aufgebaut, also es gibt einen Stadtring, einen inneren und einen äußeren und innen drin, in der Innenstadt sozusagen, sind alle, gibt es keine Straßen, es gibt Quadrate, es ist eine Quadratstadt. Boah, du schweifst übelst ab, Alter, worauf wolltest du jetzt hinaus? Ja, wir kommen gleich nochmal zurück, entspann dich. Willst du noch ein Bier haben? Ja, ich nehme noch ein Rad. Komm, ich will noch mal ein Bier. Katrinkeversorgung ist ja immer hier sehr gut, dementsprechend ist kein Thema. Ja, auf jeden Fall Mannheim, Quadratstadt und da gibt es halt irgendwie das Quadrat T7 und da gibt es halt das Theater TX7 und da habe ich genauso wie du mit so ein bisschen Stand-up-Comedy gemacht. Wie meinst du das? Ja, das sehe ich dir gleich. Improvisation, oder? Ja, Improvisation, ganz stark. Ach du liebe Güte. Genau, ach du liebe Güte. Meistens war es so, ein Stück, ein Part von uns war der, wir saßen im Publikum, TX7 passen vielleicht so 40 Leute rein, sag ich mal, sitzen zum Publikum, waren zu viert, zwei Jungs, zwei Wedels und sitzen im Publikum und irgendwie soll es um 8 Uhr losgehen. Ja, und dann ist halt 8 Uhr und nichts passiert. Dann merkst du halt so, die Kollegin von mir sprach dann, sie saß dann irgendwie so schräg hinter mir, sprach dann irgendwie den Nachbar rechts und links und sagt, ey, du kotzen hier, weißt du, 8 Uhr soll es losgehen, nichts passiert hier. Das ist schon eingebaut, ja. Genau, und dann haben wir halt dann, wo das halt aus dieser Gesprächssituation halt sozusagen ist. Dann auf die Bühne. Genau, wir sind dann auf die Bühne und haben noch die Leute probiert, noch mitzuziehen. Haben die Leute das gefeiert? Ja, fanden es gut, weil die waren es halt, das war halt dieser Aha-Effekt für die, gell? Ja. Ja, es pöbelt da irgendjemand in den eigenen Reihen rum, dass es hier nicht losgeht, gell? Ich wäre zum Beispiel, ich glaube, ich wäre dann der Erste gewesen, der hat gesagt, okay, das ist ganz klar gestaged. Das ist auf jeden Fall, ja. Okay. So immer misstrauisch, immer über, ja, also. Aber das ist eine coole Idee. Haben wir so gemacht und dann, ja, hatten wir auf die Bühne und so und das ist halt noch, das Schöne war, immer die Eigengename, die sich entwickelt hatte. Teilweise hast du natürlich dann Zuschauer gehabt, die sagten, ich glaube, wir gehen gleich los, gell? Klar. Und andere sind irgendwie so high-temperate, stehen da rauf und sagen, das kann nicht sein, wenn wir Geld zurückhaben. Wie so ein Experiment, ja. Genau, dann passiert dir nichts und es war eigentlich ganz gut. Zurückzukommen, jetzt, wie ich den Bogen erspanne, ist relativ einfach. Du sagtest, wir waren stehen geblieben bei Sachen schreiben und verschiedene Dinge, die du erlebst und dir notierst. Also bist du so frei, dass du das alles, dass du alle deine Gags und Co. einfach machen kannst, wie du möchtest? Auch die verschiedenen Sparten daraus? Oder wird es irgendwann so sein, wie bei anderen Comedians? Nee. Es gibt halt einmal die Rolle X, einmal die Rolle Y und einmal so. Also der, klar, ich weiß nicht, ob es von jedem, ich habe auch mit dem Vincent darüber gesprochen, weil er halt auch so meint, okay, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so sagen darf, aber es ist halt so, klar, wie bei Musik, wie bei Sport, na, Sport jetzt nicht unbedingt, aber Musik und Film oder was, irgendwann, wenn es kommerziell erfolgreich wird, wird man halt, wollen die Leute gerne einen Stempel drauf machen oder eine Sparte haben. Samuel-Style. Genau, aber, ja, und so Leute wie Oliver Pollack zum Beispiel, mit dem habe ich auch drüber geredet, er hat halt so lange sein Ding durchgezogen, was wirklich freaky ist, gut, strange, aber so lange durchgezogen, bis halt wirklich genug Leute da waren, die gesagt haben, ich feiere das und genau so möchte ich das auch machen. Okay. Es ist nicht so edgy wie bei ihm jetzt zum Beispiel, aber es ist auch nicht, habe ich auch schon gemerkt, in gewissen Reaktionen so, es ist nicht komplett voll massenkompatibel, so mit diesen ganz seichgespülten, weichgespülten, seichten Sachen, aber es gibt auf jeden Fall dafür keine Sparte. Okay. Du willst quasi ... Ich mache alles, was ich möchte und bis jetzt hat alles wunderbar funktioniert und ich hoffe, dass es so weitergeht, auch wenn es mal irgendwann größer wird. Okay. Das heißt, du warst jetzt in diesem Finale mit dabei. Mhm. Wie ist dann dieser Übergang? Also jetzt hast du diese Sendung gemacht, die Leute haben dich gefeiert, alles war super. Wie kommt jetzt dieser Übergang ins Anführungszeichen Professionelle? Ja. Also ich muss ja sagen, da bin ich ja noch gar nicht. Achso, du bist ... Nee, also ich bin ja nicht hauptberuflich Comedian. Achso, das wusste ich nicht, keine Ahnung. Achso, nee, nee, nee. Also ich gehe noch arbeiten und deswegen, also das ist da ausgeblieben. Ich war im Jahresfinale, habe alles gut gemacht, ich hatte auch Auftritte, die wirklich Killer waren, habe auch von guten Leuten und so cooles Feedback bekommen. Aber ich muss dazu sagen, ob denen das jetzt nicht krass genug war oder ob ich jetzt sage, ich bin zum Beispiel auch kein Connector. Also ich rede ungern mit Leuten, wo ich mir denke, hast du nicht so Lust drauf. Egal, ob die vielleicht voll wichtig fürs Business so sind. Okay. Aber nur weil jetzt, keine Ahnung, irgendjemand da eine eigene Show hat oder dich mit einem Anruf irgendwie in ein geiles Format bringen könnte, muss ich ja nicht zwangsläufig jetzt mit dem reden oder versuchen irgendwie sympathisch oder gut zu sein da. Okay. Da kam von denen auch gar nichts und ich glaube, ich war auch einer der einzigen, die dann auch nach nicht in dieser Mixshow, die dann auch bezahlt wird, irgendwie engagiert wurde. Das heißt, ich habe dann erstmal, wie war das, Jahresfinale, Sommer, genau. Und das nächste Mal Comedy ist dann, genau, also bezahlte Auftritte habe ich wirklich erst seit letztes Jahr Oktober oder so. Also dazwischen habe ich ja dann, Battle Rap ist ja dann durch die Decke gegangen und ja und dann, also seit nicht mal einem Jahr werde ich jetzt gebucht und bekomme, habe halt meine Gagen für meine Auftritte und ja. Und wer bucht dich jetzt? Also in welchem Kontext bist du da jetzt irgendwie in diesem Quatsch-Comedy-Kontext? Nein, nein, nein. Portfolio? Bist du, läuft das irgendwie über Agenturen? Wie musst du dir das vorstellen? Nee, Quatsch. Ich habe keine Agentur. Ich mache alles selber. Ich habe meine, ich habe ja auch eine, so wie ich die Battle Rap-Künstlerseite habe, habe ich ja auch eine Comedy-Künstlerseite mit demselben Namen und da in Nachrichtenfach, also schreiben meine Veranstalter an oder Leute, die halt selber in so einer Booking-Agentur auch sind. Ja, und dann merkst du da deine Auftritte. Wie machst du auf dich aufmerksam? Gar nicht. Gar nicht? Nee, also ich will, ich mache, ich habe wirklich wenig, also was Stand-Up-Comedy geht, habe ich wenig mediale Präsenz, also so, hier YouTube und Konsorten, wie ist nochmal der Begriff dafür? Also keine Ahnung, Internetpräsenz nennen wir es mal. Ist auf jeden Fall eine niedrige Frequenz bei den Comedy-Sachen. Ich habe ein paar Sketche, ein paar Auftritte. Die Leute sagen auch immer, warum sieht man nichts. Aber ich habe zu Hause viele Sachen, aber ich will die halt nicht online stellen, weil ich will nicht, dass die Leute die Sachen schon kennen. Ist so ein bisschen kontraproduktiv, aber ich habe halt so wirklich den Traum, dass es ein halbes Jahr sein oder so. Man schiebt die Sachen auch immer noch hinter, weil es mit dem Battle-Rap auch so viel ist und andere Projekte noch da sind. Aber ich will halt das erste Stunden-Special, das erste Solo-Programm, soll halt wirklich direkt knallen und die Leute sollen es nicht alle schon kennen. Und ich habe dann wirklich auch vor, das dann irgendwie richtig rauszubringen. Okay. Genau. Das heißt, du machst auch momentan keine so Snippets als Appetit-Tab und die mal reinschmeißen. Nein. So ist Samuel als Comedy-Mensch. Nee. Also deswegen, die Leute suchen und man sieht ja auch bei Google, dass sie das eingeben und wirklich suchen. Aber man findet halt wirklich, man findet vier, fünf Sachen, ein paar Artikel, so ein Podcast. Aber also von den, sag mal, von dem 50-Minuten-Material, die ich habe, sehen die Leute vielleicht sieben oder so. Okay. Also bewahrst du dich noch ein bisschen. Genau. Ich bewahre mir das, weil ich will in Berlin meinen Solo aufführen, in Düsseldorf meinen Solo aufführen und habe keine Lust, dass die Leute dann das alle schon kennen. Ich meine, die so 100 Leute, 50 bis 100 Leute kriege ich egal wo immer zusammen. Und deswegen brauche ich jetzt nicht verkrampft auf YouTube hier, da, meine Likes da bei Comedy aufbauen und so, dass ich sicherstelle, dass die Leute kommen. Sondern ich mache halt dieses Specials, will ich halt machen, dieses Solo-Programm und will den Leuten dann halt was zeigen, was sie noch nicht kennen. Was ist, hast du dafür im Kopf bei dir so eine Time-Frame? Sagst du, okay, ich mache jetzt noch ein bisschen Auftritte über die Booking-Agentur und mache noch ein paar Geschichten und irgendwann gibt es so einen Zeitpunkt X, wo ich sage, jetzt habe ich so ein Potpourri zusammen und jetzt möchte ich gerne an die rausgehen. Also ich habe mir da keine Deadline gesetzt. Ich weiß aber, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall noch in Düsseldorf so 30 Minuten, was schon viel ist, in meiner alten Location, wo ich mal gearbeitet habe, spielen werde und auch bis November, Dezember einmal in Berlin auch 40, 50 Minuten machen werde. Okay. Und deine alte Location, was heißt das? Das ist die Hausbar in Düsseldorf, in der Düsseldorfer Altstadt. Kenn ich über, ja. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Restaurant und Bar und ich bin mit dem Besitzer halt immer noch cool und mit dem Betriebsleiter da und die haben da mittlerweile, haben die da öfter mal so, was dir auch gefallen würde, bestimmt irgendwelche Pianisten oder Gitarristen, weil die haben da so eine kleine Bühne aufgebaut und so, haben also alles da für so Live-Nummern und ja, und Düsseldorf ist sowieso, ist ja meine, ich wohne ja da, der Laden wird ja auf jeden Fall rammelfol. Okay. Und cool, das heißt, da ist dann für dich so der Durchbruch in deiner Homebase sozusagen? Ja, nicht mal Durchbruch, weil die wissen ja sowieso, die kennen ja alle diese Battle-Rap-Nummer schon. Okay. Das wäre, das Ziel ist dann einfach nur, das dann auch auf selbe Level irgendwann. Auf selbe Level zu kriegen, okay. Und in Berlin, wo willst du das da machen? Ja, auch im Laden, wo ich arbeite. Ich arbeite in einem Café hier in Prenzlauer Berg. Okay, wie heißt das? Das ist eine super, super, Kaffee-Schneiderei heißt das. Kaffee-Schneiderei. Ja, super schnuckeliges Ding, so ein Nachbarschaftsding halt. Sehr, sehr schön. Und da ist halt für so, ist halt ein super klein, da passen glaube ich 30 Leute rein, aber du weißt ja selber, wenn es, kennst du ja vom Theater, wenn es ganz eng ist, dann ist es super geil. Also das, genau. Und das wollen wir da auch machen, genau. Okay, und dieses Jahr noch? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall noch dieses Jahr. Da musst du auf jeden Fall Bescheid sagen, dass ich da auf jeden Fall vorbeikomme. Würde mich echt interessieren. Jetzt angenommen, also zurück zum Kommen zu dem, zum Vincent und zum Salim. Die sind, weil du schon sagtest, die sind jetzt schon Solo-Comedy-Künstler, also die haben quasi den Durchbruch geschafft. Sind die beim Quatsch-Comedy-Club angestellt? Nee, also die haben da die, also der Vincent hat mit wehenden Fahnen die Talentschmiede da gewonnen, da kamen natürlich Leute auf den zu. Klar. Dann hat der, haben die gesagt, hör mal zu, wie sieht es mit Material aus? Ich glaube, der hatte gar nicht so viel Material, der hatte wenig Material, aber das war halt Killer. Aber da brauchst du, du brauchst ja eine Stunde, mehr als eine Stunde, die du halt im Solo irgendwann spielen musst, ne? Hat zu wenig Material gehabt, glaube ich. Und dann haben die ihn eingeladen, das nächste, nach dem Quatsch-Comedy-Club ist halt der RTL Comedy Grand Prix. Okay. Da kommst du halt dann rein. Und den hat der auch mit wehenden Fahnen sowas von glasklar gewonnen. Und danach ist halt wirklich so, dann bist du im Fernsehen. Der war bei TV Total, da gab es TV Total noch, was das ultimative Sprungbrett war. Dann gehst du von 2000 Likes auf einmal auf 20.000 Likes, hast auf einmal eine Fanbase und kannst direkt eine Tour machen. Okay. Also da bist du direkt, dann bist du einfach auf einen Schlag quasi so wirklich gemacht, bist du fertig und bist dann hauptberuflich Comedian. Okay. Und der Salim hat dann ein Jahr später gewonnen, den RTL Comedy Grand Prix. Genau. Jetzt hingst du quasi hinterher. Jetzt häng ich quasi hinterher, genau. Von der, aber ich hab mir das andere halt aufgebaut. Es ist nicht das, womit ich am Ende meinen Lebensunterhalt verdienen will, aber also mehr in dem anderen, was ich halt mache, Battle Rap halt zu machen, mehr geht halt nicht. Komm mal gleich. Das passt schon ganz gut. Ich bin da auch geduldig, weil ich weiß, dass es auf jeden Fall, auf jeden Fall genauso wird. Okay. Genau, Comedian. Das heißt, du bist jetzt quasi so in der, ja, in der, in der, in der Starting-Phase. Das heißt, du nimmst jetzt langsam Aufwind auf. Genau. Ich hab jetzt zum Beispiel, was zum Beispiel für mich ein Riesenerfolg ist, Oliver Pollack hat eine eigene Show in Berlin am Schlesischen Tor in der Baumhausbar. Creepy Comedy Club heißt das. Okay. Da war letztens auch Sumuncu da und, also sind schon, sind alles etablierte Leute. Also ich mach, ich bin jetzt seit nicht mal einem Jahr werd ich dafür bezahlt und ich war, glaube ich, immer noch keine 50 Mal auf einer Bühne. Okay. Was ein normaler Comedian innerhalb von zwei Monaten macht. Echt? Ja. Ich mach's halt super sein. Ich hab halt wirklich nur die Sachen gemacht. Wie gesagt, Einzelkind. Ich hab halt, ich hab halt mein Material wirklich nicht auf diesen Open Mics geübt, sondern Quatsch, Comedy Club Talentschmiede. Bei Nightwash war ich beim Talent Award und bin da mit Material hingegangen, was ich vorher nirgendwo geübt hatte. Ich hab's nur zu Hause geübt, für gut befunden, bin da hingegangen. So. Das zum Thema, das ist ein bisschen unorthodox so. Ja. Aber ich halte das so für richtig und so mach ich das einfach. Erfolg gibt ja auch recht, oder? Ja, bis jetzt, ja. Bis jetzt ist es wirklich gut gelaufen, aber das ist halt auch zur Frage, dass man sich fragt, ja, aber wenn das und das so gut läuft, warum bist du da noch nicht da und da? Nee, das passt schon alles. Ich mach das, ich hab keine hohe Frequenz an Auftritten. Jetzt am Wochenende hab ich zwei an einem Tag gehabt. Das war, hab ich, hab mich ein Kollege überredet zu zwei Open Mics. Okay. War sehr, sehr gut, weil ich hatte neue sieben Minuten, die ich probieren wollte. Wo war das? Das eine war im Kukabura. Was ist das denn? Das ist ein extra Comedy Club, Alter. Das ist ein Schönhauser Straße. Hier an der Ecke da unten, also Richtung Torstraße? Lass mich überlegen, ich kenn mich hier super schlecht aus. Auf jeden Fall sind wir, nee, wir sind mit der U-Bahn gefahren von hier Eberswalder bis Sehnefelder. Sehnefelder Platz, genau. Dann ist das Ding an der Ecke, ja? Da, genau, da stand ich schon ganz oft davor. Ja. Und hat mich gemütet, da steht ja auch Comedy Club. Ja, genau, extra Comedy Club, genau. Die haben sonntags halt immer Open Mic. Okay. Aber es ist nicht Open Mic, sondern du musst halt wirklich da hin und dich halt eintragen. Also da kann nicht jeder einfach so spontan auf die Bühne. Da waren wir, glaube ich, 13 Leute oder so. Und dann, ja, habe ich da mein Material getestet mit einem Kollegen zusammen und sind dann dann noch einen weitergefahren ins Opolov oder Omoltov, so ein russischer Name zu Chips und Joghurt. Das ist in Neukölln, auch ein Open Mic, was immer sonntags ist. Und habe dann nochmal dasselbe Material halt vor anderem Publikum nochmal durchgegangen und das war super. Wie, hat das, hat das Publikum, also war das Publikum unterschiedlich? Gibt es verschiedene? Ja, natürlich. Erzähl mal, was ist da der Unterschied? Also wir haben jetzt auch so ein bisschen Klischee, Neukölln und Prezlade. Ja, 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 aber so war es nicht. Nee? Nee. Also Neukölln, das Publikum, da war, da sahen einfach, einfach nur, lass mich lügen, von 20 bis 40 so, alle easy going, keiner jetzt übertrieben aufgestylt. Schön, alle saßen mit Bierchen, ist auch super liebevoll und gemütlich gemacht, richtig schönes Licht, geile Atmosphäre. Einfach viel Liebe im Raum gewesen so. Und Kukabura hast du schon gemerkt, okay, das mit Spotlight, du stehst auf einer richtigen Bühne, die Leute sitzen einzeln an Tischen, das ist so klassischer, das Ganze. Aber Publikum, also Material hat bei beiden gleich geil gezogen und die einen lachen aber ein bisschen anders als die und die anderen zeigen Sympathien ein bisschen anders als die, weil die Kukabura waren ja halt auch ein bisschen gesetzter und ja, so kann man das. Das heißt also, in Berlin gibt es dafür auch eine richtig große Szene. In Berlin gibt es die, deswegen bin ich ja hier hingezogen, es gibt die größte, es ist die größte Szene in Deutschland, das ist Mecca, was Bühnen angeht. Okay. Ja, gerade Stand-Up-Comedy, also es ist auch hier im Berliner, sag ich jetzt mal so Untergrund, entwickelt sich super viel und viele versuchen auch so ihr eigenes Ding zu machen, unabhängig von dem Rest von Deutschland so ein bisschen. Das ist so eine Berliner Comedy-Szene, dass die sich einfach, dass die, und es gibt hier super viele gute, talentierte Leute, die da auch das Zeug dazu haben. Hast du das vorher gewusst, also als du dich mit den Sachen beschäftigt hast? Also ich wusste, bevor ich den Quatsch-Comedy-Club angeschrieben habe, wusste ich, okay, wenn Bühne, dann geht ja nur Berlin. Okay. Und danach kommt dann halt Köln, aber Köln ist mir zu nah an Düsseldorf und ist schon gut. Also ich bin hier alleine hingekommen und für das, was ich mir da vorgenommen habe, ist das, glaube ich, besser gewesen. Okay. Und wusstest du auch, dass dann so viel passiert? Also hast du dir so Sachen auch mal angeguckt im Vorfeld? Nein, ich habe mir nie irgendwas angeguckt. Das erste Mal habe ich wirklich so einen Raum gesehen, auch für die Stadtpalaster. Echt? Mhm. Das klingt ja unkommerzial, aber irgendwie cool. Also ich habe auch meinen bester Freund, der sagt auch immer zu, also der vor dem Auftritt sagt, ich bin voll nervös und so, sagt er, mach dir keine Sorgen und so. Dann sitzt er da halt mit seinem Bierchen und lässt mich so meinen Auftritt machen, dann klappt das alles und danach kommt der, ey, sagt der immer zu mir, weißt du, was machst du da eigentlich? Das ist Amok. Wie eiskalt standst du da? Du hast das noch nie gemacht und dann stehst du da und das klappt alles. Und das ist ja super oft schon so passiert, ne? Und er sagt dann auch immer, ey, es ist krank. Es ist so Risiko. Krank warst du immer. So geil. Also der feiert das halt volle Kanne. Ja, ja. Einfach dieses Mindset, einfach sich zu denken, ne, ich brauche da nicht jemanden zeigen, wenn ich das für gut befinde, dann passt das auch. Ist nicht Usus und ich werde es auch so nicht durchziehen können. Und gerade sagen, es geht halt irgendwann nicht mehr, gell? Genau. Und, aber bis jetzt fühle ich mich auf jeden Fall darin bestätigt. Aber das klingt ja auch, dass du eine gute Selbstreflexion hast. Das heißt, also eine gute Selbstreflexion plus, das ist ja nicht nur das, sondern, dass du auch als, in der Selbstreflexion als eigenständige Person, die quasi nochmal neben dran steht, das Ganze betrachtest. Genau, genau. Also es ist, es hört sich jetzt übelst behindert an, aber ich habe wirklich eine super Selbstreflexion. Also ich weiß, was ich, genau was ich kann, genau was ich nicht kann. Und ich verlasse mich, weiß jetzt mittlerweile, wusste ich vorher nicht, ich bin einfach mit den Sachen auf die Bühne gegangen, wo ich meinte, dass, wenn ich das bei jemand anders hören würde, würde ich es voll feiern. Und das mache ich halt. Und ich habe voll Glück, dass es wirklich die Leute auch krass feiern. Und dass es mittlerweile auch so ist, dass man so eine kleine Handschrift auch hat und das einfach, also man macht, wenn du 30 Auftritte hast und 28 davon waren gut und zwei waren so mittelmäßig, dann gibt, dann heißt das, dass du lustig bist, dass du gut bist. Ja, das ist eine absolut gute Quote. Ja. Also du hast natürlich bei so ein, das ist ja so ein Stück weit so Stand-up-Comedy auf solchen Bühnen, ist es ja auch ein Stück weit so, ich treibe mal das Schwein auf die Bühne und dann tanz jetzt, gell? Genau, genau. Du musst, die Leute sitzen da, haben gezahlt, machen die Arme zusammen und so jetzt. So, jetzt komm, genau. Genau. Hüpfen springen. Ja, und genau das mache ich. Okay. Genau das mache ich. Ich springe nicht so, wie die sich das vorstellen, aber ich springe so, dass sie es trotzdem, dass sie immer noch sagen, okay, war ein Sprung. Bist ja auch eine Type, muss man mal so sagen. Also jetzt von deinem äußeren Erscheinungsbild ist es jetzt nicht so, dass du jetzt der aussiehst wie jeder andere. Du bist ja auch, hast ja auch ein bisschen krass matischer Mann und siehst ja auch ein bisschen anders aus und dementsprechend, ich glaube, das ist auch so ein Vorteil für den Wiedererkennungswert. Wiedererkennungswert, Monster, gar keine Frage. Aber auf der Bühne spielt es eine Riesenrolle, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe auch, ich weiß auch, dass ich arrogant rüberkommen kann, dass ich auch so abwertend reden kann. Und wenn du dazu noch so aussiehst, dann halt, kann sich auch unsympathisch machen und dann bist du als Comedian verloren. Das heißt, du musst schon so die Waage finden und ich will aber auch nicht sympathisch wirken, das ist nicht meine Comedy so, das ist ein super schmaler Grad, weil ich mache zynische Sachen auf der Bühne, teilweise böse, aber sind so lustig, dass die Leute irgendwie doch lachen müssen. Und sobald, also genau, das weiß ich noch, bei meinem ersten Quatsch-Comedy-Auftritt, hatte ich halt dieses Ding mit Michael Jackson, das ja damals der coolste war und dann in der Bäckerei dieses Ding. Und da dachte ich mir, nee, wenn die mich auf der Bühne sehen und ich diesen Anzug an habe und so aussehe, wie ich aussehe, dann denken die bestimmt, ich halte mich für den coolsten. Dann habe ich extra in diese Michael-Jackson-Nummer eingebaut, wie halt damals so in Russland bei seinem Konzert, bei dem Jubel, einer umgefallen ist. Dass die sehen, okay, der lässt sich ja auf den Boden fallen und kann ein bisschen so, dass ich mich nicht zu ernst nehme. Das waren so die ersten Gedanken. Okay. Und wie ist so der Kontakt zu deinem Publikum? Also beobachtest du ganz genau Leute, wie sie sich verhalten oder nimmst du, pickst dir verschiedene Typen im Vorfeld raus und sagst, okay, das sind drei verschiedene Typen Menschen und ich gucke, wie die reagieren und auch da gucken, wie weit kann ich pushen? Ja, nee. Ich bin noch nicht so weit, dass ich das Publikum wirklich angucken kann. Also ich habe meine Sachen, klar, ich gucke die Leute an, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich wirklich die Gesichtsausdrücke zum Beispiel jetzt aufsaugen kann oder mir ein paar Leute rauspicke. Also ich kann nicht, weil ich bin noch zu sehr auf den Text und auf mein Timing fixiert, dass ich wirklich, ich kann auch Lacher noch nicht, obwohl ich weiß, da kommt hundertprozentig einer, weil ich schon oft gemacht habe, kann ich immer noch nicht genießen, weil ich immer noch im Kopf habe, okay, wie geht es dann nochmal weiter? Echt? Ja, also so drin bin ich halt noch nicht, das macht halt die Routine irgendwann, deswegen das ist der Nachteil davon, wenn du nicht so oft auftrittst, da beneide ich auch die anderen für, aber es wird schon besser auf jeden Fall. Am Wochenende jetzt zum Beispiel, das erste Mal habe ich die sieben Minuten gespielt, das war ein ganz neues Material, habe gesehen, die lachen. Okay, gut. Beim zweiten Mal wusste ich, okay, bei den Stellen lachen die bestimmt auch, haben sie es gemacht und dann konnte ich zum Beispiel schon eine Sekunde länger und ein paar Gesichter angucken. Okay. Okay, so. Das heißt, du arbeitest langsam hoch, okay. So, jetzt, ich glaube nicht, dass du es machst, aber ich frage die Frage trotzdem, guckst du, beliest du dich den ganzen Thema, guckst du? Ich lese nichts. Genau, das dachte ich mir schon. Ich dachte, du machst das, ich habe gedacht, du bist der Komödiez, dann sagst du, fuck the world, was die alle machen. Ignorantes Arschlein. Genau, ich lese jetzt nicht hier, wie werde ich Comedian in drei Schritten. Meinst du jetzt das oder meinst du generell oder zur Thematik? Ich meine jetzt zur Thematik Comedian. Achso, doch, ich lese ja, also ich habe wenig Bücher gelesen, ich würde sagen, vielleicht so 20, wenn es hochkommt, aber davon waren auf jeden Fall fünf, also von meinen Lieblings Comedians, die Bücher. Achso. Nicht, was die Materie betrifft, so how to be funny oder so eine Scheiße, sondern die Comedians, die ich halt geil finde, von denen halt. Was sind das für Comedians, die gut finden? George Carlin, ist für mich der größte Comedian aller Zeiten. Er hat über 50 Jahre auf einem unfassbaren Level einfach weltbewegende Comedys, unfassbar. Ja, Chris Rock, gibt es was drüber zu lesen, ein Kollege hat mir ein Buch ausgeliehen über Steve Martin, der auch, den man eigentlich nur so aus so Dödel-Comedys kennt und keiner weiß eigentlich, dass es ein Comedianschitz, Multitalent und Genie war so, also bühnentechnisch und so. Ja, das sind so, und da gibt es ein geiles Buch über den Comicstrip, eine der bekanntesten Open-Mic-Keller oder Kellergewölbe aus den USA halt. Ja, solche. Wo ist dieser Comedian? Lass mich nicht lügen, ist das Los Angeles oder New York, eins von beiden? Ich glaube aber, ich glaube, es ist New York, glaube ich. Okay. Ja, genau. Aber das ist halt auch, das ist dann, weil mich das interessiert, aber das ist jetzt nicht, es geht ja nicht darum, okay, also es hat mit der Materie nichts zu tun. Okay. Inwiefern ich jetzt irgendwie, also mit meinem Comedian-Dasein oder mit meinem Fach hat das jetzt nichts zu tun, weil es einfach nur, es ist nur so Fan-Literatur quasi. Okay. Hätte ich, hätte ich dich jetzt auch nicht zugeordnet. Ich hätte nicht gedacht, du hast so einen Ding holst, so ein Typ bist du, glaube ich, nicht. Okay, cool. Das heißt, du machst es ganz viel durchs Ausprobieren. Also ausprobieren in deinen eigenen vier Wänden, wie du selbst reagierst, wie du es feierst durch ihre Selbstrefektion, dann bringst du es auf den wenigen Veranstaltungen, wo du jetzt schon warst, auf die Bühne und dann kannst du jetzt auch schon die Leute beobachten und generierst daraus dann neue Sachen, okay. Ja, das ist ja echt abgefahren, ja. Ja, es ist krass, was sich alles im Kopf abspielt. Das kann man sich nicht vorstellen. Also mit der normalen Präsentation oder mit irgendwie, also es ist wirklich, es ist unfassbar, was alles im Kopf da passiert. Du hast bestimmt, wenn du diese Auftritte machst, natürlich auch ganz viele Freunde von dir im Publikum. Holst du dir von denen das aktive Feedback? Na, das Einzige, was ich immer frage ist, weil ich weiß, dass ich so ein bisschen nuschel und schnell rede. Das tust du ja? Ja. Das Einzige, was ich halt immer frage ist, kann man alles verstehen? Das ist immer meine erste Frage. Kann man alles verstehen? Aber weil ich auf der Bühne halt diese Angst habe, dass ich so, wenn ich normal rede, nuschle ich halt ein bisschen und sehr schnell, spreche ich auf der Bühne halt überdeutlich. Und deswegen sagen die, nee, man war alles gut, war super deutlich und das ist mir das Wichtigste. Und dann, ich meine, die kommen sowieso immer und sagen, Dicker, das war lustig, das war geil. Also ich frage jetzt nicht so, wie fandst du das oder das, sondern das Feedback kommt automatisch, weil die kennen mich ja. Das ist ja der Grund, warum ich podcaste. Das ist für mich auch Sprachtherapie, weil ich habe das gleiche Problem wie du. Bei mir im Kopf sind so viele Informationen, die aus meinem Mund raus müssen. Mein Mund ist aber zu, also einfach, mir schadet nicht zu langsam. Und dann habe ich den gleichen Effekt wie du, dass ich unheimlich anfange, extrem schnell zu sprechen und zu nuscheln. Und viele deuten das auch als Fluchtreaktion, was ich, was gar nicht für mich... Nee, ist auch nicht, man will einfach so viele Informationen wie möglich ganz schnell rausbringen. Genau, richtig, das ist so ein Thema. Das hilft aber in anderen Bereichen, um jetzt mal den Bogen zu spannen. Du machst ja jetzt ja nicht nur Comedy, du hast es vorhin schon ein paar Mal erwähnt, dass du da auch auf dem Level so langsam zu einer anderen Geschichte rangehen möchtest. Thema Battle Rap. Ich glaube, wir müssen da ganz von Adam und Eva anfangen, weil, wie gesagt, ich habe auch jetzt nur ein bisschen da rumrecherchiert und nur den ganzen passiven Eindruck da mitgenommen, plus die paar Videos, die ich gesehen habe. Ganz generell, was ist Battle Rap? Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit deiner Hörerschaft hier aussieht, deswegen fange ich mal wirklich... Dreijährige, Niveau, Dreijährige und Manager, weißt du ja. Okay, also, nee, also ich gehe davon aus, also der Großteil der Menschen hat den Film 8 Mile gesehen, mit Eminem. Wer den nicht gesehen hat... Ich zum Beispiel nicht. Okay, wer den nicht gesehen hat, Battle Rap ist, es ist eine Bühne, es ziehen sich zwei Leute gegenüber als Gegner, beide haben ein Mikrofon in der Hand und es wird gegeneinander gerappt. Das, was man normalerweise auf Tracks hört, Rap ist ja jedem Begriff, schneller Sprechgesang, der sich reimt, ist halt dasselbe als Duell. Hat irgendwie, lass mich nicht lügen, 70er, 80er oder was in den Staaten angefangen, dass man sich dann anschaut, sich zu prügeln, das halt irgendwie lyrisch löst, ne, lyrische Duelle, ist dann immer krasser geworden und ist halt, das Ganze kann man a cappella machen, a cappella heißt ohne Beat, das Ganze kann man auch mit Beat machen und das nennt sich dann halt Freestyle. Das heißt, wenn der Beat läuft, musst du dir in der Sekunde halt die Wörter überlegen, gucken, dass sich das reimt und gucken, dass du in acht Takte alles reinkriegst, dann muss der Gegner darauf reagieren im Optimalfall, was du gerade gesagt hast und das ist halt das zum Thema Kopfgeschichte. Acht Takte. Heißt wirklich, wie schnell ist der Beat, acht Takte? Das ist also, gefreestylt wird, kann man sagen, auf so 90 BPM Beat. Okay. Genau, so 90 bis 94 oder was, weil das so eine vernünftige, alles was schneller ist, dann wird es schwierig mit dem Denken hinterher zu kommen und dann ist es auch scheiße zum Zuhören. 90, 94 BPM ist, ich würde sagen, die Geschwindigkeit, wie du sprichst. Oder? Nein, ich spreche schneller. Du sprichst schneller, okay. Also so wie ich jetzt spreche, so bin ich im Rap nicht. Bist du da langsamer oder schneller? Langsamer. Okay. Ja, weil ich bin so mehr der, ich kann halt nicht so gut rappen wie die anderen, ich habe aber böse Lines, also böse Sprüche halt und die müssen dann halt pointiert wirklich deutlich kommen. Okay. Das ist ja aber auch so eine Verbindung zur Comedy, weil da geht es ja auch um, im Prinzip auch um Art Punchlines. Das sind ja halt Wortwitze mit Pointen, die ja wirklich ähnlich dem Battle Rap ja sind. Ja, aber Battle Rap, deswegen fand ich dein Intro auch so geil eben, wo du sagtest, ja, man denkt eigentlich, da geht es nur so um Mutterficken und so und ist aber gar nicht so. Also es ist schon, ich weiß nicht, was du da gesehen hast, aber es ist schon zum Großteil, ist es schon unter der Gürtellinie und schon hardcore ein bisschen. Aber wie gesagt, man kann sich auch seine Feinheiten daraus und es ist auch schön, dass du zum Beispiel gesehen hast, okay, bei dem oder dem steckt ein bisschen mehr dahinter, das ist ein bisschen cleverer, das ist nicht ganz so plump. Also das ist ja genau der Punkt, weil das ist halt, andersrum, vielleicht fange ich so an. Battle Rap, also wer Battle Rap macht, ist automatisch kein guter Rapper, weil da fehlen ja ganz viele Komponenten. Battle Rap ist ja bloß der lyrige Text, kein Beat, keine Musik, kein, was weiß ich, Videos mit Autos. Das ist ja A Cappella Battle Rap und diesen Freestyle Battle Rap auf dem Beat. Also das muss auf jeden Fall, das stimmt auf jeden Fall so nicht. Das heißt, also ich bin da schon so mit die Ausnahme, weil die meisten, die Battle Rap machen, rappen auch so, sind Rapper. Ach so, okay. Ja, sind alles Rapper. Deswegen kriege ich ja auch immer so viel zu hören nach dem Motto, hör mal zu, du kannst nicht mal richtig rappen, das ist scheiße, wo sind die ganz vielen Reime und so. Weil die meisten, die leben Hip-Hop halt richtig, ist ein richtig krasses, ernstes Ding auch für die meisten und ist eine richtig krasse, geile Kultur auch. Und ich bin halt super spät dazugestoßen. Und klar merken die das und denken sich so, aber mittlerweile ist es so easygoing, die wissen schon, dass ich das auch ernst nehme und ich tue auch viel für diese Battle Rap-Kultur. Aber die meisten davon, also so gut wie alle, sind halt richtige Rapper. Okay. Also die können alle krass rappen. Du bist die Ausnahme. Also ich bin jetzt so, wenn ich überlege, bin ich die einzige Ausnahme, die jetzt auch, also die so extrem quer eingestiegen ist, ohne jemals ein Mikrofon in der Hand gehabt zu haben, ohne jemals gerappt zu haben oder gefreestylt zu haben. Und jetzt auch, ohne danach noch irgendwie rappen zu üben oder Tracks zu machen oder so, da bin ich auf jeden Fall der Einzige, glaube ich. Du sagtest ja vorhin, du bist ja über diese amerikanische Hip-Hop-Battle Rap-Szene da eingestiegen. Ja. Das heißt, du warst einfach nur Konsument, du hast es einfach nur gefeiert, du hast es angeguckt und wie kommt man dazu, dann selbst das zu tun oder hast du da Texte geschrieben? Nee, das ist ja das Geile gewesen. Also ich war ja, wie gesagt, Flashback zurück, Mallorca. Ich denke mir, okay, ich ziehe nach Berlin. Da war ich in Berlin, zwei, drei Wochen und habe halt meinen lieblingsdeutschen Battle Rapper halt gegoogelt. Wer ist das? Greg Pipe heißt der. Greg? Greg Pipe. Wie Gregor? Gregor. G-R-E-G. Ja. Piepe halt. Greg Pipe, okay. Also ich dachte, wie Greg Pipe dachte ich. Ja, genau, weil der Gregor heißt. Okay. Greg Pipe, Greg Pipe. Okay. Und den habe ich halt gegoogelt und sehe so Greg Pipe gegen Tierstar. Und die haben früher schon mal gebetalt, irgendwie 2009 oder 2008 oder irgendwie sowas. Und ich dachte, da gucke ich so, aber sehe ich so 2013. Da habe ich meine Kindergartenfreundin angerufen und meinte so, Kerstin, hör mal zu. Hier steht Rapper Mittwoch Berlin. Was ist das? Meinte, ja, das ist so eine Hip-Hop-Veranstaltung, da battlen die. Ich meinte so, krass. Und dann bin ich mit ihr da halt hingegangen und dann habe ich das erste Mal halt das live vor Ort gesehen. Ich kannte das, ich wusste, ich habe das Format, das kannte ich gar nicht. Also ich war so auf einem Ami-Battle-Rap-Film, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es seit drei, vier Jahren da auch in Berlin so ein krasses Ding gibt. Das war da auch schon groß. Nicht so groß wie jetzt, aber auch schon krass groß und erfolgreich. Da kam ich halt da hin, der ganze Raum voll, 500, 600 Leute. Die fangen da an zu freestylen und du warst ja selber live da. Dann weißt du ja, wie das aussieht und wie laut es sein kann, wenn jemand was Krasses sagt auf der Bühne. Ja, das hat mich halt voll geflasht, als jemand, der halt Ami-Battle-Rap-Fan ist und selber sich für Wortgewand hält. Und da meinte ich halt zu ihr, ja, das versuche ich auch mal. Da habe ich dann zu Hause hingesetzt und versucht, Sachen zu schreiben und versucht zu freestylen. Und habe beim Freestyle halt gemerkt, okay, kopftechnisch, da machst du ganz kleine Fortschritte. Also unmöglich ist es nicht. Ja, und also Leute beleidigen und reimen konnte ich schon immer. Und darum geht es ja. Okay. Darum geht es ja beim Battle-Rap. Ich habe das so, mir ist das auch so aufgefallen. Ich habe ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Affinität dazu, ist vielleicht übertrieben. Aber ich höre halt gerne Musik, das ist einfach so. Natürlich auch viel Englisch, also hauptsächlich Englischsprachig, aber doch das eine oder andere Deutsche auch. Und da ist mir immer ganz wichtig, im Deutschen hat mehr der Text als die Musik. Und ich merke das bei mir auch, wie sich dann im Kopf so ein bisschen die Worte aneinander reimen. Also vielleicht jetzt lyrisch gereimt, vielleicht nicht auf dem höchsten Niveau. Aber wie das dann auch so… Ja, du arbeitest aber im Kopf. Genau, ich arbeite halt ganz… Du bist nicht reiner Konsument. Genau, wie das dann läuft. Aber ich finde es halt krass, wie da wirklich die Battle-Raps so passieren. Wie viel wirklich gute Lyriks, die erstmal spontan kommen müssen, weil natürlich ein Gain auf den Gegner. Plus vielleicht auch die Kombination, dass man zu Hause, wie du schon sagtest, so ein paar Texte schon mal geschrieben hat, wo man weiß, man hat so eine Art, in der IT würde man sagen, Framework. Also so ein Grundgerüst, wo ich so ein paar Faktoren verändern kann, um gegebenenfalls das mit meinem Stil plus das, was er gesagt hat, zu verbinden. Ja, aber das funktioniert so nicht. Also das Einzige, was es da wirklich gibt, ist, dass du halt irgendwann weißt, okay, das reimt sich auf das. Aber so ein generelles Gerüst in einem Freestyle geht halt nicht, weil der sagt in der ersten Sekunde irgendwas, was du noch nie vorher gehört hast und dann musst du ja irgendwie mit arbeiten. Also mit Rahmen geht da nichts. Aber wenn du eine A Cappella machst, wo du es vorher geschrieben hast, wo du dich vorbereitest, dann geht das. Aber im Freestyle geht das eigentlich nicht. Du kannst dir Lines zurechtlegen, so zwei, drei Dinger pro Freestyle-Schlagabtausch, die du bringen kannst, wo du weißt, dass sie gut sind. Aber sonst ist es wirklich halt einfach spontan. Es ist einfach in der Sekunde oder manchmal nicht mal eine Sekunde, es ist eigentlich krank. Und als du jetzt auf dieser Veranstaltung warst, hast du gesagt, das kannst du auch, bist nach Hause gegangen, hast ein paar Texte geschrieben. Wie bist du dann wieder zurückgekommen? Bin dann, genau. Und das Geile bei dem Ding ist, hast du ja selber gesehen, jeder kann halt auf die Bühne gehen. Genau, das hat mich so ein bisschen gewundert. Wo sind die Leute? Und du meldest dich und darfst, du hättest auch auf die Bühne, jeder kann auf die Bühne gehen. Da hätte ich aber nur vier Reime sagen können. Hier geht ja der Peter mit seinem Katheter, rockt 30 Meter durch den Äther und dann wäre, so, jetzt steht ich aber da, jetzt fehlt mir der Rest. Aber wenn du das noch ein bisschen schneller gemacht hättest, je schneller und desto undeutlicher, denken die Leute, boah, das war geil, das könnte gut. Und dann hört aber keiner, dass später Peter dabei war. Ja, genau. Also darum sage ich jetzt, lübische Reime sind jetzt vielleicht nicht auf höchstem Niveau, aber würde gehen. Ja, aber jeder kann auf die Bühne und ich war dann halt da und habe so einen Text geschrieben, so einen Rap-Text geschrieben, um den halt in dieser Cypher, also in dem Anfangsding, wo halt jeder rappen darf. Also was heißt denn Cypher? Cypher ist ursprünglich einfach ein Kreis von Rappern, von MCs, also von Rappern halt, wo jeder halt, wo ein Beat läuft und jeder hat so seinen Part. Keine Ahnung, acht Takte, 16 Takte oder so. Jeder, wir stehen im Kreis, wir sind noch zwei, drei Leute, dann rapp ich halt so 16 Takte und dann rappst du 16 Takte, genau. Also so ein bisschen, kommt das ein bisschen aus dem Blues? Das kann ich mir nicht vorstellen, weil Cypher ist ja, Blues, da hast du ja Künstler auf der Bühne oder Bands auf der Bühne, aber Cypher ist ein explizives Hip-Hop-Ding, weil MCs, die im Kreis stehen. Okay. Ja, das ist halt eine Cypher. Okay, und dann warst du jetzt bei dieser Cypher da? Genau, dann hat er erstmal gefragt, wo sind die MCs? Da habe ich mich nicht gemeldet, weil ich dann auf einmal wieder Angst hatte, weil ich mir dachte, krass, ist das Hass, wie vor jedem Auftritt, wo du denkst, ist das gut genug, passt das nicht? Und dann haben die Mädels, mit denen ich da war, haben mich dann einfach nach vorne geschubst und auf mich gezeigt und ich sehe halt, wie ich aussehe, ich bin halt 1,90 und sehe so aus und dann sagt er so, sagt er sich, okay, wenn die Mädels auf den zeigen, hole ich den hoch und dann hat er mich hochgeholt und dann dachte ich mir, okay, scheiße, jetzt muss ich, ne, da habe ich meinen Text gerappt und, ähm. Was war dein erster Text? Um was ging's da? Boah, mein erster Text, ich wusste ja, okay, ich kann nicht so gut rappen, ne, wie die anderen, das heißt, ich muss was Lustiges schreiben, ich muss was Entertainendes schreiben. Okay. Genau, und da habe ich mir überlegt zu Hause, ähm, weil ich auch Englisch feiere, dass ich anfange auf Englisch und dann, weil die Leute wissen, die kennen mich ja nicht, die denken, okay, da rappt einer auf Englisch und dann mache ich den Switch auf Deutsch. Okay. Ne, also habe dann auf Englisch angefangen und dann irgendwann, und das Geile war, direkt vor mir ist einer aufgetreten, der auch Englisch gerappt hat. Nur rein Englisch? Nur rein, aber war Englisch. Genau, nur Englisch, genau. Und ich hatte in meinem Text eingebaut, ja, äh, aber der Switch war dann so, äh, make, make some noise, aber weil ich auch cool bin, kann ich es auch auf Deutsch. So, ne, das wäre mein Ding gewesen, da war er aber vor mir dran und dachte mir so, ne, da wusste ich auch auf der Bühne schon, dass es irgendwie klappt. Bin auf die Bühne und hab dann halt gesungen, ja, make some noise und weil ich nicht wie der bin, gibst du Scheiße auch auf Deutsch. Ach so, okay. Und das war natürlich noch mehr Effekt und da war schon mal der erste Jubler so, da waren noch ein, zwei lustige Sachen dabei und dann, äh, dann darum geht's halt, dass du das in den Text kickst. Also, wenn du nicht der krasseste Rapper bist, musst du halt zwei, drei geile Lines drin haben, wo die Leute halt feiern. Okay. Und das war halt dabei, da hat er mich halt gefragt, ob ich battlen will, hab ich mich nicht getraut, weil ich nicht so genug, gut genug vorbereitet war. Und dann beim nächsten Mal war ich dann voll vorbereitet, über vorbereitet und hab dann, dann, ab dann ging's direkt, da war ich direkt im Finale und, äh, ab dann, ja. Ja, und wenn du relativ spät zur Szene kamst, die Gegner, die du hattest, waren die schon länger im Geschäft? Alle, ja. Also, die haben auf jeden Fall schon, alle haben schon vorher gerappt und, ähm, aber, äh, klar, sind auch Newcomer dazu, wo ich jetzt so einen Monat da war, kam natürlich auch nochmal jemand neu, aber als ich halt da war, war ich an dem Abend auf jeden Fall der einzig Neue. Wann war das? Was ist jetzt, ja? Das war im, äh, das war im, äh, Januar, Januar 2014. Okay. 15.01.2014, die Daten vergisst man noch nie. Okay. Und, ähm, gegen wen, weißt du noch, gegen wen du da... Na klar, ich weiß nur alles. Okay, echt? Okay. Ja, ja. Weil vorhin warst du schon bei diesen ganzen Geschichten, ah, weiß ich nicht mehr und da und da und hier. Ja, aber das ist ja... Okay, dann erzähl mal. Also, das war, ähm, dann bin ich halt, beim nächsten Mal musste ich wieder in die Cypher. Okay, also du musst jedes Mal dann praktisch so... Die ersten zwei Male, ja, weil der erste Mal hat er mich gefragt, willst du battlen? Hätte ja auch ein Glückstreffer sein können. Meinte er, okay, Cypher, bin ich wieder in die Cypher, hab ich einen Text gebracht über, ähm, über Smarties, äh, aber als Drogenersatz nach dem Motto. Okay. Weil ich bin so ein bisschen anti-Droge, ne, und dann hab ich halt gesagt, ja, was für Dingsmus, was für Koks, ich hab Smarties, die blauen sind dafür, die roten so. Hab ich halt einen Smarties, lustiger Text, auch, kam auch wieder super an, hatte mich wieder gefragt, wenn du willst, willst du battlen? Meinte so, ja, Mann. Ne, und dann hab ich mich, hab ich mich voller, ich war wirklich gut vorbereitet. Wie kann man sich auf so ein Battle-Rap vorbereiten? Ja, zu Hause lässt du ein Beat laufen, dann, äh, dann freestyles du, dann legst du dir ein paar Lines zurecht, wo du denkst, okay, das sind gute Punchlines, dann ist ja... Moment, was ist eine Punchline? Ja, Punchline ist jetzt zum Beispiel, also Punchlines sind, äh, Sätze, die halt treffen. Ja? Ne, also normal, boah, alter. Ist ein, ich ficke deine Mutter, ist das eine Punchline? Ähm, es ist, es ist eine Punchline, wenn da vorher noch irgendwie was anderes kommt und das im Freestyle kommt. Aber so, das reine Wort ist halt keine Punchline. Okay, was ist dann, mach mal beide. Ähm. Was müsste ich zu dir sagen, dass du mir eine Punchline gibst? Dass ich dir eine Punchline gebe? Ja. Ne, gebe ich nicht. Oh, wahr. Nein, nein. Ne, aber ich meine, ähm, ja, Punchlines hätten, was, Sachen, die treffen zum Beispiel. Mhm. Du hast, äh, schon ein paar graue Haare. Genau, wenn du das übergewichtig bist. Du bist übergewichtig, du hast einen Kreis und einen Haarausfall, dein Bart ist nicht komplett, äh, solche Sachen. Ja, okay. Also da kann man, da kann man dann böse Sachen zu sagen. Also du sagst, das machst du also... Sachen, die treffen. Die treffen, also wirklich dann, wo du sagst, auf den Typ, auf die Person. Ja, oder es gibt auch generelle Punchlines einfach. Zum Beispiel, ähm, was du zu jedem sagen kannst, weil es ja nicht persönlich ist, äh, sagst du, äh, hat einer mal gebracht, ähm, äh, stille Wasser sind tief wie das Loch deiner Mutter. So, ist halt ein schöner, wenn du einen schönen aufbaust, ist das gut. Mhm. Er hat gezogen, kannst du aber theoretisch zu jedem sagen. Mhm. Ne, und, ähm, ja, es gibt Punchlines, die jetzt, es gibt auch Punchlines, die einfach jetzt keinen konkreten Gegnerbezug haben, aber anhand des, des Impacts, des Eindrucks oder der Reaktion von der, von den Leuten, weißt, merkst du halt, dass es eine Punchline ist. Okay, das heißt, du kannst, also wenn du jemanden gegen jemanden battle rappst, kannst du ihm nicht die ganze Zeit Punchlines geben? Natürlich kannst du die ganze Zeit. Ach so. Es gibt Leute, die, die versuchen immer nur Punchlines zu machen. Ja. Und es gibt Leute, die, äh, die machen ein bisschen Story, dann bauen die ein bisschen auf, dann, äh, Punchlines, dann, äh, ein bisschen was Lustiges, dann auf einmal, dann, äh, es gibt auch diesen Real Talk, heißt das zum Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel ich gegen dich battlen würde und es heißt, in zwei, äh, in zwei, äh, in zwei, äh, battlest du den Peter, ne? Dann setze ich mich, dann gucke ich, wer ist der Peter und so, finde alles, finde vielleicht ein paar Sachen raus, treffe irgendwie zum Zufall eine Ex-Freundin von dir, die erzählt mir so immer zu, der Peter, der schnarcht oder irgendwie sowas oder der isst gerne, keine Ahnung, äh, irgendeinen fiesen Joghurt oder was, ne? Und dann, ähm, stelle ich mich halt im Battle vor dich und mach nicht Lustiges, sondern erzähl dir ernsthaft, hör mal zu, du, ich, ich, ich weiß ganz genau, du hast schon ein Kind und dann hast du deine Ex-Freundin geschlagen und du schnarchst und so, aber ohne lustig, sondern Real Talk, ernst, ne? Ernste Fakten halt. Deswegen, also es gibt, man kann super viele Sachen machen. Und, ist das, nutzt man jetzt in Kombination, weil, also ich sag mal so, dieser Real Talk heißt ja, du musst dich auf diesen Gegner vorbereiten. Muss man sich, also, ist das essentiell bei dem ganzen Thema? Also es gibt ja, wir sprechen ja von zwei verschiedenen Sachen. Das, was ich jetzt gemacht hab, ist dieses, das nennt sich Battle Mania. Okay. Ne? Du gehst da hin in die Cypher, dann hast du die Vorrunde, was du gesehen hast, wo gefreestylt wird. Im Halbfinale freestylst du nochmal, machst nochmal einen Text und das Finale ist dann schon A Cappella. Das heißt ohne Beat, ne? Das ist dann, das sind vorgeschriebene Sachen. Okay. Und dann gibt's diese Dinger, die reinen A Cappella-Bettles mit Vorbereitung. Das heißt, okay, hör mal zu, Sinek, wir haben hier den Peter, heißt das überhaupt Hecko oder Hetschko? Eigentlich, du bist schon richtig, eigentlich wird's Hetschko gesprochen. Eigentlich ist es Hecko, genau. Okay. Sinek, du wählst jetzt hier MC Hecko in zwei Monaten, weiß ich Bescheid, alles klar. Und dann schreib ich vor, du schreibst für mich vor und dann treffen wir uns beide dann nach zwei Monaten, gehen auf die Bühne, so hauptkampfmäßig und bringen dann gegenseitig unsere geschriebenen und auswendig gelernten Lines gegeneinander. Okay. Genau. Das heißt, das ist dann nicht, okay, das ist dann wirklich nur rein aufeinander geschrieben, also praktisch auf dich zugeschnitten, die Sachen und da merkt man auch, dass die verschiedenen Leute verschiedene Styles haben. Ja, genau. Okay. Volle Kanne. Und das ist halt, wie gesagt, erster Abend, da war ich halt, hab ich den Text gemacht, hab ich gesagt, ich will battlen. Erste Runde hatte ich einen Gegner, ich hab ja noch nie vor jemandem gestanden. Ja. Ich hab ja immer nur zu Hause. Ich glaub, das ist auch nochmal ein krasser Unterschied. Da dachte ich mir auch in der Sekunde, ey, du Idiot, da hättest du mal wenigstens mit irgendjemandem, du kennst ja ein paar Leute, just for fun mit ein paar Freunden oder so, ne. Auf einmal steht ja da jemand gegenüber, der auch was zu dir sagt und du hast ja noch nie was gesagt bekommen. Ja. Und es war zum Glück jetzt, war, war das nicht so krass und das war aber, was auch krass war, das war so ein Beat, das ist in sechs Jahren Rapper Mittwoch der schlimmste Beat gewesen, den man, den es jemals in einem Freestyle gab, weil der hatte einfach keinen Takt. Der DJ hatte irgendeine Scheiße aufgelegt. So ein Offbeat-Ding. Ja, man konnte da drauf nicht, es war unmöglich darauf zu freestylen. Okay. Und ich hatte aber eine, wie war das nochmal, ich hatte eine Line, eine Line vorgeschrieben oder vorgedacht schon mal für dieses Freestyle-Ding. Und genau, das ist eine ekelhafte Punchline gewesen. Wir haben so rumgeeiert und so, weil keiner auf den Beat klarkam und da war klar, okay, wer jetzt die Punchline bringt, der gewinnt am Ende auch das Battle. Und dann habe ich halt gesagt, nur weil ich nicht nett aussehe, heißt nicht, dass ich nicht zu bock, zu bock, ich fick deine Mutter in den Hals, bis die Blut kotzt. Und das kam halt so, geil, war Punchline, er war abgefuckt und Leute haben ein bisschen gejubelt und dadurch habe ich halt das Battle gewonnen. Und ja, im Halbfinale dann wieder Freestyle und dieser Halbfinale-Freestyle war dann schon wirklich legendär. Also der ist heute immer noch legendär und das waren, da habe ich das erste Mal in Sekundenschnelle gekontert und ich dachte mir selber so, wo kam das jetzt her? Und die Leute kannten mich ja noch nicht und das war so laut, also wenn ich dir das Video mal zeige. Das muss ich verlinken, wie war das Video? MC Mike, gegen MC Mike. Gegen MC, also Szenik gegen MC Mike, ja? Genau. Das ist einfach nur, das ist so krass gewesen. Da kommt ein Konter nach dem anderen und das Haus platzt, das ist so laut gewesen. Und dann bin ich dann ins Finale eingezogen und habe dann einmal kurz meinen Text vergessen sogar oder zweimal sogar in Beinemann von Nervosität. Wie nennt sich das? Choken. Choken, Choken, ja genau. Wirken, Choken, genau. Habe ich dann wirklich zweimal gechokt. Die Leute haben aber trotzdem für mich gewotet, weil mein Inhalt ein bisschen besser war, glaube ich. Und auch dieser Newcomer-Bonus da war. Aber die Jury, du hast ja auch ein Gremium da von etablierten Leuten, die haben dann halt gesagt, nee, geht nicht. Da haben die ein Veto eingelegt und dadurch hat er dann das Ding gewonnen. Aber ja, und seitdem ging das ja nur so weiter. Also bin ich dann immer wieder gekommen, bis ich dann irgendwann so ein A Cappella-Battle angeboten bekommen habe. Habe das dann auch gewonnen und dann bist du so fest drin. Und dann bauen dich auf einmal die Likes auf und dann bis zum jetzigen Status halt so. Jetzt ist die Spitze. Wann hast du denn gemerkt, dass du jetzt also auch diese Facebook-Seite brauchst? Ja, das war krass, weil das Ding ist, du bist halt das erste Mal da und dann schreibt dich der Host, also der Veranstalter schreibt dich an und sagt, hör mal zu Cynic, bist du nächstes Mal wieder dabei? Moment, ganz kurz. Cynic, wie kommst du zu diesem Künstlernamen? Ach, super easy. Also gibt es drei Gründe für. Cynic bedeutet ja zynisch. Genau. Und das ist ja genau meine Art. Dazu kommt noch, dass ich früher einen guten Freund habe, der DJ war, dem ich dieses Wort, der wollte halt ein cool klingendes englisches Wort haben. Da habe ich ihm das ausgesucht. Er hat das genommen, um ihn so ein bisschen zu ehren und da habe ich einfach aus dem C halt, C-Y-N-C, habe ich dann meine Initialen genommen, S-S, deswegen Cynic. Okay. Also super easy und wo war er stehen geblieben? Hat dich angeschrieben wegen der Facebook-Facebook? Genau, hat mich angeschrieben, genau, meinte so, hör mal zu, Dicker, du brauchst eine Facebook-Seite für Fans. Meinst du, was denn für Fans? Ja. Wie? Meinte er, ja, du wirst Fans bekommen. Da dachte ich mir so, hä, krass, hast du eine Seite eingerichtet, hast du ein Foto genommen und so und dann kam, wurden die Serie ausgesucht. Und dann hatte ich wirklich so, weiß ich noch, nach einem, wie war denn das nochmal, nach einem Monat oder so, da habe ich eine Messe in Düsseldorf gehabt und war beim Catering-Unternehmen und die meinten so, ey, krass, deine Rapper-Seite hat mehr Likes als wir. Und das waren 323 Likes. Okay. Und da war ich stolz drauf. Das war richtig krass. Ja. Ja. Und jetzt, ja, dann, je länger du das machst, desto mehr wird es natürlich immer, ne, wenn du das in so einer hohen Frequenz machst. Ja, ist echt krass. Hätten wir, also jetzt mittlerweile ist ja so, ey, oder sollen wir das chronologisch machen? Ja, erzähl doch mal, wie du machst. Ja, weil, also das fängt so an und ich weiß noch, im ersten geplanten A Cappella-Battle habe ich meinen Gegner sogar damit gedisst, dass ich schon in so einem kurzen Zeitraum 700 Likes habe und er erst nach ein paar Jahren, er ist 1000. So. Okay. Das war für mich so ein Qualitätsmerkmal, so, ne. Und ist es auch in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise, aber natürlich verzerren klickst du ja auch. Und jetzt, wenn mir da jemand gesagt hat, okay, du hast irgendwann 15.000 und du verkaufst deine eigenen T-Shirts, deine eigenen Pullover, du hast Autogrammkarten, du hast Sticker und du musst jeden Tag Fotos machen und du bist in Wien, du bist in der Schweiz und egal, wo du in Deutschland bist, du wirst erkannt. Und Rapper, die du selber feierst und aus dem Fernsehen kennst, kennen dich alle, hätte ich dir ja für behindert erklärt, ne. Hätte ich ja gesagt, ihr seid doof. Das ist halt nicht greifbar, so, ne. Aber das Geile ist, dass es das wirklich alles peu à peu wirklich in geil getaktet so langsam aufgebaut hat. Es war nicht so wie bei, es gibt ja auch diese YouTube-Scheiße, wenn du irgendeinen Clip reinstellst und über Nacht ist der dann auf einmal, dann kommt der gar nicht mehr klar. Sondern es war alles schön und es ist ja jetzt auch nicht richtig, es hat mit Promi jetzt nichts zu tun, aber es ist schon anders als vorher auf jeden Fall. Und siehst du dich da auch selbst, dass du, also, wie ich dich einschätze, ich glaube schon, dass du weißt, dass du einen guten Job machst, aber hättest du gedacht, dass du so einen Impact hast? Ne. Also, weil du kommst straight in die Szene, da gibt es irgendwie Leute, die machen das schon seit Jahren und sind irgendwie gut und dissen dich noch, weil du kein echter Ripper bist, sondern du machst halt, ja, deinen lyrischen Sprechgesang und bist eigentlich so die Ausnahme. Ja, ne, wusste ich nicht, aber ich wusste, also wissen auch nicht, aber ich hab immer schon, egal wo es war, in der Schule, beim Fußball oder so, immer schon miese Sprüche halt gehabt und war halt schlagfertig und so, jetzt nicht Trendsetter-mäßig, aber schon, wir haben so eine Clique gehabt, ein paar Leute, wenn du so kleine Redewendungen hast schon gemerkt, okay, die übernehmen das gerne. Das heißt, oder beim Fußball, ich war ein relativ guter Fußballer und hab in der Schule, selbst, wo ich in der Schule war, schon so, nicht Fans gehabt, aber so, zwei, drei Mitschüler, die so, hey, wenn der Samuel das sagt, dann ist das so, ey, lass mal so, also so Mini-Fans. Genau. Und deswegen wusste man schon, ist das so irgendwie so ein Selbstverständnis drin gewesen, dass man das eventuell könnte, aber klar, vor 700 Leuten, dass du dir zum Ausrasten bringst, damit rechnet ja kein Mensch. Ja. Ne, aber, wenn du das dann öfter machst und immer und immer wieder, denkst du dann irgendwann, aber da hast du ja nicht irgendwie einen Punkt, wo du denkst, okay, jetzt bin ich krass. Ja. Ne, aber du denkst dir, okay, das zieht und jetzt, da kannst du dich die Sachen ausprobieren und das nochmal ein bisschen auf die Spitze treiben und machen und mittlerweile, hab ich meine Art halt krass gefunden, bin angekommen, werd respektiert, gelte so als Nummer eins momentan, ne, und, ähm, das ist einfach krass. Wie, also, das ist mir auch aufgefallen in diesen Videos, wie stark ist dieser Faktor, respektiert zu werden, also das schwingt bei mir so als Außenstehender mit, das ist das A und O, also, ich hab gedacht, so, man ist eher so verfeindet, also, ich muss immer sagen, ich finde es ein bisschen abwertend, so, wenn dann irgendwie Hip-Hopper, Deutscher, X gegen Y, da irgendwie, da irgendwie sich da gegenseitig, möchte gern so ein bisschen kappeln, ich weiß nicht, ob das Marketing ist oder ob das wirklich, ob das wirklich so ist. Ähm, und ich hab so das Gefühl, auch in dieser Veranstaltung fand ich das, wie du schon sagtest, man ist krass aufeinander, also, man muss sich das auch mal anhören, was man da von jemandem gesagt bekommt, das ist ja wirklich Sachen, wo ich sagen würde, normal nicht, ja. Boah, krass, das ist da, ist so als normal denkender Mensch, würde ich sagen, ich würde ja am liebsten direkt ins Gesicht treten, ne, aber das ist halt ein Sport und ich muss das jetzt auch aushalten, weil ich ja auch, ähm, wie so Boxkampf, ich muss auch einstecken und austeilen können. Und der Moderator, der proklamiert das ja auch, der sagt, Respekt steht hier über allem. Und, weil du sagtest, Respekt in dieser Szene, bedeutet das wirklich, dass es einem wichtig, dass man da so eine Gemeinschaft ist oder wie muss ich mir das vorstellen, okay, das hat nur dieser Respekt, dass man sich halt nicht irgendwie so anfeindet wie hier Deutschrapper 1 gegen 2. Also, das zweite fällt schon mal ganz weg und mich hat das auch gar nicht, weil ich wusste ja, okay, ich bin kein Hip-Hoper, ich bin kein Rapper, ich bin nicht da, um mir Freunde zu machen, ich hab mittlerweile so viele geile Sachen erlebt und geile Leute kennengelernt und ich bin in der Szene mit drin und so und, ähm, das ist einfach nur, also ich hab, um Respekt geht's mir überhaupt nicht, aber das Geile ist, wenn du halt irgendwann Respekt von Leuten bekommst, die dich am Anfang, äh, gehatet haben, die am Anfang gesagt haben, hör mal zu, nee, der ist, das ist scheiße, was der da macht, das ist nur Comedy, der redet nur, das ist Kacke. Und wenn die dann nach zwei Jahren, wo du nur Gas gibst, hinkommen und sagen, äh, Dicker, ich bin zwar immer noch der und der Meinung, aber man muss ehrlich sagen, ist schon krass, was du machst. So, das ist halt geil, da geht man aber nicht nach, das kommt irgendwann und dann denkt man sich, okay, das ist schön, aber Respekt, also ich hab auch, äh, ist ja so, ist ja mein Dingsbonus, mein, äh, nicht alter Ego oder so, aber zu meinem Namen gehört ja dazu, Cynic aka Mr. Respektlos. Also ich bin, das sagen auch super, Mr. Respektlos halt, ich hab einmal so ein paar Text, äh, Textzeilen gehabt, wo ich halt immer wieder das Wort wiederhole und dann ganz böse Sachen sage, ne, weil das so Teil meines Humors und Teil meines Charakters auch ist und, äh, deswegen tritt das das eigentlich so ein bisschen mit Füßen, aber es ist ja nur jetzt auf meine, auf meine, auf meine bösen Battlelines bezogen und darum, dass ich, dass ich, dass mich auf der Bühne wirklich halt nicht, nichts juckt, ne, dass ich auch nicht vor nichts halt mache und, äh, äh, ekelhaft bin als Gegner so, genau. Es ist da auch ein, es ist ein Stück weit auch Kunst, einfach so ekelhaft zu sein, gell, weil man es den Gegner erschwert, dann nochmal, Stiefel, noch ein Stück tiefer nochmal gehen. Ja, du musst dem, ja, du musst dem das so unangenehm wie möglich machen und das Ding ist, du kannst ja, und das ist Schublade sein, du kannst ja, es geht ja immer ekelhaft, auch tote Kinder hier, aber du musst ja ekelhaft sein, aber trotzdem, äh, musst du ja irgendwie die Balance finden zwischen, äh, es ist schon ekelhaft, aber irgendwie ist es trotzdem lustig, aber irgendwie punch das auch. Anstatt jetzt nur zu sagen, ja, deine Verwandten sind alle tot und hier so, also man muss schon das clever machen. Gibt's da so eine No-Go-Area, gibt's da so einen Ehrenkodex? Es gibt eine einzige Sache, die nicht geht, das ist, äh, also, klarer Rassismus. Okay. Ne, also, wertender Rassismus. Es ist im Battle Fallen, äh, diese Worte, also, ich mag, ich mag das überhaupt nicht, also, dieses Hautfarbenwort halt so, aber, ähm, wenn ich mit einem anderen, äh, äh, dunkelhäutigen Battle, ja, ist das schon mal gefallen, aber nicht als, äh, so, Endpunchline, sondern einfach als Zwischenwort so, ne, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht die Punchline. Und es gab halt einen Fall, wo ein Rapper wirklich da war und der weiß war, hat gegen einen Schwarzen gebattelt und hat dann wirklich, der hat vorher gegen mich zweimal gebattelt, ich hab den zweimal rasiert, hat das dritte Mal da gebattelt, hat gegen einen richtig Schwarzen gebattelt in Hamburg und hat dann wirklich als Punchline benutzt, äh, warum bekomm ich hier immer nur die, äh, und das hat sich halt auf, äh, Trigger, äh, äh, Spitter, Hitler gereimt. Und hat dann gesagt, ja, was für Hitler, warum komm ich hier hin und krieg immer nur die Bams und das, äh, geht halt überhaupt nicht, weil das ist, das ist wertender Rassismus, ne, du kannst sagen, äh, geh Baumwolle pflücken, uh, 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 mach Affenlaute, Kokosnusswitze, weil das ist, äh, das ist irgendwie lustig, aber wertender Rassismus und du kannst auch nicht, ich hab auch schon ein Battle gehabt, das war ein bisschen grenzwertig gegen den Türken und meinte auch so, ja, geil, Alter, endlich mal einen Kanacken, geh zu deiner Mutter in den Wohnwagen, schon ein bisschen böse, äh, aber ich würde dann, hätte dann niemals gesagt, äh, äh, bah, 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 und deswegen bist du ein scheiß Drecks-Türke. Und sowas geht halt nicht, weil das ist wertender Rassismus. Das ist das Einzige, was im Battle nicht geht, ne, was klar nicht geht. Und dann ist wirklich Grauzone, also für mich ist das so, das geht nicht und alles andere ist erlaubt. Viele sagen aber, nee, ich mach keine Mutterleins, äh, wenn jemand Verwandter gestorben ist, dann mach ich das nicht und so, die haben dann so, dann haben sie ein paar Abstufungen so. Also das heißt, das ist ja auch mal eine Form von Respekt. Also bestimmt, ähm, ich kann mir das schon vorstellen, die Kunst ist es ja dann, wenn du eben nicht diese, deine Mutter oder Familienkirche machst, dann trotzdem gut zu sein mit anderen, guten Punchlines, das ist ja eigentlich schwieriger. Das ist schwieriger, also eigentlich finde ich das, das bessere Level. Es ist ganz klar das bessere Level, es muss halt so ein, ab und zu eine Mutterlein passt schon so, aber, ähm, es gibt da Leute, die können nur das, auch auf einem geilen Level, aber da ist dann irgendwie der Horizont ist dann nicht, ist halt nicht gut, also das ist Scheuklappen-mäßig, die haben halt keine Möglichkeit, sich irgendwie künstlerisch zu entfalten. Die sehen das aber, glaube ich, auch ganz anders, weil ich sehe, ich bin, sehe mich als Künstler auch und die sehen sich wirklich als, als Rapper, als, die rappen geil, die bringen geil miese Punchlines und ich habe auch wirklich schon, äh, also ich gehe mit Worten gerne und gut um, auch wenn ich jetzt die ganze Zeit nur schläge. Ähm, weil du gerade sagtest, gegen Hautfarbe, ich habe ein Battle von dir gesehen, hast du gegen Asiaten irgendwie, ähm, sprach. Ja, das war richtig, das war. Und da ging es aber auch schon so. Das war, genau, das war, und da war, das war zum Beispiel so, für mich, also ich war ja sein Gegner und das war ja wirklich so quasi wie, also ich nur, Thailand-Sachen hier, Essen bestellen, äh, deine Augen und, äh, keine Ahnung was, nur auf klein und Thailand quasi und gelb und er wirklich nur auf groß, schwarz und, für mich hat er da nicht übertrieben, aber es waren Leute im Publikum, ähm, äh, auch bekanntere Leute, die halt meine Hautfarbe haben, die den danach, äh, äh, nicht attackiert haben, aber schon so ein bisschen bedroht haben. Und sie meinten, hör mal zu, Digga, das geht so nicht. Und das ist halt irgendwie, ich finde das lächerlich, weil wenn ich, zum Beispiel, wenn ich auf der Bühne, wenn ich schon sage, hör mal zu, das geht klar, weil ich eine andere Toleranzschwelle habe, dann können die im Publikum, zu denen er das nicht mehr sagt, nicht einfach sagen, hör mal zu, ich bin aber auch schwarz und so, das war, der hat schon krasse Sachen so gesagt, er hat es auch nicht so gut gemacht, es waren leider wenig lustige Sachen dabei, sonst wäre es noch was anderes gewesen, weil ich, was ich gesagt habe, das war nicht nur brutal, sondern einfach auch wirklich, die haben sich totgelacht und er musste auch so schmunzeln, ne. Und, ähm. Was war da? Kannst du dich an eine Leine erinnern? Boah, was waren da alles, ey. Das war echt viel. Ähm, da gibt's diese zweite Runde von diesem Battle, ist halt, das ist wirklich, das ist, das ist nur, das sind nur Punchlines, also das ist, äh, keine Ahnung, da drehe ich, ähm, lass mich überlegen, äh, äh, bück mich halt auch, weil er sehr klein war, zu dem runter, äh. Also auch mit Körper, gehst du? Ja, ekelhaft, richtig ekelhaft halt, mit einem ganz ekelhaften Gesichtsausdruck zu dem runterbeugen, wo er es dann auch, wo er dann wirklich auch mich wegstößt, so nach dem Motto, weil das ist halt ekelhaft. Was will der machen? Der kann nicht größer werden, das ist scheiße, wenn einer zu dir runterbeugt, fühlst du dich kacke, ne, kannst du ja nicht machen. Und, äh, sag ich, also, was ist das, hm, Jackie, wie ein kleines Kind, hm, erzähl doch mal, hm, was ist das für ein Gefühl, äh, wenn jeder Bordstein einen zum Stolpern bringt und du auf den Boden klatscht, hm? Oder was ist das für ein Gefühl, wenn du voll auf mich draufläufst und deine Stirn gegen meinen Hoden klatscht, so, und ich rede mit dem wie mit einem Kind und beug mich noch zu dem runter. Das musst du erst mal drei Minuten aushalten, danach ging es halt nur auf die Größe und auf Thailand und hier und da und er halt halt so mit, äh, mit Sklaverei und afrikanischen Dörfern und Peitschen hieben und so. Also, äh, ich fand's in Ordnung, er hat's ja nicht gut gemacht und, aber ich fand's auf jeden Fall akzeptabel so, aber ein paar, äh, schwarze Dörfern fand das nicht so lustig. Okay. Aber das ist ja eine Sache, ich glaub, das ist auch so ein, so ein Punkt, was ich jetzt sehen würde, klar, jetzt im normalen Leben würde ich das genauso, äh, schlecht finden und boykottieren, würde sagen, ey, das ist einfach, das macht man nicht, Punkt. Ja, ja. Ähm, ich find diese Bühnensituation ist was anderes, weil das ist eine Sache zwischen dir und ihm. Genau, genau. Und ich finde auch irgendwie falsch, ähm, dass sich dann Leute, die im Publikum stehen, die nicht direkt beteiligt sind, das auf sich projizieren. Genau, ist auch falsch, deswegen sag ich ja auch, das war auf jeden Fall nicht korrekt, was sie gemacht haben und ja, manche Leute haben halt diese Toleranzschwelle nicht und der ist in Berlin, Berlin ist ein anderes Pflaster, äh, Hip-Hopper sind eine andere Spezie, Männer sind eh, äh, äh, haben eh ein bisschen, äh, manchmal dicke Eier und ein krasses, äh, krasses Eherempfinden und so. Weil es dann halt, also ich hätt's an seiner Stelle auch, ich hätt's erstmal anders gemacht und zweitens auch nicht so krass, weil ich weiß doch, ich bin, das ist nicht meine Stadt und, äh, da werden viele Hip-Hopper sein, dass, dass da ein paar Haufen schwarz rumlaufen ist, müsste dem auch klar sein, aber rechtfertigt auf jeden Fall nicht deren, deren Reaktion so. Okay, ähm, wenn du sagst, Berlin, also der war jetzt nicht aus Berlin, der, der, der kam, äh, kam ja nochmal her, aus irgendeinem, äh, schlimmen Dorf in Bayern, ich, weil, der Name weiß nicht mehr. Ja, das wusstest du, dass du gegen den Battles? Ja, ja, Ober, nee, nee, nicht Oberschleus, ja, ja, klar, ich hab ja alles, da recherchiert man ja. Achso, okay, das war ja so ein, das war ja so ein A Cappella-Battle, das war das erste Battle, das erste A Cappella-Battle, was ich angeboten bekomme. Okay. Ich hab da ein paar Mal dieses Turnier mitgemacht mit Freestyle und so und hab mir gesagt, wir haben einen Gegner für dich für dein erstes A Cappella-Battle. Und das war halt er, da guckst du direkt bei Facebook, wo kommt der her, was, Nürnberg und dann so ein Dorf bei Nürnberg, ein kleiner Thailänder, der aus Nürnberg kommt, da brauch ich ja nicht mehr, mehr brauch ich ja gar nicht nachforschen. Okay, dann wusstest du, hast ja quasi, da baust du in deinem Kopf schon die Geschichte und die Punchlines und dann. Das hat dann gereicht, also da ist ja das so, das ist so viel optische Angriffsfläche, da brauch ich, da brauch ich ja nicht mehr irgendwie nach Familie gucken oder sonst irgendwas oder mir irgendwas Krasses aus dem Arsch ziehen geht, braucht man da gar nicht mehr. Aber das ist ja auch interessant, weil es ist ja extrem oberflächlich, so die Angriffsflächen, also du nimmst ja halt die Easy-Targets, gell? Genau, aber es hat bei ihm gereicht, aber ich hab's ja so gemacht, ich hab ja, genau, du kannst dir Easy-Targets nehmen, aber dann musst du Lines bringen, die die zu dem Thema noch nicht gehört haben. Okay. Ich hätte jetzt nicht da hinkommen und da sagen können, ba 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 ba, rumgesessen, fungenessen und deswegen seid ihr Leute, die Hunde essen. So, da hätten die Leute nicht geklatscht, weil okay, ja, Thailänder, Asiaten essen Hunde, lustig. Aber musst du halt andere Sachen bringen oder das anders ausschmücken halt. Und wenn du dann, du musst ja dann auch auf den eingehen, also jetzt gerade im Battle-Rap, was er gesagt hat und das dann verwenden und dann… Nee, im A Cappella-Battle muss ich das ja nicht. Achso, muss nicht. Das sind ja, er hat drei vorgeschriebene Sachen, ich hab drei vorgeschriebene Sachen. Okay. Leute, die richtig gut sind, machen halt am Anfang ihrer geschriebenen Runde noch einen kleinen Freestyle-Konto auf das, was er gerade gesagt hat. Okay. Aber richtig darauf eingehen kannst du nicht, weil du hast ja deinen geschriebenen Text. Okay. Das sind auch die, die dann etwas länger gehen, die… Ja, genau, die gehen lange, ja. Okay. Dreimal drei Minuten bis dreimal sechs Minuten. Okay. Ja. Und, okay, zurück zum Battle-Rap zu kommen. Das heißt, wenn du dann jetzt jemanden battlest und der dann was sagt, ist ja die Kunst darauf einzugehen, oder? Beim Freestyle, ja. Beim Freestyle ist das, also ist das so eine Regel oder ist das ein Optimal? Das ist keine Regel, aber jeder weiß, das ist das Schwierigste. Okay. Und das wird auch dementsprechend durch Jubel… Am meisten gefeiert dann, okay. Und was mir aufgefallen ist, ich habe da ein bisschen durchgescrollt, man merkt dann so bei den, ich weiß nicht, ob das ein Qualitätsmerkmal ist, aber ich sage das mal, wie ich das mitbekommen habe. Aber viele können sich vielleicht wohl nur die letzten Sätze von dem merken und dann darauf eingehen, in seinen… Und manche schaffen es auch mal, Lines, die der andere zwischendrin gebracht hat, sich zu merken. Ja. Was mir ganz häufig aufgefallen ist, dass die Leute extrem im Kopf arbeiten, weil du dir drauf natürlich dann was ein… Wie muss ich mir das vorstellen? Erzähl das mal. Wie ist denn das? Ja, das ist einfach nur krank. Also man kann es, ich weiß nicht, ich würde auch gerne mal so eine Studie dazu irgendwie sehen oder so, weil das ist, glaube ich, so das Krasseste, zu was der menschliche Kopf, glaube ich, so fähig sein muss, weil du einfach, du hast einen Beat, der läuft. Das heißt, du hast einen Rahmen, du hast eine Zeitspanne, in der du was zustande bringen musst. Erstmal selber. Allein schon, wenn ich dir sage, also die meisten Leute können sich ja nicht mal ohne Beat hinsetzen und was schreiben, reimen, überlegen. Und du stehst da und das, genau, es muss sich reimen, du hast den Beat als Rahmen und es muss auch irgendwie zum Gegner passen und es darf nicht scheiße klingen. Das heißt, du freestylst irgendwas auf ihn los. Dann antwortet er da drauf. Das heißt, du überlegst schon, okay, was kannst du gleich machen? Was hat er gerade gesagt? Was reimt sich da drauf? Dann haut er aber am Ende noch eine Line raus und denkst dir, okay, gut. Am Anfang hat er das gesagt und dann versuchst du dir, also ich versuche das so, mir so Stichworte, also diese Endworte der Pointen zu speichern. Und dann bete ich einfach, und das klappt eigentlich auch immer, dass ich darauf noch einen Reim finde. Okay. Das heißt aber, in deinem Kopf gibt es einfach, also andersrum, wenn ich dein Wort sage, würdest du ganz viele Sachen wissen, die sich drauf reimen. Das lernt man oder das weiß man irgendwann. Ja, genau. Also man lernt das, aber ich bin jetzt da auch nicht so der Reimfetischist. Also ich kann das auf jeden Fall, wenn ich mich hinsetze. Aber es gibt richtig kranke Leute, da denkst du wirklich, okay, das sind Autisten. Weil die in sekundenschnelle, unfassbare, mehrsilbige Reime, was noch Königsdisziplin ist, mehr Silben ist ja erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ja, aber auf jeden Fall. Also klar, Reime irgendwann, wenn du da drin bist, siehst du halt wirklich überall Reime. Und ich dachte mir eigentlich so ein bisschen, also was ich so an Deutsch-Hip-Hop gehört habe, ist halt so Freundeskreis. Und da kenne ich natürlich auch die Texte, weil ich da auch viel im Kopf arbeite und die Texte halt höre. Und mir fällt jedes Mal auf, dass extrem viel recycelt wird. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ja, ist auch so, aber bei den Songs, deswegen ist es auch so schwer, gute Songs zu machen, weil die halt wirklich nur zweimal 16 Dings haben, zweimal 16 Bars haben, die haben drei Minuten Zeit, die haben Beat. Und da, die haben ja viel weniger Platz als wir, ne, zum Beispiel. Also ein Song ist wirklich, aber klar, das unterscheidet dann auch die krassen Lyriker, Lyricists von den richtig guten. Die halt wirklich Reimen und neue Worte dazu haben, würde ich denken, wie kommen die auf sowas. Und das in diesen engen Raum zu packen, ist eine Kunst halt. Gibt es so typische Reime, Stile von den Leuten? Also gibt es so, wo man halt weiß, der ist halt immer… Ja, klar, natürlich. Erzähl mal, was ist bei dir so? Also bei mir ist, mir wird ja immer, also klar, Bad Rap lebt von Überspitzung. Und mir wird immer wieder gesagt, hör mal zu, der Cynic, der reimt immer, du mit deinen einsilbigen Reimen. Was sagst du zu jemandem oder was? Nee, das sagen die alle zu mir. Okay. Nee, ich hab, ich kann nicht Reimen, ich hab einsilbige Reime. Also immer nur… Ich reime immer nur Haus, Maus, Klaus, Reitschwein sein. Ja. Stimmt nicht, ne, stimmt nicht. Es sind immer zwei bis vier, manchmal sechs Silben, immer. Aber das Ding ist, ich mach's aber viel weniger als alle anderen. Ich leg da weniger Wert drauf, weil ich weiß, mit Reimen kannst du kein Battle gewinnen. Niemand gewinnt ein Battle, wenn der jetzt, einfach nur aufgrund der Silben, die er jetzt gefunden hat. Weißt du, weil ich verschwende meine Zeit nicht damit, krass viele Silben zu finden und dass das alles von der Reimstruktur, von den Reimpatterns, von diesen Bauklötzen her, reimtechnisch ganz alles sauber ist. Ich reime auch mal Schwein auf sein, aber was dann, aber den Inhalt, den ich da reinpacke, der ist dann halt Bombe. Das heißt, du probierst die Pointe zwar einfach zu reimen, aber deinen Text dazwischen irgendwie aufwendiger zu gestalten? Hm, nee. Also ich, klar hab ich einen Reimanspruch. Ich denk mir so, okay, drei bis fünf Silben müssten es immer sein und sind es dann auch zwangsläufig. Aber das Ding ist halt, wenn du, es ist halt, die Punchline ist halt wichtig. Du gewinnst halt Battles, indem du bessere Sachen sagst, deutlich sagst und punchst. Dadurch gewinnst du ein Battle. Und nicht dadurch, dass du eine halbe Minute lang geile Reime irgendwie findest. Ich lege darauf keinen Wert. Das habe ich auch so offen gesagt. Aber die, da merkst du auch, dass ja alle Rapper sind. Rapper sind Reimfetisches. Und die hören, die denken sich so, Alter, der macht die, was ist das hier? Warum klatschen die Leute, wenn er eine halbe Minute lang sagen, tragen, fragen, klagen, reimt? Aber der Inhalt ist super entertainend. Die Leute lachen sich kaputt. Und das ist besser, als wenn jemand ohne Punchline dann halt irgendwie eine halbe Minute irgendwas sauberer reimt mit mehr Silben. Also so sehe ich das, ne? Okay, das ist natürlich auch so ein Stück weit eigener Style. Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein eigener Stil, ja. Wie gibt's, was für Stile gibt's noch? Ach, zum Beispiel, ich hab jetzt im Februar einen Mighty Mo, heißt der. So, ja, der ist so der krasseste mit momentan. Mighty Mo klingt nach großer Mo. Ist er wirklich so groß? Ja, der ist so groß wie ich. Ist halt Mighty, Mighty. Super viele Künstler heißen Mighty, weil Mighty mächtig bedeutet und so. Ist eigentlich ein Kindergarten-Rapper-Name, den man eigentlich mit 14 gibt oder so. Aber ist halt da haften geblieben, passt auch. Der ist ein super Battle-Rapper. Und er legt zum Beispiel, der ist auch einer von denen, der das im Battle auf jeden Fall ansprechen wird. Der hasst das, wie die Pest, dass ich halt so wenig Wert auf Reime lege, ne? Und dazu hab ich im letzten Battle, wo ich halt eine Imitation von ihm gemacht. Okay. Und hab halt auf das Wort Osteopathen irgendwie 25 Reime gehabt. Okay. Und nur um zu zeigen, hör mal zu, Reime finden kann ich auch, ne? Aber ich leg da aber keinen Wert drauf. Und hab das extra in seine Imitation gepackt, weil er halt auch so viel Wert da drauf legt. Ich musste auch mittendrin abbrechen, weil der ganze Laden einfach sich im Bauch gehalten hat, weil es so lustig war. Also das muss ich auf jeden Fall reinziehen. Okay, Osteopathen, ne? Halt die festen Spaten oder was? Ne, ne, ne. Osteopathen. Osteopathen. Stoffleopathen. Ostseekloaken. So. Krank halt, ne? So. Okay. Genau. Und das halt mit seinem Stil, wie der halt rappt gemacht. Und das ist, hat übelst gekillt. War richtig geil. Und er ist auf jeden Fall, er legt sehr viel Wert auf Reime, findet krasse Reime. Und ich hab da auch krass Respekt vor, dass der Punchline, der kann auch noch gut punchen und krass reimen. Das ist richtig krass bei dem halt. Und der wird auf jeden Fall darauf rumreiten, dass ich kein Rapper bin, dass ich da halt keine Silben, dass ich nicht reimen kann und so. Aber genau, das ist halt sein Rap-Stil. Dann gibt's noch andere, die halt, die halten, gibt's noch den Fresh-Polacken zum Beispiel. Der ist Pole. Der ist Pole, der ist Bombe, Bombe. Legt auch super wenig Wert auf Reime. Aber wenn's drauf, macht's so wie ich eher so, ist natürlich ein richtiger Rapper auch. Aber guck nach dem Gegner. Wenn er einen Gegner hat, der hat zum Beispiel einen Gegner schon mal, der so auch ein bisschen in den Charts war, so einen Vertrag hat, der sich so wie ein krasser Rapper fühlt. Und hat dann wirklich so wie Airhawk gerappt. Krasse Silben gefunden, krass technisch, super gerappt, schnell und so, geil. Aber normalerweise reimt der auch beim Freestyle sowieso Katastrophe, aber auch unsauber. Sehr viel unsaubere Sachen. Was ist ein unsauberer Reim? Unsauber ist, der hat gereimt Patrick Swayze auf Dirty Dancing. So, todesunsauber. So was zum Beispiel, also ich achte, legt nicht viel Wert auf Reime, aber mir sind die immer super sauber. Also das ist, da dreht sich alles im Grab um. Also das ist auch der Einzige, weil der so auch so einen polnischen Akzent hat, der damit auch durchkommt mit diesen unsauberen Reimen. Okay. Aber er kann halt auch anders. Deswegen, also das ist so. Interessant ist ja bei diesem Unsauberen Reimen, dass da aber der Kontext ja stimmt. Ja, das stimmt der Kontext, aber es muss sich immer reimen. Das ist ja die oberste Prämisse von allem. Und wenn du dann mit so unsauberen, teilweise fällt das leider kein zweites Beispiel ein, aber so krass unsauberen Sachen halt. Und guckt man sich da Sachen ab oder nimmt man die einfach an? Das stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor. Wenn man in so einem Battle Rap ist und auf Sachen eingeht, kommt ja häufig ja auch mal die gleichen Sachen. Es geht halt irgendwie um die Mutter, um das Knieficken und was auch immer was. und dass man halt auch relativ schnell dann drauf antworten oder Konter geben kann. Hätte ich so die Angst, dass ich irgendwie so die Standardgeschichten irgendwie aufnehme und dann das alles klingt wie aus einer Suppe. Ja, ist man auch wenig vorgefeilt auf jeden Fall manchmal. Aber das ist bei jedem Battle Rapper auch, da merkt man halt so die köpflichen Unterschiede halt. Du hörst eine Line, dann willst du Kontern und du weißt, der Rapper hat das schon mal gemacht. Dann bringen die das trotzdem nochmal und sagen am Ende, ja, hab ich schon mal gebracht. Und rhyme dann irgendwas auf, ja, hab ich schon mal gebracht. Oder gibt es die nächste Kategorie, die halt anfängt und aber mittendrin merkt, okay, das hatte ich schon mal. Und dann noch einen Rhyme dazwischen schiebt, um noch was anderes zu machen. Hauptsache nicht, dass ich davor gesagt habe. Also mir ist auch schon, glaube ich, zweimal passiert jetzt, aber super selten. Aber zweimal auch passiert, dass ich dann dasselbe Wort halt gereimt war. Das ist mein Slogan, ich bin kräftig wie Hulk Hogan. Das ist mir letztens nach drei Jahren dann nochmal rausgerüstet, nach zweieinhalb Jahren. Ärgert man sich in dem Moment, aber in der Schnelle konnte ich halt nichts, hab ich nichts anderes gefunden. Und das war auch die letzte Line vom Battle, hat noch gepasst so gerade. Aber es, ja. Das heißt, du musst dich dann permanent eigentlich wieder selbst erfinden. Beim Freestyle ist ja das Geile, es gibt ja keine Identität, es gibt nicht ein einziges Freestyle-Battle, was identisch mit dem anderen ist. Weil einer atmet anders, einer betont das Wort falsch, einer, du kannst ja so viele Sachen sagen im Freestyle und die richtig guten, die beziehen auch Sachen mit ein, die in der Umgebung passieren. Das heißt, keine Ahnung, ob jetzt da eine Wasserflasche steht oder ein Red Bull liegt oder was der für Klamotten anhat oder wie die Mütze gerade sitzt oder ob es einen Zwischenfall gab, ob jemand in der Crowd zwischengerufen hat oder ob sich jemand daneben benommen hat, ob irgendwas umgefallen ist. Das ist so. Deswegen, also, es gibt so viele Möglichkeiten. Jede Silbe kann ja da irgendwie eine andere Richtung vorgeben, über das Battle. Das ist schon echt komplex. Mit diesen ganzen Gegnern, also dieses Jahr auch eine Liga, wie ich das mitbekommen habe, wie ist denn das, wie viele Leute gibt es denn da? Kann man gar nicht sagen. Sind so viele Liga, also gibt es da, vergleich Fußball, gibt es da halt irgendwie dann 20 Leute, die in der Liga drin sind? Wann bist du in der Liga, wann bist du nicht in der Liga? Jeder ist in der Liga. Also jeder, der auf der Bühne ist, ist quasi in der Liga. Aber es gibt ja keine Liga, es gibt keine Tabelle. Es gibt Battle Rapper, es gibt super viele Battle Rapper und es gibt ja zwei Plattformen auch. Also uns, Rapper Mittwoch. Okay, was gibt es noch? Und dann gibt es noch Don't Let The Label Label You. Okay, dann. Kurz Diltily, D-L-T-L-L-Y, genau. Und das ist halt so, jetzt nicht die Konkurrenzplattformen, die machen auch ein bisschen was anderes so, aber die haben zum Beispiel nur A Cappella Battles, die freestylen gar nicht. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin Newcomer, ich kann nicht freestylen, ich will nur A Cappella Battle machen, so ein festgeschriebenes, geplantes. Dann gehst du halt dahin und die machen halt so viele Newcomer Events. Das heißt, die haben viel mehr A Cappella Battle Rapper als wir, aber wir haben halt die große Bühne, wir haben 700 bis 1000 Leute, wir sind größer, länger und auch von der Qualität her kann man es mittlerweile nicht mehr so richtig sagen. Aber ist auch so ein bisschen Stress, so Spannung zwischen den zwei Plattformen ist ein bisschen scheiße. Aber Battle Rapper gibt es, wenn ich jetzt schätzen müsste, vielleicht 100 oder so. Gegen wie viel hast du schon gerappt? Alter, ey. Also jetzt die festgeschrieben oder generell einfach Gegner auf der Bühne? Ja, genau, wie viele Gegner auf der Bühne hast du? Das ist dann so dein Track Record. Lass mich mal überlegen, wenn ich 16 Battle Manias gemacht habe, immer pro Ding drei Dinger, zwei, drei, 32, sagen wir mal 40, fünf Dinger, 50. Also auch nicht so viel. Also ich hätte jetzt gedacht, das wäre jetzt irgendwie, also mein Gefühl war so, klingt so nach 300, aber 50? Ne, ich meinte ja gerade, es gibt 100 Battle Rapper. Okay, ja. Ja, wie soll ich, da kann ich ja gar nicht 300 Battle Rapper. Okay, und wie oft kommst du auf den gleichen Gegner? Also wie oft wiederholt sich das? Ja, das Ding ist, wenn du an diesem Turnier teilnimmst, kann es natürlich immer sein, dass der eine dann auch ins Finale kommt und dass du ihn wieder triffst. Aber ich habe jetzt, es gibt einen, den habe ich zweimal im Acapella gebattelt und dreimal auch in diesem Turnier, weil das ist das meiste. Fünfmal habe ich den gebattelt und das ist auch so eine kleine Fede, Bong Taggy heißt der. Das hat auch so eine kleine Fede daraus entstanden, weil er halt auch sehr, sehr gut ist und dann hat das mit einem normal MC-mäßig halt angefangen. Ich bin besser, ich dachte mir so, der ist scheiße, der ist nicht so gut wie ich, ich mache den platt und dann hat den das geworfen, weil er ein schlechter Verlierer war. Dann haben wir uns in dem Freestyle mal getroffen, da habe ich gewonnen, dann hat mal der im Acapella gewonnen und dann gab es halt jetzt im Januar diesen Jahres halt nochmal ein richtig großes Rematch und ja, das habe ich dann auch nochmal gewonnen. Und genau, also solche Sachen gibt es auch, dass die Leute wirklich drei, vier, fünfmal aufeinandertreffen. Aber es ist natürlich geil, wenn es halt auf dem Level, wenn es zwei gute Leute sind und die sich auch wirklich nicht abkönnen, das ist natürlich geil. Also du kannst, magst Bong Taggy nicht auf der Bühne? Ne, ich mag den nicht, also ich mag den auch, also der kommt mir sehr, sehr unsympathisch rüber so, ich habe von vielen Leuten gehört, der ist sehr, sehr arrogant und was ich halt gehört habe, ist, dass wenn man nach Niederlagen halt nicht, nach klaren Niederlagen nicht eingestehen kann, hör mal zu, da war der besser, das finde ich behindert. Also ich weiß nicht, das ist scheiße, das ist auch ein bisschen so, ich meine, bricht dich keinen Zacken aus der Krone, ich bin zehn Jahre älter als der und ich war in dem Battle einfach super krass, da kann der, da ist kein Problem, wenn der sagt, hör mal zu. Okay, habe ich vorher große Fresse gehabt, du hast mich ein zweites Mal geschlagen, ist gut. Das ist so, die Leute sind dann so erpicht auf ihre Ehre oder was auch immer. Je nach Charakter, genau. Es gibt Leute, die sind halt, es gibt Leute, die können zugehen, wenn die schlechter sind und Leute, die können es halt nicht. Ich weiß nicht, wie ich an seiner Stelle reagiert hätte, weil ich habe es natürlich auch ekelhaft gestaltet, weil der mir wirklich auf den Sack gegangen ist und dann mit seinem, ja, aber im Rematch werde ich dich ficken und ich habe Informationen und so und da wird es richtig knallen und so. Da habe ich voll einen drauf gesetzt, wo da wirklich für jeden im Raum klar war, okay, der hat verloren, der hat 3-0 dann auch verloren und dann danach noch zu sagen, ja, aber das und das hätte gewesen sein können, das ist halt ein bisschen schwach. Hätte halt eine Fahrradkette. Ja, genau. Und er hat Informationen, heißt das, der hätte sich auf dich besser vorbereitet, weil keiner mit deiner Ex-Freundin gesprochen hat und sagt. Nein, aber der meinte halt, es war in einem Interview, wo er auch ein bisschen was getrunken hatte nach einer Battlemania und da meinte er halt so, aber wir müssen auf jeden Fall noch ein Rematch machen, weil ich habe Sachen, ich muss dir noch ein paar Sachen sagen, damit würde ich dich in den Boden stampfen. Und ich stand nur so daneben und dachte mir so, okay, okay und so habe ich mich halt auf das Battle auch vorbereitet und dann war das wirklich ein Erdrutsch. Aber er war auch sehr krass, zumindest eine Runde von den dreien war sehr, sehr krass und das ist, wird auf jeden Fall, ist so eins der Top-3-Battles aller Zeiten mittlerweile. Hat fast eine halbe Million Views jetzt in einem halben Jahr, in sieben, acht Monaten, also richtig krank. Okay. Und das geht eine Stunde, weil wir uns so viel zu sagen hatten, hat jede Runde sieben Minuten. Wow. Ja, das war wirklich, das war geistige, von beiden auf jeden Fall geistige Höchstleistung. Wie lange brauchst du, dich auf so ein Battle vorzubereiten? Also was muss ich mir vorstellen, wie, also das sind ja, alle 14 Tage ist das, gell, Battlemania? War, genau. Okay. Aber ist jetzt auch nur noch einmal im Monat und auch nicht nur in Berlin, sondern außerhalb, weil es groß geworden ist, die gehen auf Tour und so. Aber man sagt normal, zwei bis drei Monate, also drei Monate vorm Battle, gibt man Bescheid, in drei Monaten battlest du den A Cappella. Aber das, der hat jetzt so lange gestichelt und das war schon von vornherein so lange klar, wir hatten aber keinen Termin. Das wusste ich, also es war von Anfang an nicht klar, dass wir battlen, aber richtig klar gesettelt haben wir es dann irgendwie, glaube ich, sogar ein halbes Jahr vorher oder sieben Monate vorher. Was heißt gesettelt, machst du das mit dem? Nee, 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 der Veranstalter, die machen dann Chat auf mit den Rappern und bei Facebook, wo alle in der Gruppe sind und dann werden die Rundenlängen geklärt und so die ganze Scheiße. Okay, und dann hieß es dann so, ihr beide dürftet aufeinander los. Und das heißt, ab da bereitest du dich dann vor und schreibst du dann keine Ahnung? Ja, genau, da sammelst du Ideen und ich brauche super lange zum Auswendiglernen, weil ich auch viele Kleinigkeiten nachte und vielleicht nicht so gut auswendig lernen kann. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist auch sehr aufwendig alles. Ich gucke so, dass ich das Battle wirklich einen Monat bevor das Battle ist, dass ich es dann aber wirklich schon ohne zu lesen komplett auswendig drin habe. Dass ich dann einen Monat lang nur noch so an Kleinigkeiten feile. Als Betonung zum Beispiel. Betonung, laut, langsam, in das Publikum gucken, nicht ins Publikum gucken, was mache ich für ein Gesicht, bin ich jetzt aggressiv, bin ich jetzt lustig so oder vielleicht noch oder beim intensiven Lernen, das ist das geilste Lernen, wenn du den drin hast und warst den Text schon drin, du kannst richtig aggressiv zu Hause rummachen, wenn du merkst, okay, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell, das ist ein bisschen zu laut, so Kleinigkeiten halt. Nimmst du dich dabei auf? Nee, gar nicht. Das ist so rein aus dem Gefühl, auch wie beim Comedy. Alles aus dem Gefühl so. Das ist ja schon relativ viel Text, was du dann auswendig lernst. Nee, das ist unfassbar viel. Du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie viel Text das ist. Und das Ganze haben wir ja über die Bühne, und er war auch krass, das Ganze haben wir über die Bühne gebracht und ich glaube, jeder hat sich so vielleicht ein, zweimal verhaspelt. Und das ist ja sieben Minuten lang bam, 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 so. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Echt. Und es reimt sich alles und es hört sich sauber an und es ist pointiert und es ist gut gemacht. Das ist echt krass. Das ist echt hart. Danach bist du auf jeden Fall erstmal im Arsch. Das glaube ich, ja. Das Gehirn erstmal leer, ja. Ja, das Gehirn erstmal. Das dauert auch super lange, bis der Text wieder raus ist. Ja, weil du, ja klar. Der ist eingebrannt. Ja, ich kenne das, ich habe, also du könntest mich nach wie vor nachts um drei Uhr wecken und ich kann immer noch Zitate aus der Zauberlehrling, den ich in der Grundschule lernen musste. Dann, weißt du, instantan läuft es wieder. Und den hast du da ja vor, keine Ahnung, 30 Jahren oder was nicht so oft durchgegangen, ein bisschen nicht so oft wie wir diese scheiße Rap-Texte. Aber manche Sachen brennen sich in den Kopf ein, genau. Und brennen sich in den Kopf ein, bedeutet auch, dass du die auch relativ häufig wiederverwendest? Das ist ja das Geile. Du kannst ja nichts, du verwendest ja nichts davon wieder. Du schreibst ja auf ein so ein Ding und dann ist das weg. Du performst das nur einmal und danach kannst du den Text wegschmeißen. Weil das ist halt nur dieses eine Battle, dieses eine Video, was gemacht wird, dieser eine Abend, wo dieses eine Battle ist und danach ist es weg. Es ist ja kein Album, was dann, was die Leute, klar, guck nicht die Videos nochmal an, aber wo, wann soll ich die nochmal vortragen? Klar, kein Kontext, muss ja gleich sein, ja, okay. Ja, genau, das muss man so schnell wie möglich vergessen. Und wie vergisst du das? Alkohol? Nee, Koks. Koks, Noten, da. Nee, aber ja, indem du neue Texte schreibst und halt, klar. Das ist so ein Stück weit auch dein Tagesgeschäft, Texte schreiben für Comedy oder für Rap-Production? Ja, ich schreibe super viele Texte. Ich schreibe auch für andere Künstlertexte. Jetzt Texte für Musik, Lüren? Beides. Okay. Beides, also Musik und Comedy und habe auch schon Sketche geschrieben, die noch verfilmt werden müssen und Lieder, die umgedichtet wurden. Und ich habe noch super viel im Schrank. Okay. Die Waffe ist geladen. Die Waffe ist geladen. Und wie schreibst du? Auf dem Laptop, alles auf dem Laptop, ja. Das heißt, den hast du auch immer dabei? Oder wie machst du, wenn du den gegeben hast? Nö, ich fahre rum, dann kurzes Ding aufs Handy. Irgendwie so ein Stichwort aufs Handy. Oder die Stichworte, die ich brauche, um mir das dann zu Hause zu merken. Und dann zu Hause Handy rausholen. Also wenn ich die Gedanken irgendwo anders habe, Handy rausholen dann auf dem Laptop. Irgendwie die Sachen schreiben, Reime aufschreiben oder neue Ideen aufschreiben. Und was für ein Environment brauchst du? Brauchst du auch irgendwie Ruhe, Krach? Ja, bei mir zu Hause ist es super geil. Also ich kann wirklich, ich weiß nicht, wie lange das noch so gut geht, aber die kreativen Ergüsse, die sind nonstop. Also wenn ich mich hinsetze wirklich und mir denke, okay, jetzt überleg dir mal was oder egal zu welchem Thema, ergiebe ich das Todes. Also es kommt so viel daraus, wovon auch viele Sachen ich noch gebrauchen kann und so. Super geil. Aber ganz Ruhe kann nicht sein, es muss immer Geräusche geben. Und ich muss auch immer dazwischendurch nochmal ganz kurz Handy oder meistens ist Fernseher an, Laptop ist an und Handy auch. Also ganz Stille, wie früher bei der Schule, beim Lernen geht nicht. Okay. Und das ist dann ein Environment, wo einfach dann Sachen rausfallen aus der Kreativität und die ordnest du dann später zu. Das kann mal Battle Rap sein, das kann mal Lyrik, das ist ja das Geile. Du kannst manchmal so, manchmal, letztes Mal habe ich auch mir eigentlich gedacht, eigentlich, wenn ich faul wäre, könnte ich so viele Punchlines aus dem Battle Rap nehmen, so viele lustige Sachen. Und die einfach beim Comedy auf der Bühne bringen. Aber werde ich vielleicht irgendwann auch nochmal machen, wenn ich irgendwie so einen Schreibstau habe oder irgendwie sowas. Aber habe ich bis jetzt, glaube ich, ein-, zweimal oder dreimal irgendwie so ganz kleine Dinger, jetzt keine Riesendinger, so kleine Punchlines genommen, die bei Comedy dann auch super gezogen haben. Es ist ja, wie gesagt, hast du ja vorhin auch schon richtig erkannt, es geht ja bei beidem um Porn und Punchlines. Deswegen, eigentlich könnte ich wirklich das überkreuzen, aber momentan reichen die Ideen noch für beides aus. Das ist gut, ja. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, wenn du dann irgendwann deine Comedy-Punchlines mit in den Rap-Battle nimmst, wenn du, wie du schon sagtest, ist, die Gegner bereiten sich ja vor. Das heißt, die gucken dann vielleicht gegebenenfalls seine Comedy-YouTube-Videos und sagen, ha ha, guck mal hier, der Kleine kann nur noch recyceln und nicht alles machen. Aber wenn, dann wäre es eher andersrum, weil von Comedy würde ich nix in Battle Rap nehmen. Da bin ich einfach auch so lustig, ich habe meine Punchlines, aber die Punchlines aus dem Battle Rap, die kann ich beim Comedy bringen. So, weil Comedy ist für mich so, das ist die krassere Kunst, das ist schwieriger. Geil, ein paar Minuten Comedy zu schreiben, das ist viel schwieriger. Aber wenn ich weiß, okay, das hört sich lustig an, das war brutal da beim Battle Rap, dann kann ich das als Kleinigkeit mit reinnehmen. Ganze Sachen würde ich nicht nehmen, aber wenn es um dicke Frauen geht, nehme ich halt meine Punchline, wo ich irgendwas über eine fette Mutter gesagt habe, nehme ich dann einfach mit rein. Zu den Battle Rapern zurückzukommen ist, wenn du sagtest, das andere ist ein wirklich echter Rapper oder echter Hip-Hopper. Wie viele Leute von diesem harten Kern sind wirklich in der Szene, also verdienen damit ihr Geld und haben Alben und sonst irgendwas? Also wie gesagt, es ist ja eine Subkultur, es ist relativ klein, also nee, es ist super groß. Also jeder Rapper, von dem du jemals gehört hast, der kennt uns, also die kennen alle Rapper mit, die richtigen Chart-Rapper, Sido, Bushido, wie sie alle heißen. Alle kennen Rapper-Mittwoch, aber es ist eine Subkultur, es wird immer größer, merkt man ja auch an diesen Likes und an den Deutschland-Tour und in Wien sind wir und in der Schweiz sind wir und in München, Köln und alles. Alles super geil, ist auch ausverkauft und so, aber du kannst halt davon nicht leben und die Leute, die bei uns auf der Plattform, auf dem, sag ich jetzt mal so, monetären Level, weil von der Qualität her ist es kein großer Unterschied, aber so von der Tragweite her, die halt bei uns battlen, sind halt keine Leute dabei, die beruflich Rapper sind. Also davon hat keiner einen Plattenvertrag, davon verkauft keiner Platten? Es gab, zwei haben es geschafft, bei Rapper-Mittwoch in die Cypher zu kommen, Freestyle, Bams, Bams, Battle zu machen, abzureißen und danach ein richtig geiles Album zu machen, zu charten, Plattenvertrag, Bams, vom Rap leben. Das als Sprungbrett zumindest. Okay. Genau, das haben zwei Leute zweieinhalb so geschafft, würde ich sagen. Der Rest träumt davon, weil die alle Rapper sein wollen auch und Rapper sind auch, aber sonst, klar, machen die Mixtapes oder Alben, aber keiner lebt vom Battle-Rap, äh, keiner lebt vom Rap. Okay. Ja. Das heißt eigentlich, also wenn man jetzt so als cooler Rapper sein möchte, ist das der falsche Weg zu gehen? Nö, das haben wir schon zwei geschafft und das ist der Traum. Das Ding ist auch, bei dieser Szene ist das wirklich krass, also muss ich auch erst kennenlernen, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Also die, das ist für die auch keinen Spaß, also die rappen nicht so aus Spaß, klar macht es denen auch Spaß, aber die nehmen das wirklich ernst. Echt? Ne, die nehmen das wirklich ernst, die haben den Traum, wirklich Rapper zu werden und haben auch Talent und es ist krass, wie viel Talent dabei ist, was dann irgendwie nicht an die, an die Decke kommt, durch irgendwelche Connections oder so, weil, also wenn ich, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, PR machen würde oder so, ich würde bei, ich würde bei Battle-Rappern suchen, weil es gibt fast, also außer Ausnahmetalenten im richtigen Rap-Game gibt es keine krasseren Lyriker, als Battle-Rapper. Ja, das ist, das ist auch so, was ich nicht verstehe, also, ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich habe mir mal letztens was von Bushido angehört und der verdient ja wirklich damit Geld, also ist ja irgendwie auch Berliner und so und wenn ich mir das angucke, so seine Lieder, ähm, was das so lyrisch zu, zu bieten haben oder was für schlechte, ähm, schlechte Reime da sind, weil ich mir denke so, ey, du... Ja, aber, also abgesehen davon, dass er die Sachen ja nicht mal selber schreibt, sondern schreiben lässt, äh, abgesehen davon, äh, abgesehen davon, kommt es aber da auch nicht drauf an, also jeder normale Rapper hat ja auch so, Bushido, das steht doch nicht für gute Reime und ich will von dem auch keine krassen Reime hören, aber wenn, ich hole mir trotzdem sein Album, Mhm, der ist kein krasser Lyriker, aber der erzeugt eine Stimmung mit seiner Mucke, die geil ist, weil wenn du das Album hörst, fühlst du dich cool, du hast, äh, ja, du hast, äh, du, der zieht dich emotional voll mit und da gibt's andere Rapper, die, äh, achten halt nur auf Reime, das sind halt auch richtige Lyriker und die, die, manche bringen halt stumpfe, zweisilbige Reime die ganze Zeit und aber versetzen dich aber in geiles Feeling, deswegen, das kann man so nicht sagen, aber ich meine das jetzt eher bezogen auf PR-Leute halt, äh, die Rapper rausbringen oder Werbetexter oder was, jeder Furz-Battle-Rapper ist ja ein besserer Werbetexter, Mhm, als, äh, als die Leute, die es gelernt haben, weil keiner von denen könnte, könnte so einen Text schreiben, aber so viele Battle-Rapper könnten krasse, lustige, Reime, catchy Phrases irgendwie in, für alles, äh, für alle Werbeflächen irgendwie, äh, klar machen. Du meinst also, dass dieses Potenzial dieser Gruppe eigentlich viel zu unentdeckt ist, oder? Ja, es ist also nicht unentdeckt, aber ungefördert auf jeden Fall, ja. Was kann man dagegen tun, das mehr zu verändern? Kann man dagegen tun, es wird, es wird sowieso immer größer und, ähm. Gibt es irgendwann, wo du denkst, so jetzt? Nein, 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 also es wird von der Qualität her, wird es auf jeden Fall, äh, wird es, wird schwierig, dass, äh, äh, dass es, dass es gleich bleibt oder steigt oder wieder so gut wird wie vorher, wird es schwierig von der Qualität, aber von der Tragweite, von der Größe her, es wird immer größer auf jeden Fall. Und, ähm, ähm, es wird auch irgendwann, es ist sogar schon so, dass irgendwie mal in Erwägung gezogen wurde, äh, eine unabhängige Fernsehsender, äh, dass die eventuell mal was ausstrahlen und sagt ja eins, wenn das Format irgendwie mal, irgendwie ins Fernsehen rutschen sollte, dann ist es vorbei, Alter, dann ist, dann explodiert das auch. Weil es gibt, ähm, es ist, es ist ja wie Boxen mit Worten, das ist ein Duell und, äh, viele Leute kennen das halt nicht, weil die halt keine YouTuber sind oder nicht auf Facebook rumhängen, aber das Potenzial, was Battles haben, das ist krank. Ja, also ich. Wirklich krank. Ich vergleiche das auch als Boxkampf, das war für mich so das Erste, was bei mir im Kopf war. Ja. Und die haben ja schon, und die versuchen ja schon Abklatsche zu starten, die haben bei der Enissa Armani Show, haben die ein Comedy-Battle gemacht, zwei Comedians stehen sich gegenüber und, äh, battlen sich so ein bisschen. Und da haben die auch schon, äh, nachgefragt bei unserer Plattform, ja, so ein bisschen, aber wollten sich auch nichts, äh, weil wir denken, äh, unsere Plattform denkt sich ja auch so, hör mal zu, wir sind Battle Rap und ihr macht da euer Pimmelsformat mit diesen, äh, Comedians, die da battlen, was soll man da, äh, haben wir nichts mit verloren, ne, aber, äh, zwangsläufig wird's, glaub ich, irgendwann dazu kommen, dass das wirklich, äh, mal durch, richtig durch die Decke geht, also YouTube-mäßig ist schon durch die Decke gegangen, also wie, also du machst eine Deutschland-Tour und du hast überall 1000 bis 800 Leute und auf der Straße kennen die anderen Leute und mich, kennen einfach jeder und das ist, äh, es wird aber noch größer und das Potenzial ist halt riesig. Aber das muss ich ja, also ich dachte jetzt mit einer Deutschland-Tour, das ist ja jetzt auch alles finanzieller Aufwand, was die Jüngste haben. Das heißt, das muss ich ja erstmal decken und die Hosts, können die davon leben oder was machen die hauptberuflich? Also der, ähm, der Besitzer, also der Eigentümer von, von Rapper Mittwoch. Das ist eine Marke oder ist das eine Firma? Rapper Mittwoch ist eine Firma. Okay, ist eine Firma. Und die gehört halt wirklich dem, der es auch moderiert hat, denn Salomo, Jonny, ihm gehört das und er arbeitet sonst nicht. Aber er ist jetzt auch kein, nach dem Motto Chef, sondern es ist wirklich einfach eine Firma und, äh, nur weil jetzt, nur weil jetzt einmal im Monat, äh, irgendwie, ein paar YouTube-Clips rauskommen, heißt es ja nicht, dass du jetzt einmal im Monat Arbeit hast, ne? Ne, ne, das ist per meins. Das ist eine Maschinerie, genau. Und ich glaube, es sind zwei, drei Leute, die das, äh, die fest sind, dass sie hauptberuflich das machen und der Rest, äh, sind halt, äh, haben normale Jobs und arbeiten da, sind ja da normal beschäftigt. Aber ich glaube, zwei, zwei, drei Leute müssten das sein, die das, äh, hauptberuflich machen. Okay. Ja, ist wirklich krass. Und, ähm, es gibt dir da irgendwie auch ein Gewinn, ein Siegergeld, gell, weil du hast mal diesen einen Rap da, oder die eine Zeile mal gebraucht, kann ich mich daran erinnern, irgendwie so, dass du… 400-Euro-Job. Genau, 400-Euro-Job, die kann ich mich daran erinnern, weil dann dachte ich mir, okay, zweimal im Monat 200 Euro, also muss ein 400-Euro-Job sein. Ähm, dementsprechend gibt es also so einen kleinen finanziellen Anreiz natürlich für Leute. Ja, mittlerweile wird er auch immer mehr, also die Gagen werden auch immer, äh, immer besser. Und, aber es ist noch nicht so, also, ich habe jetzt keinen Einblick in die Bücher oder so, aber vom Gefühl her und was Leute so erzählen, was meine Meinung ist, äh, es kommt nicht krass viel Geld rein, so viel wie, so Geld, wie eigentlich reinkommen müsste, weil es immer noch so ein bisschen Verbank ist, äh, man ist immer noch, 100 Leute mehr oder weniger ist immer noch krass wichtig. Ja. Ne? Und so, dass sie jetzt auch mittlerweile nicht mehr in Berlin sind, sondern nur noch auswärts machen, um vielleicht die Qualität ein bisschen zu steigern oder wie das mit den Kosten genau läuft, weiß ich nicht, aber die werden sich schon ihre Gedanken dazu machen. Also, es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sagt, dass ein krasser Sponsor da ist, ein richtig krasser, dass sie sagen können, geil, jetzt können wir so machen, jetzt können wir. Mich hat das gewundert, weil ich dachte, der Schritt aus Berlin rauszugehen, heißt mehr Kosten, weil du hast die ganze Logistik, du musst die Leute da hinbringen und so weiter, musst da Räume irgendwie anmieten. Das stimmt. Am schlesischen Tor wäre ja quasi, hätten wir ja einen langfristigen Mietvertrag machen können und so weiter. Ja, aber die Leute zahlen ja auch auf der Tour mehr Eintritt als in Berlin und da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass mehr Leute kommen und die Wahrscheinlichkeit, dass es ausverkauft ist, ist da auch höher. Okay. Weil die haben das nicht vor der Haustür, da kommt ja quasi der Zirkus, den du von YouTuber kennst, kommt einmal in deine Stadt und dann gehen ja alle dahin, dann rasten die aus. Deswegen, die Stimmung ist auswärts auch überall besser als in Berlin, wo die Leute verwöhnt sind. Ja. Und genau, das kostet ein bisschen mehr und die arbeiten ja auch mit einem Booker zusammen. Der bucht ja und dann haben die da auch ihr Catering und Hotel und sowas. Also es ist schon richtig wie, es ist echt, ja, es ist wie eine Tour. Und das heißt, du wirst dann auch bei den Veranstaltungen, die nicht in Berlin stattfinden? Nee, also ich war zweimal in München, zweimal in Köln, zweimal in Wien, ah ne, Wien, da war aber nicht Rapper Mittwoch, zweimal in München, zweimal in Köln war ich, aber da bin ich dann nicht mit denen, sondern ich bin, okay, ich bin jetzt auch einfach so allein dahin gefahren, und hab die überrascht. Also keiner wusste, dass ich da hinkomme, dass ich keiner vorbereite und da hab ich einfach mitgemacht. Ach so. Jubel war groß, alles geil gewesen, super geil, das hab ich drei, vier Mal gemacht so. Und nee, man kommt da ja nicht fest mit. Also ich entscheide ja immer noch, okay, hab ich Lust, da jetzt mitzumachen an der Battle Mania oder nicht? Mhm. Ja, oder mach ich so eine Aktion, wo ich die überrasche oder nicht? Also das ist jetzt nicht so, also Rapper kommen da nicht fest mit. Okay. Ja, es sind wirklich nur der Host, also die zwei, drei Hosts, das Kamerateam, die das Merch verkaufen, Merchandise verkaufen und der Rest müssen halt gucken, wie die Rapper vor Ort oder Rapper, die von Berlin selber da hinfahren oder eventuell mitfahren möchten. Okay. Immer unterschiedlich. Das ist also, du weißt, also gegebenenfalls, die müssen halt jedes Mal dann neu planen. Wenn ich jetzt nach, keine Ahnung, nach kleinen Känzern nicht fahre, da müssen die gucken, was gibt's für Leute vor Ort. Immer Risiko. Immer Risiko. Genau, weil du musst ja auch das Programm hingefüllen, ne? Natürlich, du musst das Programm füllen. Das Einzige, was du machen kannst, ist halt natürlich, du hast für jede Stadt, hast du dieses A Cappella Battle, dieses große, was am Ende kommt, das machst du ja drei Monate vorher, klar. Okay. Das ist schon mal safe. Aber es kann sein, dass in der Battle Mania, dass keiner von den guten Leuten da ist, dass wirklich nur 17-jährige Vollidioten da stehen und da hast du wirklich, sind da acht Hauptschüler, die sich streiten. Mhm. Ist noch nicht so krass vorgekommen in der Form. Mal gibt's positive Überraschungen, mal negativ, aber ja, das ist halt immer ein gewisses Risiko. Aber da können natürlich auch geile Sachen draus entstehen, wenn du nicht weißt, es gibt Newcomer, die du nicht auf dem Schirm hattest, die sind halt nur auf die Bühne gegangen, weil halt nicht so viele Leute da waren, ne? Okay, und da, wie ist denn da so das Überschätzungswertfaktor, also ich stehe da schon fest, weil ich denke so in den, also ich habe so beobachtet, als ich da im Publikum stand, da standen echt so ein paar Leute da rum, wo ich mir dachte, ey, die sind ganz krasse Hip-Hopper hier, so die ganz krassen Typen, wo ich mir halt so denke, so mhm, okay, also ja, vielleicht vom Image und vom Gefühl her bist du da bestimmt ganz weit oben und das war ganz witzig, ich habe mich da so ein bisschen über einen, ja, ich war ein Kumpel da, der ist ein bisschen amüsiert und dann hat er bei dieser Vorrunde, hat er sich dann gemeldet und ist auch drangekommen und es war auch so, wo ich mir dachte so, ey Junge, war schlecht, ja, war irgendwie schlecht und er war noch so mit seinen ganzen Freunden noch da, die ihn auch immer noch gesupportet haben, wo ich mir dachte, ey, deine Freunde sind keine Freunde, die hätten mal gesagt, du bist einfach scheiße, bist du, vielleicht hat er einen reichen Papa und einen großen Pool. Passiert wenig, passiert wenig Leuten, also haben wenig Leute das Glück, ein Umfeld zu haben, wo die sagen, ey Dicke, geh mal da nicht auf die Bühne. Ja, Reflekt selbst, also, ja, das ist das Ding, das ist wirklich, das ist auf jeden Fall eine ganz klare Krankheit, die da herrscht. Was hast du so an positiven Überraschungen erlebt und sagst, was war so, was im Kopf hängen geblieben, was du sagst, oh mein Gott, ey, das war ganz furchtbar, das kann sich erinnern. Wie, äh. Bei den, bei den, bei den Neuen, oder hast du schon mal gegen so einen Neuen auch mal rappen dürfen müssen? Ich habe gegen super viele Neue gebattelt, ähm, aber, also, da war einmal so ein, Gamma hieß ja so ein ganz, so ein ganz junger Bursche, ähm, der war irgendwie 18, der sah so lieb aus und, äh, da habe ich dann mit dem gefreestylt und da, da vorne war irgendwie so, da waren so 20 Mädels davor, die fanden den nicht süß so, süß, äh, süß, sondern einfach so putzig, so, oh, mach das nichts. Und da steht da der große, böse Zinnige vor dem kleinen, lieben Jungen. Ja. Und da habe ich auch wirklich, dann habe ich im Freestyle so ganz ruhig gemacht, so gerade, dass du gerade so gewinne, gar nicht so übertrieben. Und dann, äh, haben wir eine Textrunde gehabt und dann haben die das echt, äh, an den gegeben, weil einfach dieser Süßigkeitsbonus da, und dann haben wir A Cappella gemacht und ich hatte ein besseres A Cappella als er und er hatte so ein, hatte einfach süß, was vor sich hingestammelt, so zwei, dreimal gut gekonnt hat und am Ende bei der Abstimmung haben die dann einfach wirklich für den gevoten. Lächerlich, hätte mich voll aufregen müssen, so, weil es ungerecht war, aber, was soll ich das sagen, ey, ist verständlich, der ist ein Newcomer-Bonus, der war süß, das war, äh, für die Show auf jeden Fall eine Überraschung, er kam danach aber nicht mehr krass, wie er, also er ist jetzt nicht etabliert, war, jetzt hätten wir sich auch sparen können, so, aber, ähm, klar, und negative Überraschungen hast du halt super viele, ne, aber mittlerweile ist es halt wirklich so seit, glaub ich, anderthalb oder zwei Jahren so, weil ich halt meinen Namen hab, ähm, und dann hab ich immer wieder Leute vor mir und seh halt, wie die Angst haben, ne, das ist krass. Ach, die haben wirklich Angst? Die haben einfach, die sind am Zittern, die haben, die trauen sich nicht, die, äh, die können auf einmal nicht mehr richtig rappen und so, das ist krass, weil die haben einfach, die sehen einfach, ja, weil die, die haben im Hinterkopf, okay, der hat jetzt schon, der hat jetzt das und das, den und den schon gebummst, der hat, äh, die und die Lines drauf, der ist im Freestyle ekelhaft und krass und so, und das psychologische spielt natürlich mit, ich bin, ich bin genauso nervös, ne, weil ich denk mir ja so, ey, ich hab kein, ich kenn den nicht, was ist, wenn der jetzt irgendwas sagt und mich vom falschen Fuß erwischt, so, das ist aber mehr so Konzentration, natürlich sehe ich, sieht man mir das dann nicht an, ne, aber ich, es sind auch super viele Videos, wo man so sieht, wie ich so mache, so, so diese beruhigenden Gesten machen so, alles gut und hör mal zu, mach ganz normal und so, weil die haben wirklich Angst, das ist echt, das ist wirklich krass, ja, weil das Gefühl vor 700 Leuten irgendwie was gegen dich gesagt zu bekommen und 700 Leute lachen dich aus, ist nicht so lustig, glaube ich, ey. Ich kann mir das so gar nicht richtig vorstellen, weil ich glaube, ich bin da vom Typ Mensch einfach anders, ja, ähm, ich mach Powerpoint-Karaoke, ich hab, weißt du, ich hab, weiß nicht, was für Folie kommen, ich kann den Leuten was erzählen und es passiert trotzdem. Aber die Situation, dass du die Fresse halten musst und jemand dich äußerlich beleidigt bei Sachen, die dir selber, wo du selber vielleicht denkst, hm, ich weiß und 700 Leute darüber dich auslachen. Ja, okay, ist eine andere Situation. Man kann immer noch sagen, hinterher, hör mal zu, die kennen mich nicht und so, ein Battle, aber der Moment. Ja, stimmt, okay, geb ich dir recht, hab ich mir gar nicht drüber nachgedacht, dass es dann, ja, weil du hast natürlich auch ganz viele persönliche, fiese Sachen halt. Voll gerne. Du bist halt oberflächlich Thema mit einmal abgearbeitet. Natürlich, natürlich. Und man kann zu allem, man kann aus dem Doppelkind kreative Sachen machen, man kann, deswegen, es gibt wirklich, die haben schon zu Recht Angst. Fanbase, du sagtest vorhin schon, YouTube-Seite Fans und so, wie ist denn das mit der Fanbase, dass du jetzt T-Shirts verkaufst und machst und tust, wie ist der, wie gefällt dir das? Das gefällt mir super. Also es geht gar nicht darum, dass man sich so denkt, ich bin der Geilste, sondern ich feiere so, also ich feiere, dass es Leute gibt, die mich feiern. Okay. Einfach, dass ich, aber ich habe ja, ich feiere ja auch Leute. Ja. Und ich weiß ja, wie geil das ist, wenn, wenn es, oder wie geil das war, wenn ich weiß, okay, ein Battle kommt von dem raus, geil, mit Freunden getroffen und ey, ich feiere den so sehr und wenn es damals von dem und dem Battle-Rapper Sachen, T-Shirt gegeben hätte, ich hätte mir das ja auch gekauft, ne? Und deswegen weiß ich ja ganz genau, wie die sich fühlen und es ist, und bei mir ist noch ein bisschen was anderes, weil ich spreche ja super viele Themen an, ich bin ja zum Beispiel Atheist, ne? Also Ungläubig des Todes und ich verschweige das ja auch nicht und bringe auch dann immer Anti-Katholismus-Lines oder Anti-Islam-Lines oder gegen Dicke, gegen Kanacken, gegen Thailänder, gegen, über Behinderte, über so, frauenfeindlich ein bisschen. Und aber mir ist das ja nicht so, ich mache es ja nicht mit dem Lächeln so nach dem Motto, ja, sondern es kommt so rüber, als wenn ich das vielleicht eventuell so meinen könnte. Deswegen diese Likes, die ich habe, ich habe super viele Entlikungen auch, ne? Es gibt ja so eine blaue und so eine rote Kurve, also es ist schon wirklich krass, wie, ich habe mir diese 14.000 Likes wirklich hart erarbeiten müssen, ne? Und es ist einfach echt krass zu sehen, dass Leute einfach von ihrem Taschengeld oder teilweise überweisen die Eltern auch das Geld, dass die einfach von sich 20 Euro in die Hand nehmen und sich sagen, hör mal zu, ich finde den so geil, ich kaufe mir von dem T-Shirt oder oder einen Pullover und freuen sich dann voll, wenn ich dann noch, ich habe dann Autogrammkarten anfertigen lassen, schreibe dann auch, ich mache ja alles zu Hause selber, ne? Schreibe dann da drauf für, wie heißt der nochmal, für Marco, packe ich rein, packe ich noch ein paar Sticker mit rein und wenn ich dann es abgeschickt habe von der Post, fühle ich mich auch geil, weil ich genau weiß, die bekommen halt ein Päckchen, es ist geil, ein Päckchen zu bekommen, ne? Ja, klar. Und dann sind noch ein paar Sachen drin, mit denen ich rechne, das ist richtig schön. Und es sind im Endeffekt gar nicht so krass viele, aber der Fakt, dass es Menschen gibt, die das machen und gerne machen und ich schreibe ja dann auch mit denen. Ich schreibe ja super viel mit meinen Supportern so und was die einem schreiben, das ist richtig krass und es führt dann nicht dazu, dass du denkst, dass du der Geilste bist, sondern einfach, du freust dich einfach von der Kanal. Geht mir mit meinem Podcast ganz genauso. Also ich mache das ja auch, bei mir, das Schöne ist, aber müssen sie für mein Merchandise sozusagen nichts mehr zahlen, aber ich bin total überrascht, das ist auch das Schöne, warum wir hier in der Bürogemeinschaft sind. Es gibt dann ganz häufig die Leute, die schicken mir irgendwas. Ihr kennt die Adresse oder was? Ja, also die steht ja auf der Homepage, kannst du ja alles nachgucken. Achso, nee. Pass auf, pass auf, pass auf von hier. Ich kriege mir den Käse oder was, wenn du aber Kochschluss machst. Genau, zum Beispiel, das ging uns auch schon so. Oder wir hatten eine Sendung über Kaffee und dann auch total geil, oh, super Sendung gehört, total, also das ist ja auch, meine Währung sind im Prinzip Kommentare. Ich habe ja extra keinen YouTube-Channel und kein Facebook, weil ich das, glaube ich, nicht so zielgruppengerecht finde, aber bei mir sind halt so die Währung, ist halt die Kommentare und die Downloads, die ich halt irgendwie kriege. Und da gibt es echt Leute, die sagen, ey, hier habe ich eine geile Kaffeesendung gemacht, wir haben irgendwie eine kleine Kaffee-Rösterei hier vor Ort, ich habe dir mal 250 Gramm Kaffee gekauft und schicke dir das einfach mal. Überragend. Das ist total geil. Freust du dich auch mal. Also super, das ist halt genau so dieses Thema. Weil das ist was anderes, du kannst einen Daumen da lassen, okay. Genau. Aber sich zu denken, okay, Kaffee, ich packe das hier, ich verschicke das, ich bringe das weg. Ja. Das ist eine krasse Wertschätzung, muss ich einfach sagen. Ja, natürlich. Und, oder ich habe zum Beispiel meine Amazon-Wischlist so verlinkt, das ist halt so bei dem Podcast normal üblich, dass du halt irgendwie die Leute, die halt dabei waren, verlinkt hast und dann können die halt spenden, also zum Beispiel, ich brauche für die Nachbearbeitung, gibt es eine Software, die heißt Auphonic, da schicke ich das mal durch, um das ganze Audiobearbeitung nochmal zu machen und die kostet halt irgendwie pro Stunde, sag ich, 1,60 Euro oder so. Also nichts, ich bin ja auch gern bereit, das zu bezahlen, da habe ich gar kein Problem damit, super. Und da gibt es halt Leute, die sagen, ey, ich habe jetzt 10 Podcasts gehört, ich weiß, Auphonic kostet irgendwie 1,60 Euro, ich habe dir mal 10 Stunden gekauft. Super, super geil. Das ist auch dann, wo du halt dann sowas bekommst und darum verstehe, also finde ich dieses Gefühl, was du gerade hier beschreibst, finde ich total nachvollziehbar und total schön. Ich denke mir halt auch wiederum, darum wollte ich eigentlich hinaus, wenn du halt irgendwo mal so ein krasser, großer, bekannter Mensch bist, dann hast du eine Agentur, die macht das für dich. Dann machst du das eben nicht mehr, dass du das selbst machst. Ich schreibe auch nicht mehr mit mir, nicht in dieser Bank oder geht auf jeden Fall leider ein bisschen verloren. Genau, und das ist halt so ein Stück, ich glaube, wo es dann unpersönlicher wird und vielleicht dann auch nicht mehr die Wertschätzung von dir zu den Leuten so passiert. Ja, zwangsläufig, weil du da keine Zeit mehr hast, du bist halt nicht mehr am Mann. Aber es ist ja Zukunftsmusik, aber ich meine nur, wenn das alles so laufen sollte, wie ich mir das vorstelle, dann wird es bestimmt irgendwann leider so sein. Aber ich freue mich auch, also wenn ich mir vorstelle, ist ja jetzt teilweise auch schon so, weil in den Augen von manchen Leuten bist du halt schon ein Star. Auch sogar insoweit, dass sie sagen, boah krass, du schreibst zurück, bist du das wirklich? So halt, ne? Echt? Oder wenn die Fotos machen, zittern die halt wirklich, ne? Ja. Also die sind wirklich, oder die Gesichter, zum Beispiel, du kannst ja diesen Blick, diesen Überraschung, wenn du jemanden siehst, das erste Mal, dann kannst du deinen Blick ja nicht faken, ne? Und wenn du dann halt wirklich, du siehst schon vorher und weißt, okay, das ist irgendwie die Zielgruppe, könnte sein, dass die dich erkennen. Und dann diese, wie diese Augen so aufgehen und das so, das ist halt krass, krass zu sehen, so. Was ist die Zielgruppe? Beschreib die, wie sieht die aus? Bei der Zielgruppe, es wird immer jünger, es ist richtig krass, es ist erschreckend, wie jung das mittlerweile schon ist. Ich glaube, Leute, Konsumenten, ganz normal, würde ich mal so sagen, von, keine Ahnung, 18 bis 25, so, müsste so im Schnitt irgendwie sein, auch ein paar ältere, aber die Leute, die halt so Fotos machen wollen immer, ne? Das sind halt wirklich mittlerweile, ist echt so, keine Ahnung, lass mich lügen, so 13 bis Anfang 20, so. Echt? Ja, also sehr, sehr jung schon, weil die großen Brüder zeigen denen das halt. Okay. Und da bei mir, wo ich wohne jetzt auch, da war ich vorhin auch wieder, habe ich mir ein bisschen was zu essen geholt, da kommt so ein kleiner Junge an, 13 Jahre, meint er, du bist doch zynik, oder? Meinst du, ja, ja, und er saß mit seiner türkischen Familie da am Tisch und die, und dann muss ich halt, meine ich so, wie ich zu jedem sage, ich mache keine Selfies, sondern nur normale Fotos, hat er zu seiner Mutter gegangen und die Mutter so, und der Blick von der Mutter war auch so, wer ist denn das, warum willst du mit dem ein Foto haben? Und dann hat er am Tisch das halt erzählt und ich musste halt die ganze Zeit auf mein Essen warten und klar, die acht türkischen Familienköpfe drehen sich so in meine Richtung. Ja, das ist schon ein bisschen, also das ist halt so ein Junger gewesen, da hat er seiner Schwester erzählt, das ist ein Rapper und da kam die Schwester zu mir und meinte, können wir auch ein Foto machen? Meinst du, du kennst mich doch gar nicht, ne? Ich meinte, ja, mein Freund, mein Bruder meinte, du bist ein Rapper. Meinst du, okay, komm, bevor ich jetzt nein sage, das machen wir, aber das ist so ein bisschen, also wenn das jetzt so Jungs sind, die so 14, 15 sind und einfach nur, weil die Freunde ein Foto haben, dann sage ich auch, ne, wenn du mich nicht kennst, brauchen wir auch kein Foto machen, wozu? Aber bei den Mädchen habe ich jetzt jetzt nicht gesagt. Aber das ist so, ansonsten Zielgruppe, ja, meine ganzen Homies sind ja auch so alt wie ich, Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, die feiern das als Todes, 33. Okay, also 82er Baujahr. 83er Baujahr. 83, okay. Genau. Ja. Und das zur Zielgruppe auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ein Punkt, den ich nicht habe, den du bestimmt hast, auf den ganzen YouTube-Videos, die ganzen Kommentare. Oje. Was ist denn, oder auch bestimmt auf deiner YouTube, auf deiner Facebook-Seite, wie ist das denn? Wie gehst du damit um, was passiert? Das ist krass. Das ist echt schon krass. Also ich, bei mir ist das so, das sind wirklich, es gibt Battles, die sind bei YouTube, also Facebook-Seite bei mir ist voll clean. Ich habe eine super Fanbase, da passiert gar nichts, da postet keiner irgendeine Scheiße oder so, die wissen, die benehmen sich schon. Aber YouTube ist ja, da ist ja feuerfrei, da ist ja jeder Vollidiot auch. Coole Leute natürlich, aber die Vollidioten fallen natürlich auf. Von 100 Kommentaren, sage ich mal so, sind wirklich 97 so, der ist der Heftigste, das ist cool, das ist lustig, geile Line. Aber drei Leute sind dann halt so, die einfach, die halt, die halt wirklich keine konstruktive Kritik machen, die einfach wirklich, sondern das ist einfach nur, die hassen das, dass du das gut machst. Oder die hassen das, dass du erfolgreich bist so in Battle Rap. Dass du halt die ganzen Sachen gewinnst und dass die Leute dich feiern. Die hassen das. Und das ist, das finde ich so krass, weil darüber mache ich mir viel Gedanken. Wie, also wie, also wie scheiße muss dein Alltag sein, ne? Dass du nach Hause gehst, dir ein Video anguckst, was reines Entertainment ist. Du siehst einen, der macht Lines, der bringt Lines und beleidigt jemanden und gewinnt dann die Leute feiern den und denkst dir so, ne, ne, das reicht. Äh, hier, ähm, Arschloch, kann gar nichts, äh, der soll mal nach Hause gehen, der ist voller Hurensohn, äh, wie sieht der überhaupt aus, der Anti-Rapper so. Was ist das? Also, ich hab meinem ganzen Leben noch nie einen negativen Kommentar zu irgendwas geschrieben, ne? Ich guck mir was an und denk mir so, der Spasti ist scheiße. So, aber dass ich da was, dass ich, dass ich einen Daumen runter mache, da muss schon viel passieren. Aber dass ich mir überlege, wie kann ich den jetzt beleidigen oder was kann ich jetzt kommentieren? Alter, wie scheiße muss denn dein Alltag aussehen? Wie kacke, wie schlecht muss es dir gehen? Und wenn du jetzt so, ey, ich kann mir das nicht vorstellen, halt, das ist krass. Und deswegen diese Dinge, eigentlich könnte ich sagen, hör mal zu, ich hab, ey, also mein Prozentsatz ist wirklich krass, ich werd wenig gehatet von den Leuten, die meisten feiern es des Todes. Aber die paar Idioten, die halt wirklich immer wieder dieselbe Scheiße auch schreiben, denkst du so, warum, ey, was ist ihr Arm, ey, hört, Alter, ich wünsche euch eine Freundin oder irgendwas. Hat das Hobby. Ähm, genau, das ist halt so das Thema, warum man, also, das ist ja auch, warum ich so ein bisschen YouTube, ähm, ignoriere, weil. Du nimmst, du bist Ziel, du nimmst am öffentlichen Leben teil, unfreiwillig teil. Genau, und das ist halt der Punkt. Und auch, dass du dann dir das durchlesst, das finde ich auch total belastend. Ja, ist es auch. Vor allem, wenn du sowieso ein Mensch bist, der dir über alles Gedanken macht. Genau. Ja. Aber, muss sein. Muss sein. Muss man durch. Aber da hat einer einen ganz wichtigen Satz gesagt, hier einer von den anderen Rappern, T-Star, auch ein sehr, sehr erfolgreicher Battle-Rapper, der hat ja, T-Star muss er aufschreiben, ist eine Legende. Weil das Problem ist ja, wir, es hören ja auch Leute, die nicht so in der Szene drin sind. Ja. Und die denken so, T-Star, Scheiße, das muss ich ja verlinken, dass der halt, Bescheid wird. Aber da kannst du Gamma auf jeden Fall schon mal streichen. Nein, fairerweise. Okay, gut. Das drin. Aber, äh, nee. Der hat mir ja gesagt, ich meinte auch zu dem, meinte, was sind das für Spimmelsköpfe, die sich da hinsetzen und Hate-Kommentare schreiben. Meinte, hör mal zu, ich sag dir mal eine wichtige Sache. Ich hab's am Anfang genauso gemacht wie du. Weißt du, was du machen musst? Guck mal, red nur mit den Machern und nicht mit den, äh, Supportern. Du musst, hör dir nur das Feedback von den Machern an. Also von den, die, die selber Battle-Rap machen. Okay. Die Leute, denen die Show gehört, äh, Leute, die sich mit Rap auskennen. Und nicht irgendwelche anonymen Facebook-Kommentare, wo, wo ein 13-jähriger Vollidiot da hier sitzen kann, der, der eine IQ von, keine Ahnung, von der Chipstüte hat und sich einfach denkt, ne, der hat eine Brille an, das ist scheiße. So. Und das liest du halt auch. Du siehst ja nicht, wer diese Sachen schreibt, ne. Aber klar, musst du dir halt, ich hab, es gab mal einen, das ist auch mittlerweile, den hab ich auch, hab ich auch lang für gebraucht. Aber da war, ist ja wirklich krass. Der hat, ich hab so ein, es gab so ein Format, zeig mir deine Bars von Rapper Mittwoch halt. Da hab ich halt mich hingestellt. Und klar, Battle-Rapper, du bist ja Battle-Rapper, du willst ja andere Leute schlagen. Natürlich redest du von dir, ich bin krass, ich kann das, bam, 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 ich bin die Nummer eins. So. Ganz normal, Rap halt, ne. Hab ich einen so ein Ding gemacht, A Cappella-Party, ohne Gegner, einfach nur in die Kamera so. War gut. Und da steht dann wirklich einer drunter, äh, kann mal, äh, kann mal einer den Böp, ähm, irgendwie umbringen, bevor der noch Eier legt. So. Und der, und ich geh dann auch, ich denk mir so, erst mal denk ich mir so, was? Und ich find das irgendwie aber auch lustig, weil ich bin ja Comedian und stell mir vor, wie der das eintippt, was ich zu Hause. Also, wie der erst mal aussieht. Ja, wie der ist der mit, der regt sich richtig auf, ne. Guckt sich so um, denkt sich so, scheiße, keiner hier, keiner hier, keine Freunde. Kann den mal bitte jemand umbringen, bevor der Eier legt. Und dann hat der, und dann hab ich auch anderen Battle-Rappern erzählt, die lachen sich auch tot, weil das ist auch, das ist ja unverhältnismäßig, was soll das, ne. Und das hat, der Typ, hat aber auch ein paar Sachen schon kommentiert, so, leicht in die rassistische Richtung, so. Und aber immer halt auch, also die, die haben wirklich ein Problem damit, dass ich da so glänze. Die haben da einfach, die, das geht nicht. Das wollen die einfach, das geht nicht. Geht nicht in den Schädel rein. Scheiße ist das. Warum feiern die den? Überall. Immer. Ja, warum wohl? Weil's gut ist. Das hat doch mit, hat doch mit dem Hype nichts zu tun, wenn du, wenn du in München bist und die Leute feiern, wenn du in Köln bist. Egal, wo du bist. Und es gibt ja mehrere von den Leuten. Mighty Moe, Fresh Polacke, Bongteggi, Sinek und wie sie alle heißen, die können halt, die sind halt einfach gut. Und dann wirst du auch, wenn du gut bist, wirst du auch überall gefeiert. Das wollen die nicht wahrhaben. Geht nicht in den Schädel rein. Ist ungerecht. Scheiße. Scheiße. Aber genau, das ist halt wichtig, dass du auf die richtigen Leute das hörst, weil ich glaube, wenn du so Kommentare lest, das ist für einen auch scheiße. Das ist auch scheiße. Aber ich meine, der Prozentsatz, also die Gewichtung ist schon so geil. Aber das wirklich das Geilste ist halt wirklich, wenn du halt wirklich Feedback von Leuten bekommst, die halt wirklich, wo du selbst denkst, das sind krasse Künstler, die vom Battle Rap Ahnung haben, die selber krasse Battle Rapper sind oder bekannte Rapper sind. Wenn die wirklich sagen, ey, das ist krass, was du machst, dann denke ich mir so, boah. Für mich ist das nochmal doppelt heftig, weil ich bin, ich mach Comedy, ich bin offensichtlich kein Hip-Hopper und ich bin auch kein krasser Rapper. Aber wenn selbst die sagen, hör mal so, das Entertainment ist ein Monster, dann ist das richtig geil. Das ist ein richtig geiles Lob. Bei wem war das, wo du dich so geschmeichelt gefühlt hast? Ach, bei mehreren Leuten. Ich habe ein Rapper, ein Kollege von mir, Mortis zum Beispiel, ist ein Produzent, selber Rapper, hat auch Battle Rapper gemacht, Mortis. Das krasseste war, wie heißt der noch, Motrip? Motrip. Motrip, Chart Rapper, einer der bekanntesten. Ja, okay, du bist ein Ding, aber ich muss dir mal ein Video zeigen, das ist auch ein Festival vor 30.000 Menschen, der ist auf der Bühne und sieht mich im Publikum und grüßt mich halt so. Echt? Und holt mich dann im Backstage und wir quatschen so ein bisschen über die Ballast und dass die halt auch Fans davon sind und so. Vega ist noch ein anderer Rapper, dem habe ich jetzt ein Shirt von mir geschickt, weil der irgendwie meinte, der feiert so diese Catchphrases, die ich so habe. Wer ist noch dabei? Greg Pipe, ist halt früher der gewesen, der war so das, wie ich jetzt bin. Also der war damals noch krasser als ich jetzt, weil der ein krasser Rapper ist und der, ich habe ja seine Ballast geguckt und dachte mir so, Alter, wie krass ist der? Und mittlerweile gucken sich Leute meine Ballast an und denken sich so, wie krass ist der? Und selbst der sagt dann auch so zu mir, Digga, du bist momentan die Nummer eins. So und das ist halt geil von solchen Leuten das halt zu hören, wo du weißt, die haben Ahnung davon und die sind, warum, der hat keinen Grund mir das zu sagen. Der müsste eher sich denken, Alter, ich war damals viel krasser, warum soll ich dem, muss ich nicht. Das nennt man im, das ist ein ganz wichtiges Wort im Hip-Hop, Props. Props? Jemandem Props geben. Was ist Props? Jemandem Respekt, also wenn ich zum Beispiel immer zu, wenn jetzt einer zu dir ankommt und sagt, weißt du was, der Podcast, der ist geil, da gibt er dir Props, der gibt dir Respekt, der gibt dir Anerkennung dafür. Das ist halt super schwierig im Hip-Hop-Game. Leute, es gibt so, wie gerne, da haben wir eine Props-Phobie quasi, können schwer Props geben, schwer sagen, bei anderen Leuten sagen, okay, das war krass. So und das ist, wenn du Props von solchen Leuten bekommst, ist es halt einfach doppelt so viel wert. Also Belobigung, Props? Ja, Anerkennung, Respekt, Belobigung, genau. Was heißt dieses Wort? Was ist eine Abkürzung oder für was steht das? Boah, Alter, da müsst ihr jetzt sogar lügen. Ich weiß, das mit S ist Abkürzung für Dingsbums, für Problems. Ich hab's doch letztes Mal noch gelesen, ey. Weiß ich jetzt, Proper Respect kann da irgendwie so sein, ich weiß es nicht genau. Müsst jetzt aber lügen. Und das zeigt ja auch, dass ich keine, dass ich kein Hip-Hopper bin, dass ich das Wort nicht mal lügen kann. Ja, das ist ja auch, ich fand's auch ganz interessant, wenn ich dann das mal geguckt habe. Es gibt doch einiges, da muss man, das ist so szenetypisch, das muss man einfach verstehen. Du kannst, du kannst im Battle, also selbst die Leute, die da sind, die Battle Rap gucken, können auch nicht alles verstehen. Es gibt super viele Insider und super viele fachspezifische Wörter. Das glaube ich, ja. Proper Respect, ja, ist sowohl. Proper Respect? Ich hab jetzt gerade mal geguckt, wo wir gerade sagen, jetzt haben sie was rausschneiden müssen, gell? Dann hätten die ganzen Leute wieder gehatet und so, weißt du, wenn sie es dir weiß. Ja, der Hate wieder da geht. Genau, so ist das auch. Ja, dat ist erst mal dat. So, was haben wir noch? Ich gucke gerade hier auf meine Notizgeschichte. Zu ein paar Sachen habe ich mir noch aufgeschrieben, ist, wie gesagt, dieser andere Podcast will ich auch auf jeden Fall verlinken. Ich habe gesehen, es gibt eine Wikipedia, also für Deutschrap, also so eine Wikia für Deutschrap, da stehst du auch drin, habe ich noch mal gesehen, ja. Das habe ich auch so gefunden und da steht auch ganz interessant, da steht eben, Dan Zinnik ist ein deutscher Rapper aus Düsseldorf, der durch Rap am Mittwoch Bekanntheit erlangte. Eigenschaften, respektlos. Meine Phrase. Nein. Und da unten steht Motherfucker, Rip, Bong, Taggy, was auch immer. Wie? Wer kann denn da Einträge schreiben? Keine Ahnung, bestimmt jeder. Es hat die Kia-Seite. Motherfucker. Ja, steht da. R.I.P. Bong, Taggy. Ja, das ist der, wo ich erzählt habe, den ich fünfmal gebattelt habe. Ach so, okay. Und dann hier Battle plus Ergebnisse. Ist doch nur Rap 31 gegen Lucifer. Ist doch nur Rap 33 gegen Gear. Ja. Der ist auch nochmal hier verlinkt. Ja. Dann Battlemania Champions League 2015, Rap am Mittwoch. Cash is Clay. Cash is Clay, genau. 3-0 für Sinek. Bong, Taggy 2-1 für Sinek. Und nochmal Bong, Taggy, Rematch 3-0 für Sinek. Ja. Genau. Das ist so, was ich noch beim, beim, Das ist eine Statistik. Genau, ein bisschen mal geguckt habe. Googlest du dich eigentlich selbst? Also, ja, klar. Ja. Googeln und alles. Also ich habe ja auch einen, also wie gesagt, diesen Comedy-Künstler-Account und diesen Facebook, diesen Battle-Rap-Künstler-Account. Und klar gucke ich mir Suchergebnisse an und das ist auch krass, weil der Bong, Taggy zum Beispiel hat, ich habe vor, wann war das jetzt, mittlerweile sechs Jahre her, mal bei X-Diaries mitgespielt. Was ist X-Diaries? X-Diaries ist so übelstes, auf gar keinen Fall eine Verlinkung jetzt bitte. Ja, okay. Übelstes Trash-Format, RTL 2-Style, wirklich mitten im Leben-Style. Ja. Aber, also ein Kollege von mir hat bei der Fernsehfilme gearbeitet, der meinte, so hör mal zu, es gibt ein neues Fernsehformat, da fahren wir in Urlaub, machen Party und die filmen uns einfach dabei. Meinst du, wie geil ist das denn? Ja, mache ich. War ich dabei. Ja. Da gab es halt noch nicht, es gab es halt noch nicht, war die erste Staffel. Und dann sind wir da hingeflogen, Lorette Marsch, schön, Fünf-Sterne-Hotel, Weltklasse, Geld dafür bekommen, alles geil. Und die meinten dann halt so, ja, okay, in der Storyline stand so, wir mussten immer Wetten abschließen. Und einmal habe ich eine Wette verloren und musste mich dann abends als Frau verkleiden. Okay. Habe ich natürlich gemacht, also ich habe ja kein Problem damit, ne. Und da habe ich dann so High Heels angezogen, Kleid angezogen und Perücke und Rouge und alles. Und da meinten die so, ja, aber du musst an dem und der Straße musst du auf und ab laufen. Meinst du, ey, das ist die Hauptstraße, das ist gerade Ferien und so. Krass, ne. Genau. Aber da habe ich nur Fußball gespielt und mich kannte ja niemand, ne. Bin ja jetzt auch nicht krass, aber ich meine, da war halt nicht mal kein Bad Rap, kein Comedy, gar nichts. Hab dann, meinte ich so, da brauche ich Alkohol, ne. Haben die mir so einen kleinen, war das irgendwie so ein ganz schäppiger, ekelhafter Whisky. Da war ich direkt on fire, habe ich da so richtig schön gespielt und so, weil ich spiele auch, ich habe auch schwule Freunde und spiele auch gerne schwule auf der Bühne und so. Habe ich da richtig Action gemacht und sah halt aus wie so eine Crack-Transe, halt groß, knochig, dünn, ne. Voll schlecht. Und ja, dann ist das halt, dann haben wir das halt gedreht und später wurde dann halt irgendwie X-Diaries da draußen und dann wurde das auf dem Fernsehen ausgestrahlt und da dachte ich mir schon so, scheiße, Alter, das ist peinlich, ne. Aber so für mich und mein Kollege meint so, ey, voll geil und so. Und beim Fußball war es dann halt so, dass schon Spieler das im Fernsehen gesehen haben und mich dann auf dem Spielfeld so deswegen abgezogen haben und so. Und dann ruft der Kollege von der Fernsehfirma mich halt ein paar Jahre später an und sagt so, ey, ich habe schlechte Nachrichten. Ich so, was denn? Meinte, die wiederholen X-Diaries heute. Und da war ich schon cynic, weißt du, da habe ich schon Battle-Rap gemacht. Und ich so, laber doch nicht, Alter. Meinte, meinst du, wann? Meinte, dann und dann. Meinte, okay, das ist nach, das ist nicht vor dem Battle, sondern nach dem und dem Battle. Okay, gut. Dann dachte ich mir, okay, an dem Abend kam das und an dem Abend gab es, gab es einen so einen Schnipsel um 8 Uhr oder so kam was. Heute Abend X-Diaries. Ein ganz schneller Durchlauf. Und dann ist mein Postfach schon explodiert. Meinte so, warte mal, cynic, warst du bei X-Diaries? Und ich so, Alter. Dann habe ich selber natürlich gepostet, hey, wer mich schon mal als Transe sehen wollte, guckt heute Abend RTL. Bams. Und dann war das Ding so, klar, es ist eine Hip-Hop-Welt. Die haben jetzt sowas nichts am Hut. Das ist natürlich eine geile Angriffsfläche. Ich wollte gerade sagen, wir sind bestimmt ganz viele Leute verarbeitet. Supergeil. Ich stehe auf der Bühne und mache einen auf cool und dann siehst du mich im Fernsehen, wie ich da mit Frauenklamotten rumlaufe. Ja, und was haben deine Gegner, haben das bestimmt auch alle gesehen? Alle, alle gesehen, alle aufgenommen. Und das war das Ding halt, er hat halt, genau, deswegen komme ich überhaupt da drauf. Er hat, der Bong Tagi war halt der Erste, der nach dieser Ausstrahlung von diesem Transe-Ding, alle wussten schon, er hat einen Freestyle, das ist vorgekommen, alle wussten schon. Das war, glaube ich, ein halbes Jahr nachher erst gewesen, wo wir gebattelt haben, hat er es trotzdem natürlich, natürlich nochmal, weil es ein großes Ding ist, hingestellt, T-Shirts bedrucken lassen mit mir, mit Perücke drauf und sowas und Transe gespielt, alles ausgeschlachtet und so. Jetzt nicht ganz so krass gut gemacht, aber richtig drauf rumgeritten halt. Und dann gebe ich halt irgendwann bei Google irgendwas ein und das erste Suchergebnis ist Samuel-Sibilski-Transe, Szenik-Transe, Szenik-X-Diaries, Samuel-Sibilski-X-Diaries, deswegen das zum Thema Suchen, wenn da ein Battle rauskommt und jemand was Krasses sagt, natürlich interessiert einen so was, wonach die Leute so suchen. Und was aber mich auch freut ist, letztens habe ich wieder geguckt, Szenik bei Google, als erstes war es Szenik-Merch, geguckt, okay, wo kann man von dem T-Shirts bestellen. Das ist halt geil. Aber klar sucht man sich, sucht man sich da immer selber. Okay, das ist ja ganz gut jetzt auch zu wissen halt, wie man auch so in der Medienlandschaft, die ja da auch komplett wichtig ist, da einen Impact hat. Was mir da aufgefallen ist, die Leute, die das machen, die haben alle nur Facebook-Seiten. Da macht keiner Twitter, da macht keiner Instagram. Twitter ist auch scheiße. Also es ist wirklich so eine Einbahnstraße, also für mich ist es eine Einbahnstraße im Bereich Social Media. Ja, ich glaube, einer hat jetzt, habe ich heute gesehen, dass einer von den Hosts gesagt hat, ich habe jetzt auch Instagram. Nee, genau, beide Hosts haben jetzt Instagram seit einer Woche oder so. Ja, aber getwittert wird gar nicht und ich bin ja auch so dagegen. Also ich habe auch mit Twitter, Instagram, Snapchat, die ganze Scheiße, nichts mit am Hut so. Aber ich habe mir auch schon oft anhören müssen, in letzter Zeit aber gerade irgendwie, Digga, du musst Instagram machen. Das ist, und es gibt einen Fake-Instagram-Account von mir. Echt? Habe ich dann gefunden. Okay. Der schreibt, der Bastard, an der Stelle muss ich das ja sagen, weil der gibt sich ja wirklich als ich aus, der schreibt so, wie ich halt auch schreibe. Okay, also gibt es nicht richtig Mühe? So, liebe Zyniker, bald ist wieder ein neues Merch von mir da, mir ging es in letzter Zeit nicht so gut, ich hatte private Probleme. Ich denke mir so, wie krank ist das? Jemand gibt sich als du aus. Ja. Das ist krank. Und er hatte einfach so 900 Follower. Das ist schon ein. Ja, da habe ich Dingsmus und ein paar Munkeln schon so. Da habe ich das halt gesehen, habe auf meiner Cynic-Facebook-Seite halt gepostet, hör mal zu, so ein Screenshot gemacht, meinte so, der Bastard hat zu wenig Freunde und so. Seine Mutter geht auf den Strich, halt ein bisschen beleidigt so. Und hat gesagt, das bin ich nicht. Und ich weiß nicht, ob man den da überhaupt melden kann oder ob ich dann, aber da habe ich auch überlegt, okay, dann macht er einfach einen originalen Account. Wenn der schon, wenn er als Fake 900 Follower hat mit zwei Fotos, da ist Potenzial. Genau, da ist Potenzial dahin. Aber, ja, mal schauen, ich bin nicht so, also ich mag Fotos, das ist ja nur Fotos, ne? Instagram, ja. Foto von Fotos, stimmt so. Ja, okay, vielleicht einmal die Woche oder so kriegt man da vielleicht immer so ein Foto hin. Aber, ja. Die Leute wollten ja irgendwie an deinem Leben teilnehmen. Volle Kanne. Ja, klar. Und sei es bloß, wenn du halt den Rucksack auf hast und auf die nächste Battle gehst, machst du mal ein Foto, dann sind die alle total glücklich, gell? Aber kein Selfie. Genau, aber kein Selfie, genau. Selfie-Verbot. Genau, ey. Okay, ich habe jetzt gerade mal hier durchgescrollt, was ich noch auf meiner Liste habe. Ich glaube, von meiner Seite bin ich durch. Das ist auch schon eine fortgeschrittene Stunde, ne? Ey, krass, ja. Das hättest du auch nicht gedacht, dass wir jetzt… Nein, das sind über drei Stunden jetzt, ne? Ja. Pff, Digga. Glaubst du nicht, ja? Ist gleich nach Hause. Ja, mach's auch gleich. Gut, wir verabschieden uns noch bei unserem Publikum. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Thema verlinken noch. Also, ich kenne ja deine Zielgruppe hier gar nicht, aber ich würde es auf jeden Fall geil finden, wenn die Leute sich wirklich mal die Comedy-Sachen reinziehen auf jeden Fall. Also Samuel Sibilski kann man bei Facebook eingeben, bei YouTube eingeben, bei Google auch. Und wenn ihr euch die… Also ich spreche die jetzt mal direkt an. Ja, klar, natürlich. Wenn ihr euch jetzt diese Battle-Rap-Sachen anguckt, versucht mal an den Schimpfwörtern vorbeizuhören, wie da gereimt wird, was dahinter steckt. Also es gibt wirklich ein paar… Da muss ich euch noch… Weil ich hab ein paar… Also sind Supporter und auch Homies von mir, so eine Mischung, sind zwei, drei Jungs. Die haben einen Kanal, der heißt Battle-Rap-Junkie. Okay. Den hab ich gesehen, den hab ich gesehen. Den… Das ist ganz wichtig. Das sind meine Jungs, die supporte ich des Todes. Und die haben richtig geile Compilations. Da ist kein Müll dabei, da sind wirklich nur die besten Sachen. Und wenn man wirklich Einstieg in Battle-Rap oder wenn man wissen will, was Battle-Rap ist, abonniert mal den Kanal, guckt sich die Videos an. Das ist ein Best-ofs von mir, Best-ofs von anderen krassen Leuten. Und halt auch so ein Best-of generelle Punchline-Compilations. Und es gibt Compilations mit Aussetzern, wo Leute ihren Text vergessen oder solche Sachen halt. Also wer wirklich Battle-Rap 1x1 oder wissen will, was Battle-Rap ist, keine einzelnen Battles angucken, weil da gibt's auch viele schlechte und viele Sachen, wo du denkst, naja, ist zu primitiv. Guckt euch das an und wenn euch das gefällt, man kann nie genug Supporter haben. Also die ganze Szene, die Battle-Rap-Kultur ist eine krasse künstlerische Kultur, die im Kommen ist und die wird irgendwann über kurz oder lang im Fernsehen sein. Und dann könnt ihr sagen, kenn ich schon. War ich vom Anfang dabei. Kenn ich schon. Genau, kenn ich schon. Das sind meine Sachen. Genau. Noch letzte Frage. Könntest du nochmal ein Stück irgendwie mal kurzes Medley mal rappen, dass man mal so ein Gefühl hat, wie du so klingst und geht das so spontan als Battle-Rapper? Also ich hab Texte im Kopf, spontan hab ich letztens nach ein paar Bierchen schon zweimal auf einer Plattform gemacht und mich voll blamiert. Ja. Also gefreestylt. Wenn dann würde ich jetzt was... Machst du irgendwas, was du möchtest. Ja. So als Abschluss noch. Kannst du mich auch gerne beleidigen? Nee, ich mach einfach so, okay, du bist jetzt der fiktive Gegner. Ja. Und wie gesagt, an den Schimpfwörtern vorbeihören. Guckt auf die Reime, guckt auf die Punchlands. Battle-Rap ist wahrlich ein unfassbar deepes Studium. Und trotzdem sag ich, ohne Zudissen, du bist ein untalentierter Hurensohn. Du bist kein guter, gerader, wunderbarer Kunsterschaffer. Trink du mal dein Blubberwasser. Hör auf mit dem Stussgelaber. Der dumme Bastard denkt, der wär unantastbar. Aber wenn der coole Hassler dem Hund sagt Platz, da wird die schwule Nutte kurzum handzahm. Kein Friedensreich. Ich zerbomb wie ein Sturmgeschwader mit hundertfachem Schuss bewaffnet. Das ist unfassbar. Kein Friedensreich wie hundert Wasser. Suppenkasper. Und nach dem Krieg sieht man diesen kümmerlichen Freak vor den Trümmern in Berlin wie den ersten Bundeskanzler. Nicht schlecht. Da kann ich nur sagen, da geht der Peter mit seinem Katheter und bockt 30 Meter durch den Äther. Zinnik, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Danke für die Zuhörer. Wir freuen uns über Kommentare, Likes. Ich werde alles verlinken in den Shownotes. Also wenn ihr mehr von Zinnik dann sehen und erleben wollt, dann einfach den Links folgen. Und wenn ihr persönliche Fragen habt, einfach auf den Facebook-Seiten wirklich anschreiben. Ich mache alles selber und so groß ist es noch nicht, dass ich da keine Zeit zu habe. Ich freue mich über Feedback. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ich freue mich über die Zuhörer.